Ich habe am Anfang immer aus Spaß gesagt, wenn ich hier auf Asta treffe, dann werde ich ihm aus dem Weg gehen. Aber auch das mache ich nicht. Also ich werde halt, das wäre halt total dumm, weil ich werde nicht abhängig machen den RP-Charakter von der Person dahinter. Deswegen it is what it is. So. Ganze Nacht UQ war auf jeden Fall am Start. Aber Asta meinte mal, dass er, wenn du, kein Laser dann geben wird. Ich weiß nicht, ob er es ernst meinte. Ich weiß alles und ihr nicht. So. Noch mal ein bisschen leiser. Wow. Die Gummatasse habe ich aus Japan. Guck mal, was ich gemacht habe. Ich habe gelernt von anderen RP-Spielern. Warte. Oh nein, es geht nicht. Ach, guck mal, das Cinematic. Guck mal. Guck mal, Cinematic ohne Kamera. Guck mal. Ich habe gelernt. Für die dieben Momente. Nice. Ja. Wowie. Ich mache ich die Minimap dann weg eigentlich. Mal irgendwie... Guck mal. Ah. Ah. Heute schon wieder so viel... So viel UQ. Wenn mein Vater wüsste, wenn mein Daddy wüsste, wie viel UQ ich die ganze Nacht konsumiert habe und ich eigentlich gar nicht geschlafen habe, der werde mich ganz schön hassen dafür. Ja. Professionell. As fuck. So. Okay. Heute entspannt. Den Pfannkuchen nehme ich mir auf. Für den einzig Wahn. Den Pfannkuchen bekommt eine sehr besondere Person irgendwann mal. Die auch den Pfannkuchen zu schätzen weiß. Das ist schade, dass man hier nicht sitzen kann. Ich habe sogar einen Notizzettel. Den kann man sogar beschriften. Ich glaube es ja nicht. Kann man das... Kann man das abschreiben und dann jemanden geben? Oh mein Gott. Ich kann... Ich kann Tagebuch... Oh mein Gott. Melle, die kann Tagebuch schreiben. Ich gehe krachen. Mein Traum. Man kann es auch auf den Boden legen. Oh. Ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Oh mein Gott. Ja. Und ich muss noch was auf den Wodki legen. Ich muss mir sitzen auf dem Wodki legen. Aber auf den Dingens... Ähm... So meine lieben Freunde. Ach. So meine lieben Freunde. Ach. Kraut von nichts. Dann gibt es 15 Monate. Ja, verdammt. Sie stellt sich wieder hin. Notizüberschrift. Langsam wird sie pro. Ich komme nur nichts mehr, weil ich habe B-Schauer. Mein... Gedankentagebuch. Liebes Tagebuch. Ich habe dieses Büchlein von der wunderbaren Polizeigeschenk bekommen. Endlich habe ich etwas gefunden. Wo ich meine ganzen Gedanken niederschreiben kann. Leider hört mir hier ja keiner richtig zu. Ich habe das Gefühl, ich bin allein, obwohl ich Menschen um mich herum habe. Mh. 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 Warte mal. Erstmal muss ich schreiben. Heute ist der zweite, neunte, 2023. 18.44 Uhr. Ich habe jetzt einen Daddy. Er ist mehr Vater für mich, als es mein richtiger Vater je war. Meine Eltern hatten nie wirkliches Interesse an mir. Sie nutzten mich als Trophäe. Mh. Und um Kindergeld abzustauben. Sie stritten täglich darum, wer mehr Geld zum Ausgeben hat. Ich bekam Dosenfraß an die Tür gestellt. Ich bekam Dosenfraß an die Tür gestellt. Wünsche wurden mir nie erfüllt. Hier darf ich jetzt rausgehen, wann auch immer ich es will. Daddy gibt mir immer Geld und ich kann mir Sachen kaufen. Mh. Ich kann gar nicht genug bekommen. Mh. 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 Manchmal soll ich Leute verprügeln. Die Worte Ich bin stolz auf dich, Melody sind die schönsten, die ich je gehört habe. Ich will mehr davon. Ich will mehr Dinge tun, um diese Worte zu hören. Sie machen mich glücklich. nicht glücklich. Mh. Mh. Was mich nicht glücklich macht, ist es, wenn mir jemand das L-Wort sagt. Gestern hat mir Pinsel gesagt, dass er mich L-T. Ich war sehr schockiert, denn wenn man jemanden L-T, begibt man sich in ein gefährliches Gebiet. Das habe ich auf YouTube gesehen. Da gab es so Therapie Gespräche und Frauen, die total gebrochen waren. Und das beste Beispiel sind meine Eltern. Ich will niemals so enden wie sie. Mh. Mh. ich werde alle dazu bringen, sich zu trennen. Ich werde gemeine Dinge machen, damit alle Single sind. Aber nur zum Schutz ihrer selbst. Das ist alles. Ich verstehe die menschlichen Gefühle nicht. sie sind paradox. Das habe ich heute Nacht auf Juckflut gelernt. Ein schlaues Wort. Heißt sowas wie widersprüchlich zueinander. Sind paradox und gefährlich. Ich werde mich niemals auf sowas einlassen. Ich könnte die ganze Zeit schreiben. Ich liebe das. Ich setze mich in so einen Kopf und schreibe einfach. Warum nicht JetGPT? Ich bin mein eigenes JetGPT. GenGPT. GenGPT. GPT. Wird es jemals jemanden geben, der meine L will? Muss ich Konsequenzen einleiten? Ich gehe nicht ins Detail. So. Heute ist ein neuer Tag. Ich werde heute den Mann kontaktieren, der Essen ins Gefängnis liefert. Und ich muss mich im Community Center vorstellen als Seelsorge. Und ich brauche Taschengeld. für neue Sachen. Außerdem möchte ich den Norden erkunden. Das war's. Tschüss. Ich frage mich, wenn das jemand findet, ich weiß nicht wann es sein wird, in ein paar Tagen, ob sich das jemand komplett durchliest. Also wenn ich sowas finden würde, würde ich alles lesen, einmal komplett. So. Dann mal das. Ups. Ja. Ja, ich muss dringend shoppen. Oh, ein bisschen mehr. Ähm. Okay. Oh nein, wo ist mein Auto? Oh, das hat Daddy genommen und weggefahren. Nö, ist nicht sein scheiß Ernst, ich nehme den Schlüssel weg. Ähm. Wir müssen Tiramisu essen. Ja, der hat den Schlüssel für mein Auto halt. Zum Glück bin ich bei der Polizei sonst würde die Stadt 24-7 brennen, macht sehr viel Spaß. Ja, das wird das hier wirklich, aber ich halte mich auch wirklich sehr zurück. Also ich halte mich nur sehr zurück, dass hier noch gar nichts brennt tatsächlich. Ich bin noch in der Schonfrist und ich lass noch alle in der Schonfrist. Aber nicht mehr lang. Macht sehr viel Spaß. Dankeschön. Nein. Wohnst du jetzt in der Villa? Ja. Hat mein Daddy gegönnt. So ein Scheiße. Ey. Oh. 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 Nein. Oh. Oh. Danke schön für den Zap. Vielen lieben Dank. Guck mal da unten. Ich f fot per anhalter. Per anhalter! Schon frisst es, dass die Zeit bis ein Flammenwerfer gefunden wird. Gibt es das gibt keine Ahnung oder ... dann ist mehr Ende. Also, ihr könnt nicht erwarten, dass ich gar nichts von meinem RP-Favorite in meinen RP reinspielen lasse. Das könnt ihr nicht von mir erwarten. Ich will sie auch nicht auf 200 Emotionen erleben. Das mal machen. Ah, das wäre zu geil, wenn es einen Flammenwerfer gäbe. Das wäre Endstufe. Naja, wir haben halt unseren Molly, ne? Den würde ich eigentlich gerne bis zum Ende behalten. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Oh, guck mal. Hm. Ich will ein Bild machen. Ja, ein Bild. Ja. Ja. Nimm's nochmal ins Gesicht. Ja. Ja. Danke. Ich muss mir gleich nochmal Nasenspray reinballern. Hab mich gerade testen lassen, weil ich im Puff ein... Aber scheiß drauf, Diggi. Güll auf die Nummer 1. Immerhin danke für den Film. Geil. So, ich würde jetzt gerne... Ich laufe jetzt einfach. Ja, wir laufen einfach. Wir laufen. Wir laufen immer noch. Ich hab'n Ampett, ja. 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 Ist ja nicht so weit, ne? 1858 Uhr. Mein Daddy hat mein Auto weggefahren. Ich muss jetzt viele Kilometer laufen. Ich werde ihm... ...den Schlüssel wegnehmen. Ja. Ich werde... Und sonst so? Ach so, ja, die Tasse sieht von der anderen Seite besser aus, warte. Da. Deshalb spiele ich auf Homestay 1000 Spieler täglich drauf, da ist immer was los. Ich habe das ja bei anderen auch gesehen. Ich finde, bei Homestay ist es aber, also ich finde, auf dem Sektor sind alle sonderbarer. Finde ich persönlich. Ich finde es irgendwie auf Homestay ernster. Das ist halt Hardcore-RP. Ja. Das ist gerade nicht so meins. Also ich finde es gerade hier super. In dem Jahr mache ich Anwaltsjura-RP und gehe auf Homestay. Ich wette, dass durch Genial-Stream hunderte neue Bewerbungen reingehen bei Sektor. Ich weiß nicht, ob das so einen Impact hat. Nur weil ich da spiele tatsächlich. Also ich weiß, dass heute, ich glaube, heute waren 50 oder so neue Einreisen. Hat es? Achso, weiß ich nicht genau. Totalk, danke für den Prime-Sub. Vielen lieben Dank. Erstmal studieren für SRP. Ja, ich gehe jetzt Jura studieren für SRP. Also kann man eigentlich eigene Maps gestalten? Hallo, die Lara. Geht das eigentlich? Oder muss man immer vorgegebene Maps nehmen? Gibt nur die Map. Das ist voll schade. Ich bin sehr auf GTA 6 gespannt. Guten. Hallo. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ich habe mein Auto. Kann man Sie irgendwo mitnehmen? Nee, mein Auto ist hier, aber ich weiß nicht, wie ich rankomme. Oh, das ist die Polizeiverwahrstelle. Dann würde ich einfach mal bei der Polizei anrufen. Oh. Achso. Kann ich das nicht rausholen? Die Frage ist, ob das auf der geschlossenen oder auf der offenen steht. Ich guck mal. Ja. Warum ist das hier? Hä? Oh nein, es ist hier. Ah, ja, doch. Mann, warum hab ich immer Probleme mit meinem scheiß Auto? Das stand in der Villa, ich bin schlafen gegangen. Oh, ja, doch. Ich konnte kein Fahrzeug finden. Was? Doch, 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 doch. Doch, doch, doch. Das steht hier rum. Alter. Warum nicht? Ich will jetzt hier raus. Du Arschloch. Du meine. Ich leite schon an der SPD. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hilfe. Ja? Möchtest du mir ein bisschen mehr Infos geben? Ähm, mein Auto ist in der Verwahrstelle und ich kriege das hier nicht raus. Mhm. Ähm, ich weiß Ihren Nachnamen nicht, aber Melodie, ne? Ist richtig. Ja. Okay. Ähm, ja. Ich schicke Ihnen mal Kollegen vorbei, ne? Okay, danke. Ja, nicht dafür, ne? Ja, geht's... Nicht traurig sein. Geht's Ihnen gut? Ja, mir geht's gut. Ihnen auch? Ja, das freut mich sehr. Wenn's nicht gut geht, einfach mich anrufen. Na klar, ich habe jetzt Ihre Nummer, ne? Alles klar, dann bis später. Ja, tschüss. Tschüss. Ich muss mir schnell Nasenspray reinballern. Tschüss. 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 Okay. Okay, I'm ready. Hallo! Melody war das, richtig? Ja. Wir haben ihr Auto bei uns, weil da vielleicht, also, er sieht noch schöner aus als Schweißerkäse. Okay, wir haben ihn erstmal mitgenommen, damit nichts passiert. Aber vielleicht ein paar Schusslächer abbekommen, wo er stand. Hä? Aber das stand doch zu Hause in der Garage. Offenbar nicht. Haben Sie doch einen anderen Schlüssel für das Auto? Mein Daddy! Wer ist das? War der vielleicht damit unterwegs? Der Fendi ist der Richmonder. Ach, der Rich... Der fährt mit dem Auto? Ich weiß nicht, der hat meinen Schlüssel. Können Sie mal ein Foto davon machen, wenn der das macht? Das möchte ich gerne sehen. Okay, also jedenfalls, wir holen das Auto dann mal hier raus. Ach, Mann, ey! Komm, so, Frau Melody. Ich nehme dir den Schlüssel weg. Das ist eine gute Idee. Ja. Mir hat das... Tut mir leid, dass ihr jetzt Arbeit habt. Ach, das ist doch nicht schlimm. Dafür werden wir ja bezahlt, ne? Ja. So, können Sie mit rein? Geht es euch gut? Da ist er. Na klar, und selbst? Ja. Ja, das freut mich. Haben Sie Ihren Daddy ja nicht wiedergefunden? Ähm, ja, gestern. Ach so schön. Ja, aber warum nimmt der mein Auto? Bei der Einschlusslächer drin waren, wir gucken mussten, ob wir da irgendwie noch Patronenhülsen rausnehmen konnten. Ja, bitte jetzt nix. Wir haben es wieder direkt reparieren lassen von der Werkstatt. Mal ein bisschen Nagellack drauf und dann geht er wieder. Ja. Nagellack? Was stimmt denn nicht mit dir? Was denn? Auf dem Auto Nagellack. Ich glaube, ich kotze. Frau Profida, warte noch. Aber ich trotzdem, nee. So, wenn Sie möchten, können Sie auch ausfahren. Okay, ich wollte nur sagen, du hast voll die schönen Bilder im Internet. Oh, danke schön. Ja, das ist voll cool. Hör mal, welche brauchst du? Sagst du einfach Bescheid. Ich brauche welche. Okay. Warte mal, soll ich dir mal eine Nummer geben? Ja, bitte. Nee, du musst mich nach meiner fragen. Okay, Melody, soll ich mir deine Nummer mal speichern? Also, willst du meine Nummer? Damit du das benutzen kannst und sagen kannst? Okay, sag an. Okay, 208123. Okay, dann schreib dir mal eine SMS. Ja. Seid ihr eigentlich den ganzen Tag in Uniform unterwegs? Nö. Gestern war ich auch privat unterwegs. Ach so. Gerade. So, okay. Okay, ich hab. Super. Okay, wenn ihr Probleme habt oder so, dann könnt ihr mich immer anrufen. Na klar, immer als erstes. Ja. Das gilt auch für Sie, ne? 911. Ja, hab ich heute gemacht. Vielleicht mach ich heute wieder irgendwo einen Überfall. Das machen Sie bitte nicht. Ah, besser nicht. Ich muss ja ins Gefängnis. Warum? Weil ich zu den Häftlingen will. Und dann? Will mit denen ein bisschen quatschen. Und was gibt es so zu quatschen? Ich will die therapieren. Oh, das ist immer eine gute Sache. Ja, aber keine lässt mich rein. Oh. Da ist auch nicht so schön, sag ich ehrlich, ne? Das ist alles dreckig. Das kann ich ja nicht wissen. Ich war ja noch nicht da. Also ich war schon mal da, aber das war trotzdem nicht schön. Und warum warst du da? Dann war ich Polizistin, weil ich musste manchmal hin. Also ich Polizistin bin, komm ich rein? Ja. Ich will Polizistin werden. Da müssen sie sich bewerben. Ich weiß nicht, bei wem von den Leuten bauen sie bei. Braucht die Polizei irgendwo eine Seelsorgerin? Ich weiß gar nicht. Aber ich kenne jemanden, der macht eine Nummer gegen Kummer. Aber ich glaube, die kommen nicht rein. Oh, Nummer gegen Kummer. Ja, gibt es schon eine. Tatsächlich, der macht das so als Business. Ansonsten, ich weiß nicht, das Community Center macht ja, arbeitet ja mit... Ja, da bin ich schon im Gespräch. Vielleicht dadurch mal irgendwann. Na gut, ich finde schon irgendeinen illegalen Weg. Da können sie ja über das Community Center ein Projekt ins Leben rufen, dass sie Häftlinge rehabilitieren wollen. Ja, Tanzkurs oder so mit denen. Weiß ich nicht, was machen die so gerne. Oh, ich kann singen. Das auch. Ja. Oder Sumba oder was. Ja. Bin ich wollte. Sumba. Das ist echt nicht, sag ehrlich, wie ist es? Da sind noch ein paar Mexikaner drin. Ich glaube, die können nicht bespielen. Das ist... Oh, ist das Mexiko? Was? Sumba. Ich weiß nicht, woher herkommt. Eine Ahnung. Ich habe das mal gelesen. Wenn es beim Fidi nicht klappt, werde ich Sumba, Sumba die ganze Nacht. Absolut. Können Sie Sumba? Hm, ich kann alles. Also ich habe gesagt, wenn es beim Fidi nicht klappt, werde ich J-Pop-Idol. Alle wollen J-Pop und K-Pop-Idol werden. Hä, wer denn noch? Na, zum Beispiel die Yuna. Wer ist Yuna? Äh, äh. Der ist ja auch so ein pinkhaariger. Was liegt in den Gen? Ich sag's. Die werden bei K-Pop-Star werden. Achso, ja. Anderes Land. Bin ja Japanerin. Dann ist sie bestimmt schon Koreanerin. Hab ich dich schon gefragt, ob du Japanisch kannst? Bisschen? Noch übrig geblieben? Äh. Äh, du. Anatawa Nihonjin desu-Ko? Oh. Kannst ja nur... Noch mehr als ich. Oh. Ich habe hier wie cute gelernt. Oh. Also kannst du doch nicht. Oh, schade. Ex-Post. Gut. Ja, dann. Ja, dann fahren sie mal hier. Wir werden mal hier raus, bitte. Auch hier mal. Ja. Ja. Mann, immer sagen alle Japanisch und keiner kann Japanisch. Das ist doch nicht deren Ernst. Oh, schade Sie wurden gerade ex-Post. Oh. Oh, gut. Wer ist ein Abstand halten? Da war was, ja. Sie nicht so... Äh, Bäm. Jetzt dürfen sie fahren, Bäm. Schönen Tag noch, Bäm. Möshin, Shishi, Sayonara, Matane, Arigatou gozaimashita. Möshin, Shishi, Sayonara, Matane, Arigatou gozaimashita. Ja, ja. Ich kann mir auf Japanisch antworten. Niemand. Kein einziger. Ich stelle immer die gleiche Frage. Immer ist es die gleiche Frage. Jedes Mal. Bist du Japaner? Bist du von japanischer Herkunft? Das muss man auch nicht können. Nö. Weiß nicht. Also nö, natürlich nicht. Aber wenn ich jetzt von der Herkunft was spiele, dann will ich die Sprache ja können. Guten Tag. Hallo? Vielleicht ist hier mit Melodien. Ja, wer ist da? Ja, das reicht mir schon. Ich wend mich später nochmal. Okay. Das ist ein Creep. Das ist ein Creep. Das ist ein Creep. Ich gehe nicht in unbekannte Nummern rein. Das ist ein Creep. Also, das ist ein Creep. Das ist ein Creep. Das ist ein Creep. Ich gehe nicht in unbekannte NEW- Schneller! Ich hab ein SMS bekommen. Nicht hinni am Steuer! Nicht hinni am Steuer! Nicht hinni am Steuer! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh Mann. Nächstes Mal aufpassen, weh nur in der South den Basie überm Kopf haust. Du bist jetzt vogelfrei in der South. Mann! Ich wollte keinen Gang-RP. Hey. Hallo. Was ist denn bei Ihnen? Alles okay? Nee. Wie, nee? Ich habe gerade einen komischen Anruf bekommen. Jetzt nochmal ohne Finger am Mund. Was? Ich habe gerade einen komischen Anruf bekommen. Einen komischen Anruf bekommen? Ja, von unbekannt. Und jetzt habe ich ein SMS bekommen, dass ich keinen Vogel habe. Ich glaube, Sie haben einen gewaltigen Vogel, Ma'am. Nee, der hat gesagt, ich bin vogelfrei. Nee. Okay, warten Sie. Sie haben einen Anruf bekommen, in dem Stand, dass Sie vogelfrei sind. Ja. War das ein Freund? Ein Kollege? Nee, das war ein gruseliger Typ, den ich nicht kenne. Okay. Hey. Scheiße, und ist der Glückstag. Und meiner vielleicht auch. Warum? Also. Scheiße, warten Sie. Diese beschüssene Zündung. So. Bleiben Sie ruhig sitzen. Schließen Sie ab, wenn Sie sich umwohl fühlen. Also. Aber machen Sie das Fenster ein bisschen runter, dann hören Sie mich nicht. Ja. Okay. Mein Name ist Stone. Detektiv Stone. Überall Detektiv. Was denn das? Haben Sie einen Hund dabei? Nee, ich war überrascht. Ah. Ich verstehe. Also. Grüße erst mal. Hallo. Wie ist denn Ihr Name? Hallo. Ich... Ich bin Melody. Melody. Scheiße. Hey. Gibt's ein Problem? Ja. Okay. Ich frag noch mal. Gibt's hier ein scheiß Problem? Ja, mein Tank ist leer. Habt ihr vielleicht Tank? Verpissen Sie sich. Zackig. Wie? Ich sag's nicht noch mal. Hey, wir sollten ja von dieser Bahn runter. Wir sind mitten auf der Autobahn. Okay. Okay, wo wissen Sie die nächste Ausfahrt? Lass uns mal eins weiterfahren. Okay. Ja. Und lass uns dann reden. Ja. Dieses scheiß Auto. Was ein Zufall. Stella! Scheiße, wo ist denn die Ausfahrt? Das ist rechts. Ich meinte das andere links, man. Ist okay. So weit muss ich... Scheiße. Ey, Sie tun mir jetzt aber nichts hier, ja? Ma'am. Siehst du aus wie so eine Kranke? Ja, ich weiß nicht. Ich mein nein. Absolut nicht. Na also. Wie schnell fährt denn der Elefanten schon? Das Ding ist ja richtig schnell. Also 198. 198. Okay. So, jetzt noch mal zum wirklichen Teil. Ja. Was genau, was genau war los? Also ich hab nen Anruf bekommen, gerade beim Autofahren von Unbekannt. Und der sagt so, ist da Melody? Und ich so, ja. Und er so, ja das reicht mir schon. Und dann hat er aufgelegt. Und dann ruft er wieder an und ich hab aufgelegt. Und dann hab ich ne SMS bekommen. Warte. Ich versteh die nicht so ganz. Versteht? Nächstes Mal aufpassen, wen du in den South den Basie übern Kopf haust. Du bist jetzt vogelfrei in der South. Das versteh ich nicht. Ich hab doch gar keinen Vogel. Da versteh ich nicht so. Ja, so passen sie auch. Vogelfrei bedeutet, dass sie auf der Abschlussliste sind. Ja. Wie, was für ne Liste? Ja, vogelfrei sagt man zu Leuten, die vogelfrei, ja. Also die quasi freigegeben sind. Freigegeben sind. Aber ich bin doch frei. Nein. Ja, das ist mir schon klar. Aber sie wurden quasi zur Jagd freigegeben. Mit wem haben sie sich's verscherzt? Hatten sie irgendwie in letzter Zeit irgendwelche Probleme mit irgendjemandem? Ähm, also gestern, also gestern hab ich für meinen Daddy einen Auftrag gemacht. Für den Daddy einen Auftrag gemacht? Ja, mein Daddy ist für den jetzt von Richmond. Ach du Scheiße. Ihr Vater ist... Warum reagieren immer alle gleich, wenn ich das sage? Ja. Ihr Vater ist Findys von Richmond? Ja. Der Bekloppte von der Tankstelle? Ich mein, der nette Herr von der Tankstelle? Ja. Ach du Scheiße. Hab ich schon ach du Scheiße gesagt? Ja. Haben sie. Okay. Weiß der schon darüber Bescheid? Der hat mir grad geschrieben. Falls sich heut richtige Gangster anrufen, sag mir Bescheid. Wer hat das jetzt gesagt? Mein Daddy. Okay. Okay, 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 okay. Naja, auf jeden Fall waren wir dann gestern, hat er meine Hilfe gebraucht. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja kannst du mal, du kannst ja so viel quatschen, kannst du mal mit den Leuten da vorne quatschen und die tot quatschen und so. Ja. Und dann ruft er mich so an, als ich mit den gequatscht hab und meinte, willst du mich mal so richtig stolz machen? Dann haut er mal mit dem Baseballschläger auf den Kopf. Und da hab ich gedacht, ich weiß nicht, kann ich das machen, kann ich das nicht machen. Ich bin doch gegen Gewalt. Ich weiß nicht, ich hab sowas noch nie gemacht, aber ich mag's, wenn jemand stolz auf mich ist und so. Und dann hab ich das gemacht und dann hab ich gesagt, tut mir leid, ich muss ja mit dem Baseballschläger auf den Kopf holen und hab ich das gemacht und hab mich weggerannt. Scheiße. Du hast dir mal mit dem Baseballschläger auf den Kopf gehauen? Ja. Wer war denn das? Weißt du das? Ähm, ne, mein Daddy weiß das. War immer mit roten Haaren. Okay. Und das war wo? Nochmal? An irgendeiner Kirche. Ach du Scheiße. Ja, okay, du bist am Arsch. Aber war schön dir geholfen zu haben. Ähm. Nein, was auch folgendes. Wir machen folgendes. Gut, wenn dann Danny Rich mit ist, dann hat er passiert auch ein paar Leute am Start. Bin ich mir sicher. Das heißt, er werde zusammen die Scheiße ausbaden. Wenn's wirklich hart auf hart kommt, ja, dann sagst du mir nochmal Bescheid. Und dann kreide ich mir die Typen. Mit ein paar Leuten. Okay. Aber du musst eine Sache natürlich jetzt wissen. Die wollen natürlich jetzt eine Revenge haben. Vielleicht kann man irgendwie ein Gespräch führen oder so, dass er denen irgendwas gibt. Was habt ihr denn hier so? Ähm. Ich hab nix. Ich hab Klamotten. Das ist super. Das ist schon mal echt gut für eine Verhandlung. Ja. Das kann wirklich gut werden. Also schreib dir meine Nummer auf. Die 470? Ne, warte. Ne. Willst du meine Nummer? Nein. Du sollst mir meine aufschreiben. Ne, ne. Der meiste andersrum. Andersrum? Ja. Okay. Dann sag mir deine Nummer. 208? 208? 123. 123. Ja. Wirklich? Ja, klar. Bei 08 123? Ja. Okay. Der Name war Melody. Ja. Heißt du auch von Richmond? Ich bin Melody Jensen. Ja, richtig. Ganz genau. So, ich hab mir auch Melody rein. Wie hängt denn das alles? Bist du auch adlig? Nein. Ähm. Ich wär kurz ins Empire eingetreten, weil die wollten, dass ich da hingehe. Ja, super Idee. Ganz toll. Echt? Ja, klar. Noch mehr Bekloppte da oben. Gute Idee. Ich bin einfach weggerannt. Ja, das ist richtig. Ich glaub das war die richtige Entscheidung. Das hättest du vielleicht auch tun sollen gestern, als dir jemand gesagt hat, du sollst mit dem Baseballschläger jemanden verdammt noch mal eins über die Rübe ziehen. Aber, ich wollte auch noch jemanden stolz machen. Und, war er stolz? Ja. Großartig. Ja. Ja, ob er auch stolz darauf ist, wenn seine Tochter bald tot ist? Ich... Ich... Ich bin doch nicht tot. Ich lebe doch. Noch nicht. Kind, du bist vogelfrei. Nochmal. Ich hab keinen Vogel. Ja, das werden gute Gespräche werden. Ich merk's jetzt schon. Na gut. Folgendes. Vielleicht solltest du dir eine andere Kachel zulegen. Die wissen sicherlich, dass du mit dem Ding da unterwegs bist, oder? Ich kann nicht mit einem anderen Auto fahren. Das ist kein Auto. Das ist ein beschissener Elefantenschuh. Du kannst mit dem Roller fahren oder was auch immer. Alles was größer ist als das Ding. Aber... Was soll das denn? Warum gehst du auf Auto? Sagt man das so bei euch Jugendlichen? Ja. Gehst du auf Auto? Ich geh... Wie auf Mutter, auf Auto. Ach, verstehe. Nein. Ich wollte nicht auf Auto gehen. Ja. Aber... nutze deine Sicherheit. Oder du fährst vielleicht bei den Jungs mit. Aber ich bin doch selbstständig. Ja, großartig. Aber wenn doch fünf Leute kommen zu dir, ja? Die alle mit einem Baseballschläger irgendwie aussteigen. Und du mit dieser Kiste da bist. Die hauen einmal auf die Karre und dann ist das Ding in zwei Teile. Aber... Aber... Ich hab ja... Also... Also der Typ, der mich angerufen hat, der stand ja unbekannt. Aber jetzt hat er mir eine SMS geschrieben. Das heißt, ich hab ja hier seine Nummer. Der ist ganz schön doof. Oh. Sehr gut, gut, dass du sagst. Ich bin schlau und intelligent. Absolut. Ich auch. Übrigens, der Typ... Du müsstest ja die Nummer vorhin machen, nicht wahr? Ja. Gib mir mal die Nummer. Rufst du da jetzt an? Wollen wir das machen? Ja, mach mal. Ja. Sag, du bist ein Taxifahrer. Okay. Okay. Dann mach ich nochmal. 413. 413. 668. 668. Gut. Ich speckere die mal kurz ein. Ja. Moment. Also du musst dir nochmal eins sagen. Warte. Kann ich so mit dem Ding... 413. Ja, 413. 668. 668. Ja. Typ. Ja. Ich mach vorher meine Nummer raus, ich bin ja clever. 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 Ja. Denk bin ich auch privatdetektiv. Der Beste übrigens. Nur nebenbei. Wow, cool. Ja. So, ich guck mal gerade. Ne, 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 ne. Ach, hier ist er. Okay. Seid nicht erreichbar. Ich probier's weiter. Warte, warte, warte. Ich überleg, ob ich anrufe und mich entschuldige. Nein, mach das nicht. Warum? Warum solltest du dich entschuldigen? Glaubst du ernsthaft, da kommt eine Entschuldigung an? Die haben gesagt, du bist vogelfrei. Ja, weil ich keinen Vogel habe. Ich kann ja auch einfach in den Zolladen gehen und mir einen kaufen und sagen, ich hab jetzt einen Vogel. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, dann sag ich entschuldige und schenk den hin. Ja. Also, ich, ja. Ich probier's weiter. Wünschgesprächswarten ist zur Zeit nicht erreichbar. Herr, der vielleicht Flugmodus an. Könnte sein, ja. Bist du dir sicher, dass es die Nummer war? Wir werden gleich nochmal ganz kurz ab. Also. 413668. Ja. 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 Ja, okay, okay. Na gut, was auch immer. Aber ich hab's hier auf jeden Fall schon mal. Ich frage deine. Ach so, ja. 470. Ja. 475. Wow. Wie heißt du? Darren Stone. Wie? Darren Stone. Wie? Schreib einfach Stone wie Stein. 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 Ja, richtig. Okay, Stein. Okay, Stein. Sehr gut. Das ist ein komischer Name, Stein. Na ja, ich kann's aber nicht aussuchen. Ja. Ist nicht so wohlklingend wie Melody. Melody Cinderella. Du heißt Melody Cinderella? Ja. Heilige Scheiße, okay. War wirklich schön, dich kennenzulernen. Und noch eine Sache. Guck wirklich, dass du nicht mit dieser Kiste jetzt weiter rumfährst. Besorgt dir irgendwas anderes, keine Ahnung. Frag die, ob die dich irgendwo rumkutschieren oder so. Weil das ist echt saugefährlich. Mhm. Ja, mal gucken. Es ist wirklich gefährlich. Oder du liebst das Risiko. 14.30 zu 32 sind so ne Scheiße. Das geht auch. Aber, nochmal. Könnte natürlich sein, dass du vielleicht morgen nicht mehr aufstehst. Oh. Ja. Ich steh immer auf. Ja. Ich hoffe, dass es weiter und so bleibt. Ja, okay, Stein. Wenn du was brauchst, Stein, melde dich bei mir. Gut. Was kannst du denn anbieten aus irgendwelchen Leuten? Gäßverschläge auf den Kopf ziehen? Also, Seelsorge. Ich bin Psychologin. Ich bin auch Polizistin. Und ich bin Krankenschwester. Und ich will ins Gefängnis. Ich verstehe. Nun, gut. Ich sag mal so. Wenn du dich ausgibst von den allen vier Dingen, die du mir vorher genannt hast, dann wird es mit dem Gefängnis auf jeden Fall klappen. Ganz sicher. Ja. Ja, das ist ein guter Weg. Das ist wirklich ein guter Weg. Ja, ich geb mir Mühe. Ja. Seh ich. Seh ich. Ja. Hast schon einen guten Anfang gemacht, ja? Ja. Hey, und noch was? Melody. Ja. Rede mit deinem Vater darüber. Ja. Und sag ihm, er soll die Scheiße ausmaden. Nö, ich bin sauer auf den. Du bist sauer auf den? Ja. Warum? Der hat mein Auto weggenommen und hat, äh, und das war ja, musste ich heute bei der Polizei abholen, deswegen bin ich jetzt sauer und ich bin in der rebellischen Phase. Ich verstehe. Ja. Dann besorgt er eine Knarre und mäht alles um, was dir in den Quake kommt oder so. Boah, wo krieg ich die? Bei Ammonation, ja. 4.000 Dollar kostet das. Hast du Geld? Ich hab 1230 dabei. Nicht gar so viel. Ich hab 20 Dollar. Das glaub ich dir nicht. Dein Vater ist reich. Der hat eine beschissene Tankstelle. Der, der, der tut nur so. Der leitet sich immer nur alles aus und hat Schulden ohne Ende. Wusste ich doch. Oh, Schlapler. Ja. Wie diese Typen aus dem Empire, genau das gleiche. Ich kann mir nicht mal einen Pfannkuchen kaufen, der kostet 40 Dollar. 40 Dollar. Okay, was auf. Zu deinem eigenen Schutz. Wenn wir uns wiedersehen, gibst du mir die wieder. Hast du gehört? Einmal. Ach. Warte, 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 warte. Ich mein das ernst. Ja. Ach. Warte ran hier. Ach. Gut. Hey, das hast du nicht von mir her. Oh mein Gott. Scheiße, verfluchte Scheiße. Scheiße, ich hab den Teufel erschaffen. Oh, ich hab die Pistole. Ja, ja, ist okay, steck das Ding weg, steck das Ding weg, verfluchte. Ja, ja. Meine Güte. Okay, pass auf. Das wichtigste, ja, wenn du mit der Pistole irgendwas machst, nicht diesen kleinen Hebel, da wird man Abzug drücken. Einfach nur erstmal ein bisschen mit ihm reden. Sag einfach so, hey, Hände hoch oder so eine Scheiße. Nein, nein, hey, pass auf die Tonne, die Tonne ist der Typ. Oder die Dame oder was auch immer. Ja. Jetzt red, ja, red mal mit denen. Hände hoch! Scheiße, das, das war sein Zeh. Bist du verkloppt? Das kannst du nicht machen. Du hast gesagt, so soll ich das machen. Nein, du sollst nicht abdrücken, du sollst einfach nur, du sollst ihnen nur sagen, die haben doch Angst, wenn die deine Waffe sehen. Wieso gebe ich die Munition? Bin ich eigentlich dumm? Ich bin wirklich dumm. Okay, nochmal. Ja. Versuch zwei. Okay. Was soll ich machen? Hände hoch, sag einfach Hände hoch. Hände hoch! Du musst schon die Waffe auf ihn richten. Ach so. Hände hoch! Sehr gut. Und jetzt steckst du sie wieder weg. Scheiße! Ich hab daneben geschossen. Ja, richtig, das kannst du machen. Ja. Das ist in Ordnung. Ja. Hier irgendwie ein bisschen weiter unten auf dem Fuß oder so, dann ist das halb so wild. Okay, immer Fuß zählen. Ja, Fuß zählen ist gut. Okay. Gut, also ich sag mal so, dein vierter Wunsch wird bald in Erfüllung gehen. Aber, ja, sehr cool, wirklich sehr cool. Du bist cooler als mein Daddy. Ja. Den Satz höre ich oft, glaub mir. Du bist jetzt mein Onkel. Onkel? Onkel Stein. Onkel Stein. Großartig. Ja. Ich wollte schon immer eine Nichte haben, die ich nicht wollte. Ja. Bisschen öfter. Naja, gut. Hey, Melody. Ja. Guck, dass du auf dich aufpasst. Ja. Wenn irgendwas ist oder irgendwelche Leute dich bedrohen, du merkst irgendwie du es verfolgt oder irgendwas. Ja. Pingel durch, in Ordnung. Okay, mach ich. Und du sag jemand anderem Bescheid, den es interessiert. Tschüss, mach's gut, Melody. Ich wünsch dir was. Bis dann, Onkel Stein. Auf Wiedersehen. Springen an. Guter Aufgang. Guter Aufgang. Oh, ja. Wie wild war das denn bitte? Oh, da gibt es ein Gegenangebot, um dir den Arsch zu retten. Ja. Daddy. Ich bin vogelfrei. Was ist das? Hm, dass du einen Vogel hast und der ist nun weggeflogen. Ich habe aber keinen. Na, ich habe dir einen besorgt und der ist weggeflogen. Denn ich habe gerade einen anonymen Anruf bekommen. Okay, was ist passiert? Erzähl mal. Also ich stehe hier mitten in der Pampa gerade und habe eine Pistole mit Munition. Wieso hast du eine Pistole? Und ich habe auf den Fals geschossen. Dreimal. Okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wollen wir uns treffen? Ja, wir gerne machen. Wo bist du? Wo bist du? Tankstelle. Wo bin ich immer in deiner doofen Tankstelle? Ja. Hier arbeite ich halt. Du machst gar nichts. Du arbeitest gar nicht. Na, ich gehe heute campen. Hallo? Was? Ich gehe heute campen. Ich will auch campen. Ah, jetzt möchtest du auch noch campen. Naja, auf jeden Fall habe ich gerade mit einem Detektiv gesprochen. Was hast du gemacht? Ich habe mit einem Detektiv gesprochen. Was hast du ihm erzählt? Alles. Melody? Ja. Was ist alles? Alles. Was ist alles? Alles! Melody, du kannst doch einem Detektiv nicht alles erzählen. Aber der hätte gesagt, der hilft mir. Der ist jetzt mein Onkel Stein. Der ist cooler als du. Deswegen ist er mein Onkel. Nein. Abgenäht. Du kommst jetzt mal her. Wo bist du denn überhaupt? Keine Ahnung. Ich bin bei 886. Wo ist denn 886? Die haben wir schon wieder geschrieben. Ich schreibe dir die ganze Zeit. Also die komische Nummer. Ich habe die Nummer von denen voll cool, oder? Ja. Ja. Ok. Ok, ich bin auf dem Weg. Ok, bis gleich. Bis gleich. Ich muss pinkeln. Ich muss so pissen. Ha, ha. Jo Digi C-H-Lami. C-H-L-A. Ach egal irgendeine Geschlechtskrankheit war positiv. Geh und Nummer 39. Lass ich's da lieber mal zum Arzt. Btw ich hab hier noch ne Kiste gön. 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 Gell. Es wird. Ich glaube heute wird gut. und entspannt. Ich habe einfach eine Pistole. Ich habe eine Pistole. Nimm die Waffe runter. Nicht auf mich ziehen. Was soll das? Hallo, Daddy. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Daddy, ich bin jetzt aufgewacht. Es ist schon so viel passiert. Es ist ganz viel passiert. Du glaubst gar nicht, was alles passiert ist. Ich bin vogelfrei. Ich habe eine Pistole. Wow, wow, cool, cool, cool. Ich habe ein Detektiv gefunden. Das ist jetzt mein Onkel. Mein Onkel Stein. Ich glaube, der ist irgendwie Detektiv Stone oder so. Und der hat mich ganz zufällig vorne am Straßenrand gefunden, an der Autobahn, als ich ganz kurz einen Heulkampf hatte, weil du mal wieder nicht da warst, weil du mal wieder deine Pflichten als Daddy nicht wahrgenommen hattest. Und deswegen war er für dich da. Und deswegen hat er einfach die Pflichten als Daddy wahrgenommen. Und er ist viel, viel cooler als du. Der hat mir einfach eine Pistole gegeben. Eine Pistole mit Munition sogar. Ich habe so gesagt, ich habe keine Munition, ich habe keine Pistole, ich habe kein Geld. Daddy so, ja, hier, nimm einfach die Pistole. Pass auf dich auf. Du musst aufpassen auf dich, damit du morgen früh aufwachen kannst. Gebe ich dir die Pistole, damit du dich beschützen kannst. Ja, pass auf dich auf, Melody. Ja. Daddy, was machst du? Daddy, bleib hier. Daddy, nein, bleib hier. Das war Spaß. Nein, Daddy, bin ich weg von. Nein, nicht wieder weg. Und Daddy, nein, bitte, war nicht weg. Nein, 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 nein. Jetzt will ich nicht mehr. Melody. Nö. Meinst du, nur weil du heute mal wieder ein Müsli gegessen hast, wo viel zu viel Zucker drin war, dass du mich jetzt hier gerade überfordern musst, oder wie? Nö, weißt du, was ich gemacht habe? Was hast du denn gemacht? Ich habe heute Nacht im Computerraum geschlafen. Ich war die ganze Nacht bei YouCute. Was hast du gemacht? Ich war die ganze Nacht bei YouCute. Ich habe dir doch verboten, dort zu sein. Ist mir egal, ich mache es trotzdem. Melody. Daddy. Ich möchte, dass du mir die Pistole überhättest. Auf gar keinen Fall. Du bist noch nicht so weit. Auf gar keinen Fall. Nein. Du gibst mir nicht mal eine, um mich zu beschützen. Hast du mich einmal gefragt, deswegen? Ich habe ihn auch nicht gefragt, er hat mir eine gegeben. Du gehst zu irgendwelchen wildfremden Leuten, die dir eine Pistole... Warte mal, du hast eine Pistole von einem Detective? Ja. Melody? Ich gebe dir was tausendfach cooleres. Aber ich brauche die Pistole. Nö. Du bist sicher, dass du... Guck mal, du kannst ja... Hol mal deine Pistole raus, ja? Zeig mal, wie die aussieht. Ach, so schlicht, so dunkel, so schwarz. Aber als sie registriert ist, glaube ich. Wie wäre es, wenn du sowas hättest? Nö, das ist langweilig. Das ist langweilig? Das ist langweilig. Du willst sie nur haben, weil sie... Weil... Weil sie detektiviert ist. Ja. Hehe. Du kannst diesem Mann nicht trauen. Das ist ein Detective. Aber der war nett. Das sind die immer. Die legen einen rein. Und dann wollen die einen ins Gefängnis bringen. Noch schlimmer. Die lassen einen nicht mehr raus. Noch schlimmer. Ich musste heute Morgen mein Auto bei der Polizei abholen. Weil es Schusslöcher drin hatte. Bist du gestern Abend noch mit meinem Auto gefahren? Nein, bin ich nicht. Mhm. Sicher? Sehr sicher. Ich bin relativ zeitnah ins Bett gegangen, tatsächlich. Mhm. Komischerweise musste ich das heute nämlich abholen. Du hast abgeschlossen, oder? Ich habe abgeschlossen. Hier. Die Haustür stand heute Morgen offen. Du hast mein Autoschlüssel. Ja, aber ich bin dein Auto nicht gefahren. Ich will auch dein Autoschlüssel. Müssen wir erstmal nachmachen lassen. Pff. Nicht so ein Benehmen, junge Dame, ja? Du fragst nicht mal, was nun war mit diesen komischen Vogelfreileuten. Gut, Melody. Dann komm mal her. Komm mal. Komm, setz dich erstmal. Komm. Wir setzen uns jetzt hier hin. Und du erzählst mir erstmal von deinem Tag. Und von Anfang bis Ende. Komm, Melody. Komm. Setz dich. Ich gucke auf dich herab, weil ich sauer bin. Melody. Ich möchte doch gerade ein nettes Gespräch mit dir führen. Kannst du dich nicht einmal zusammenreißen? Ich schrei mich nicht so an. Ich schrei, wenn ich will. Ich kann auch wieder schreien. Mein Hals, du gehst mich wieder besser. Oh, schön. Dann können wir ja dies jetzt gleich ausdiskutieren. Also. Ja, fangen wir an. Also, du wurdest, äh, angerufen, angeschrieben. Also, ja, ich war im Auto fahren und dann hab ich einen Anruf bekommen. Auf unbekannt angelehnt. Und dann sagt er so. Ich glaube, Melody. Und ich so. Ja. Und er so. Das reicht mir schon. Und dann hat er aufgelegt. Und dann hat er nochmal angerufen. Aber da bin ich nicht rangegangen, weil ich geh nicht mehr an unbekannte Nummern ran. Und dann hab ich eine SMS bekommen. Warte. Er schrieb. Nächstes Mal aufpassen, wen du in der South den Basie über den Kopf haust. Du bist jetzt vogelfrei in der South. Oh, warte mal. Sag mir mal bitte die Nummer. 4 1 3 6 6 8. Nun, das ist ein gewisser Herr Stroud. Herr Stroud ist der OG, so nennt er sich selber, von diesen For You Gangster. Einen OG. Einen OG, ja. Und du hast seine Freundin, geliebte Bitch, wie man sie auch nennen kann. Er hat gestern einen übergebraten. Hast du gut gemacht, übrigens mal so. Ja. Ja, und da bin ich wirklich ein bisschen stolz auf dich. Ja. Ja. Ein bisschen. Ein bisschen, sehr viel, ja. Sehr viel. Ich meine, ja. 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 Wirklich? Ja. Echt? Übertreibs nicht. Na ja, auf jeden Fall hat er mir nochmal geschrieben. Hm? 20 Minuten später. Oder gibt es ein Gegenangebot, um dir den Arsch zu retten? Das hat er gesagt. Hm. Ja. Melody, wie gut kannst du zielen? Äh, sehr gut. Bestimmt. Okay. Ich möchte das mal austesten. Du ziehst mal deine Waffe. Drehst dich um und, äh, zielst auf... Da hinten ist so eine rote kleine Tonne. Wenn du die triffst, beim Umdrehen, bin ich stolz auf dich. Eine rote. Dann habe ich eine Idee. Da steht so eine rote, bei so Paletten, meine ich, äh, da steht so eine kleine rote Tonne. Keine und Feuer. Nicht lang überlegen. Ich, 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 ich sehe keine. Bei die Paletten, geradeaus. Oder die Weiße neben den Toreingang. Hab's getroffen? Hm. Schon ein bisschen besser. Und jetzt musst du aber noch ein bisschen trainierter sein. Weil die Herrschaften sind ein bisschen anders trainiert. Das heißt, die bewegen sich auch. Nein. Nein, du ziehst. Wir machen das anders. Tja. Ich mein's so. Bang, bang, das ist ein Unfall. Hier, ich geb dir mal was. Nimm das mal in die Hand. Ja. Äh, dafür musst du wahrscheinlich deine andere Pistole erstmal in deine Tasche stecken. Ja. Warum geht das nicht? Äh, dann musst du vielleicht, äh, vielleicht mal kurz an die, um die Ecke gehen. Weil hier vielleicht, äh, meine Wenigkeit, das nicht sehen möchte. Mahoni, danke für deinen Sub. Nelly, danke für zwei Monate. Nein, noch nicht, noch nicht. Vergiss dich, Melody. So, jetzt kommt aber die Übung. Du musst mich quasi treffen. Ähm, okay. Versuch's einfach mal. Ich hab dich getroffen. Ja. Jetzt gib mir mal kurz einen Moment. Okay. Jetzt kommt die nächste Übung. Ja. Ja, jetzt kommt die nächste Übung. Level Nummer zwei. Das ist ein Hardcore-Level. Okay. Jetzt bewege ich mich anders. Ja, das war nichts. Äh. Okay, scheiß auf. Der D-D-D-W ist nicht so agil. Ja, ich bin ja auch alt. Ja. Ich bin halt nicht so agil wie die anderen Leute. Aber mit solchen Manövern müsste man tatsächlich von denen erschaffen rechnen, ja? Aber ich kann doch nicht auf die schießen mit der Pistole, oder? Nun, Melody. Die haben dich für vogelfrei erklärt. Aber die würden mich doch nicht erschießen, oder? Du hast leider, wie gesagt, die Dame angegriffen. Ja, und? Die machen jetzt Jagd auf dich. Auf der Straße sagen die quasi, die wollen jetzt sein Head haben. Ja. Aber, aber ich... Das ist wie bei diesen komischen... Was hast du mal gesagt? Du schaust immer diesen Antimates. Ähm. Ja, dieses... Wanted. Plakat. Dead or alive. 20 Millionen Berries. Oh. Ach so. Richtig. Wollen die auch das One Piece? Ja. Bin ich das One Piece? Nein. Oh. Aber kann ich nicht da anrufen, mich entschuldigen? Könntest du probieren, natürlich. Aber du bist doch eigentlich schuld. Richtig. Ich sag dir das einfach. Hm. Ich dachte eher sowas von wegen, du lieferst mich aus. Soll ich dich ausliefern? Richtig. Du lieferst mich aus. Und dann planen wir den Hinten halt. Und nimm die nochmal, Hops. Oh. So richtig feifett? Richtig feifett. Oh, können wir nicht, können wir nicht einfach normal sein? Normal sein? Melody. Ja. Möchtest du normal sein? Möchtest du jetzt gleich schön gemütlich nach Hause gehen? Gleich ein bisschen Fernsehen gucken? Ja. Vielleicht irgendwie YouCute irgendwelche Livestreams dir angucken? Auf die Couch legen und Fernseher machen und am Handy YouCute konsumieren. Ja. Und dazu vielleicht noch ein bisschen mal zu den Snacken haben. Ja, wie eine Pizza. Eine Pizza möchtest du haben? Ja. Und dann, sagen wir mal, so in zwei Stunden dann ins Bett gehen. Ja. Das ist kein Problem. Soll ich dich nach Haus fahren? Ja, warst du mit? Natürlich, ich habe auch nichts mehr auszustimmen. Endlich. Ich verziehe, ich verziehe mich dann aber ins Büro, ne? Ich muss dann auch ein bisschen am Computer, ne? Machen. Daddy, sag mal, warum ist immer, wenn die Leute fragen, wenn ich immer deinen Namen sage, die reagieren immer alle gleich? Die sind immer super nett zu mir und dann sage ich so, ja, bla bla, mein Daddy. Und dann, wer ist denn dein Daddy? Und wenn ich deinen Namen sage, immer, oh Gott, ah, du Scheiße. Oh, uff, oh nee. Warum? Kann ich gar nicht erklären, also ich weiß es auch nicht. Ich glaube, die sind alle neidisch tatsächlich. Richtig. Weißt du, ich habe so viel Erfolg in meinem Leben, schon erreicht, oder alles schon erreicht, was sie alles schon, ja, versucht haben. Oh. Aber letzten Endes, wir bringen es einfach nicht. Egal, was wir machen. Ich kann es aber besser. Okay. Aber nein, nein, stimmt, wir wollen heute auch was Ordentliches machen. Melanie? Ja. Wir gehen heute campen. Aber du willst ohne mich. Du darfst gerne mitkommen. Bloß das Ziel des Camping-Trips ist natürlich was anderes. Würmer jagen. Wir jagen was? Ja. Schmetterlinge handen. Ein Hut. Ein Hut? Ein Hut. Ein One Piece. Richtig, das One Piece. Ein Strohhut. Ja, nicht ganz ein Strohhut. Okay. Ein Sheriffshut. Oh. Von einem gewissen Herrn Schaller. Und was ist der Sinn? Wir kriegen Kohle dafür. Oh. Okay. Wir müssen diesen Hut abgeben. Okay. Und Kohle bedeutet Taschengeld. Taschengeld bedeutet, du kannst noch irgendwie Abonnements abschließen auf Netflix. Kriege ich jetzt nach Taschengeld? Ist ja ein neuer Tag, nur als Glück. Danke. Bitte schön. Ne. Was hättest du davon? Ja. Wunderbar. Aber wir sollten das nicht komplett nur wir zwei machen. Wir sollten noch ein paar Leute dazu holen. Ja. Ich will Pinsel nie wieder sehen. Ich auch nicht. Ja. Hm. Kannst du gut auf den Täter aufpassen, den ich gegen ihn hab? Äh, ja, kann ich machen. Gut. Der ist verdammt teuer. Okay. Aber wo muss ich jetzt eigentlich aufpassen? Das regeln wir heute auch noch, dass sie uns in Ruhe lassen. Aber die sind nicht im Norden, oder? Nein. Die sind im Süden. In das Haushalt. Die Südstadt sozusagen. Okay. Ja, ich wollte jetzt ein bisschen rumfahren. So, mach das. Ich meld mich dann. Okay. Wenn was ist, meld dich bitte, Melody. Ja. Ich hab jetzt einen Taser. Ich hab eine Pistole. Ich hab einen Molotow. Du dir nicht weh, Kind. Nee, ich hab... Ich guck jetzt erst mal ein paar Tutorials auf YouTube. Ich hab dir das doch verboten. Ist mir egal. Und du beschwerst dich, dass dein Datenvolumen nachher wieder aufgebraucht ist. Ist mir egal. Okay. 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 Mann, das Auto muss noch schneller fahren. 166 war Maximum. 168. Was ist das für ein rotes Zeichen? Ja. 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 interessantes auto haben sie da gegrüße sie ich wollte nur fragen ob ihr nett seid ja ich bin poppy und blieb ja das ganze lieber stimmt okay ich bin irgendwie vogelfrei und deswegen wollte ich nur fragen ob ich hier sicher bin wieso denn vogelfrei ich weiß nicht warum sind ihre vögel denn jetzt frei ja ich weiß nicht ich muss einen neuen vogel kaufen damit ich nicht mehr vogelfrei bin da danke gehen sie mal verleichtete zu den rangern vielleicht haben die an der wildfang oder das ist eine gute idee du bist intelligent aber bedeutet nicht eigentlich was anderes was bedeutet vogelfrei eigentlich eigentlich dass sie gejagt werden irgendwie so habe ich noch nicht so ganz verstanden wie sie wollen jetzt für vögel jagen gehen wie jetzt sie können wir nicht einfach puff und dann das gefieder hier niederstrecken ja wir hatten auch eine lange strecke bis nach hier oben ich bin 20 minuten gefahren ja wie vielleicht sogar länger gefahren sind die schlange unterwegs ich bin auch ein sicherer fahrer definitiv auf jeden Fall sind hier keine kriminellen ja nein nein hier gibt's noch nicht ach so wo bist du denn sonst ich bin poppy vom poppornshop ja ein shop ja was für ein shop Pornshop. Pornshop. Porn? Popcorn? Nein, also wir haben keinen Korn da. Wir kaufen keinen Alkohol, Lady. Das ist free. Popcorn. Nein. Pornshop. P-A-W-N. Pa-W-N. Pa-W-N. Nee, Pa-Pa-Wel arbeitet nicht da. Nur Bronco, Igor und Irish. Und ich. Und was hast du für Sachen? Ja, vieles an elektronischen Sachen. Oder falls sie Sachen haben, können sie die auch dort verkaufen. Sie müssen da einfach mal vorbeischauen und sich umschauen. Wo ist das? Das ist unten in der Stadt. Na? Ähm. Das ist bei... Bei... äh... 51, 53. Ging immer von der Werkstatt. Hayes Auto Body Shop. Okay. Mhm. Hab ich mir aufgeschrieben. Ja? Ja. So, Lady. Wollen Sie jetzt zum Friseur? Eigentlich schon, ja. Sie ist ja heute mit dem Flieger angekommen. Und ich fahre hier gerade... Haben Sie eine Toilette da drin? Ach, jetzt wollen Sie mich ja auch noch wieder warten lassen. Das kann doch nicht wahr sein. So kurz Pipi. Ja, das ist doch wirklich nicht wahr. Mann. Tut mir leid. Geht ganz schnell. Ja, toll. Danke. Bitte. Ja. Das kommt, wenn man so mit Bier säuft. Ja. Bier ist ungesund. Und wer einmal geht, geht immer. Pui. Ist für die Niere schlecht. So, ich guck doch mal, ob der... Ja? Der Herr jetzt da ist beim Friseurladen. Ja, damit ich die Dame da mal endlich absitzen kann und los bin. Ist das deine Freundin? Nein. Ich hab die vorhin... Die kam da vorbei und meinte, sie wär vorhin vom Flughafen gekommen. Oh. Und wollte sich... Ja, zum Kleidungsladen. Hab ich sie hingefahren. Also bist du hilfsbereit? Oh, 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 oh. Ja. Dann musst du den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Hast du Geld? Ich? Ja. Warum das denn? Oh Mann, ich kann mir nicht mal einen Pfannkuchen kaufen. Ich hab nur 20 Dollar. Hast du Hunger? Ja. Also wie denn? Sie wollten doch gerade Gefieder schießen. Jason, der Retter in der Not. Ich hab gar nichts. Willst du eine Currywurst-Pommes haben? Ja, bitte. Mit oder ohne Schranke? Nein. Was? Schranke. Mit Ketchup und Mayo bedeutet. Ach so, mit. So war mein ich dir. Jason? Könntest du mir noch zweimal jeweils eine Zigarre mit? Von jeder Sorte zwei? Ist ja nicht jeder so auszügig, ne? Ja, das stimmt. Mhm. Mein Daddy hat mir heute nämlich keine Taschenkelke gegeben. Oh. Ja. Ach nicht. Daddy, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Wie alt sind sie denn? Ich bin 20. Okay. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich wirke viel älter. Ja. Ein Bildung ist auch eine Bildung. Ja. Ja, wenn es die einzige ist. Hm. So, ich bin wieder da. Ja. Ja, also, wie gesagt, ihr könnt schon mal, ihr könnt schon mal zum Friseur vorfahren werden. Ja. Ja, er würde ja herrutsch sagen. Oh, okay. Okay. Bist du beim Friseur? Ja, die sind gerade, die haben ja noch schnell was gegessen und die Dame mussten nochmal auf die Toilette. Die kommen jetzt rum. Ich bin gerne mal egal. Es bleibt gleich. Ciao. So, also, der Friseur ist da. Sie können gerne rumfahren. Nicht dafür, immer gerne. Danke, Jason. Oh. Ja. Ja. Ich bin echt dran. Ich bin echt dran. Der Friseur ist da, der Friseur aus. Oh. 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 Jetzt werden wir den Motor auszumachen. Vielen Dank. Das ist nur eine doofe NPC-Frau. Mann! Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ja. Ich pisse euer Gehalt. Ihr geringer Verdiener. Ich pisse das. Oh, 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 oh. Ach, schade. Oh, die Leitung ist belegt, aber sie ist da. Entschuldigung? Was geht? Hast du dir jetzt eine Pistole? Nee, warum soll ich mir jetzt eine Pistole kaufen? Hm, weil hier so ein Laden ist. Ja, aber der hat ein anderes Werkzeug auch, oder? Wie bitte? Der hat auch Werkzeuge, wie Messer, Hammer oder andere Utensilien. Holst du dir ein Messer? Nee, ich hol mir einen Hammer vielleicht. Warum? Warum nicht? Schlägst du Köpfe ein damit? Nee, warum soll ich Köpfe einschlägen? Weil alle hier so aggressiv sind. Ja, ich glaube, ich bin eher der nicht so aggressiveren. Bist du Softie? Warum soll ich ein Softie sein? Nein. Nicht, weil du nicht aggressiv bist. Nee, ich fresse einfach Pilze, die was mich beruhigen. Du isst Pilze? Ja. So Champignons? Ja, sozusagen. Oder Pfifferlinge? Äh, eher Champignons. Gebraten oder roh? Roh. Ih. Warum Ih? Der Pilz ist nicht lecker, vor allem nicht roh. Hast du schon mal einen Rohmpilz gegessen? Nee, ich esse keine Pilze. Ja, warum? Wie kannst du die dann bewerten? Naja, weil die wachsen einfach so im Wald und da pissen Wildschweine drauf. Ja, aber es wächst viel im Wald oder irgendwo anders viel und da pissen andere. Also, warte mal, isst du Fische? Nein. Sehr gut, was isst du dann? Ich esse Currywurst mit Pommes, ich esse Pizza, ich esse Burger. Warte mal, du beschwerst über Pilze, dass du da willst, wenn du draufpissen, dann isst du Currywurst. Ja. Ja, wo ist jetzt der Fehler? Naja, dass die Currywurst nicht im Wald wächst. Nee, aber wie entsteht eine Currywurst? Weißt du das? Aus dem Darm? Ja, super, also ist das quasi... Was ist jetzt schlimmer, die Pisse von der Wildschweine oder der Darm? Ist beides eklig. Ja, können wir uns jetzt einigen, dass trotzdem die Pilze ein wenig besser sind, weil die Chance weniger besteht, dass der Wildschweine draufpissen. Du hast recht. Ja. Warte mal. Warst du nicht gestern oder... Nee, vorgestern oder gestern? Warum warst du beim Community Center? Oh, gestern. Weil sie sich doch nicht bewerben oder so bei uns. Ja. Ja, aber ich hab schon keinen Anruf. Ja, wir können dich auch schlecht anrufen, wenn wir nicht deine Nummer haben. Ah, ich hab... So hab ich meine Nummer nicht gegeben? Nee. Wir haben dir die Trippie-Nummer. Wir haben mir die Nummer vom Trippie gegeben. Ach so. Ja. Du bist Kussier-Nummer. Was? Ja. Was? Äh Entschuldigung, ich hatte Kopfschmerzen Ja, alles gut, ich würde sagen, du schaust Äh, die nächsten, was machst du jetzt gerade noch? Äh, ich fahr einfach nur rum Ah, perfekt, dann schau einfach mal die Vielleicht in 20 Minuten oder so Beim Community Center vorbei, dann sind wir alle wieder da Und dann können wir noch mal reden Okay Ah, perfekt, dann pass auf dich auf, gell? Okay, bis gleich Ja Hä? TS hat gesagt, ich war inaktiv Hallo Hallo, Dr. Quinn Hallo, Melody Dr. Quinn, ich hab gestern alles, was wir gesagt haben, benutzt Der Geringverdiener, ich pisste dein Gehalt, du bist obdachlos, du stinkst Ich war auch bei Officer Maxx und hab gesagt, arbeitest du auch für dein Gehalt Und ich hab dich noch nie arbeiten gesehen gemacht Ja Und Veränderung kommt nicht von heute auf morgen, manchmal auch übermorgen Genau, richtig, richtig Ich brauch neue Sätze Ach, sind sie immer noch nicht im Gefängnis? Nee Boah Buh Aha Also wie gesagt, ich bin ja nicht so gut in dem Gemeinsein, ne? Ich kenn aber die perfekte Person, die das super beibringen kann Ja Ähm Wenn's für dich in Ordnung ist, würde ich deine Nummer ihr mal weitergeben Sie meldet sich dann bei dir, ja? Okay Okay, machen wir so? Ja Alles klar, Melody Ich wünsch dir noch einen schönen Abend, ne? Ich drück dir die Daumen, dass du ins Gefängnis kommst Ja, danke, ich bin vogelfrei Okay Ja 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 Schön Okay Tschüss Ja Bis dann, ciao Ja, schön Ja Hä Schock, der Quinn Einfach zwölf von zehn Kamika, dann ist ein 14 Monate. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Need for Speed Wie wäre es damit, du pfeifst diesen Rich Bitch Man zurück und gibst uns 5000 Dollar als Entschädigung? Wie wäre es da, du pfeifst? Wie wäre es da, du pfeifst? Ich bin... Ich kann das alles nicht mehr, wenn du's doch pisst, ist das kein Problem oder würde trotzdem mal zum Arzt, oh shit. Ich bin... Ich bin... Ja, peace. Hallo, hier ist Melody. Was geht? Hallo, weißt du, du hast vorhin als Unbekannt angerufen und dann hast du mir ne Nachricht geschrieben, jetzt hab ich deine Nummer. Ja, das mit dem Unbekannt war, was du sehen. Achso, ich dachte, das hast du gemacht, damit's extra creepy ist. Ja, und schreib dir dann SMS. Schlau, ne? Aber das war ganz schön creepy. Ja, tut mir leid, aber... Sag gruselig. Na, auf jeden Fall. Ähm, also, ich wollte das nicht mit dem Baseballschläger gestern. Ist mir schon klar, dass das nicht von dir kam? Achso, das weißt du. Ich weiß es nicht, aber ich kann's mir gut vorstellen. Warum solltest du, wir kennen dich nicht mal. Ja, genau. Und ich, ich hab das, ich hab so'n, so'n Hörer am Ohr gehabt und ich sollte das machen. Ich wusste gar nicht, wie ich da reingerutscht bin. Wie hat das denn gesagt? Mein Daddy. Wer ist dein Daddy? Der, der Richman. Welcher Richman? Der vom Empire oder der von der Tanke? Ähm, ist der jetzt auch beim Empire? Ach, der ist auch beim Empire. Aber dem gehört die Tanke. Ja. Okay. Ja, interessant. Ja. Ja, okay. Ja, aber wie regeln wir das jetzt? Ähm, ich weiß nicht. Ich sag's einfach meinem Daddy, der macht das. Nein. Also, pass auf. Soll ich vorbeikommen? Ja, komm mal zum Galaxy Club. Wo ist das? Guck mal. 70-30. Das ist da beim MD in der Nähe. Okay. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Das sind alles so Entscheidungen, die würde ich niemals treffen. Aber ich muss sie treffen. Damit ich naiv, wesfuck bin. Und dann, bis gleich. Amen. Oh, ich darf nicht stehen bleiben. Natürlich. Melanie, wo bist du? Hallo, Melanie. Äh, hallo, Daddy. Hallo, Daddy. Wolltest du dir das vorstellen? Nein. Daddy, ich treffe mich jetzt mit den Vogelfreileuten. Mit was? Mit den Vogelfreileuten. Du tust dich mit wie? Ja, mit den Vogelfreitypen. Nein. Ihr doch? Melanie, du würdest dich mit den Hundgegster treffen, die deinen Kopf wollen. Ja, der ist voll nett. Ich hab mit ihm grad telefoniert. Der ist voll nett. Weißt du, Daddy, manchmal muss man auch an die guten Dinge Menschen glauben. Guter Mann, der vor mir steht. Da könnt ihr mir einen kurzen Gefallen tun. Und drückele sie mal eben dem Mann dort weg. Der mit den Füßen an meinem Auto ist. Ansonsten droppe ich ihren Namen. Melanie, du hast auch einen gewissen Ruf aufgebrochen. Dich? Warum? Ja, die Leute wollen irgendwie nicht mit dir reden. Die wollen nicht mit mir reden? Ja. Warum? Ja, ich weiß es auch nicht. Irgendwie, die haben so... keinen Nerv mehr. Aber ich bin doch nett. Ja, bist du auch. Ja, aber wo ist das Problem? Bei wem? Ich weiß es nicht. Wir haben alle einen gewissen. Egal. Du triffst dich jetzt mit diesen Leuten. Wir haben Galaxy Club. Du gehst auch noch... Ja, was ist... Du trinkst kein Alkohol. Du bist noch keine 21. Oh. Aber ich bin 20. Ja, und Alkohol ist erst ab 21 in Amerika. Es ist mir egal, ich bin aus Deutschland. Es ist mir egal, ich bin jetzt aber in Amerika. auch wenn hier dort gesprochen wird. Ja, aber ich trinke doch ekelein Alkohol. Muss ich mir Sorgen machen, wegen meinen Pistole? Ja, das auch noch. Kann ich die irgendwie abgeben? Ja, kommst du dann. Nee, ich vergeb die dir nicht. Kann ich hier... Wir wollten kämpfen gehen. Und jetzt kommst du und hast ja jetzt irgendwie ein Treffen mit irgendwelchen Hundgängstern. Ja, ich bin wie du jetzt. Wie ich wie? Ich will so werden wie du. Ich treff mich jetzt mit dem OG und knall den seine Rübe weg und nehme sein ganzes Geld. Oh Gott. Melody, das kannst du nicht bringen. Ich bin... Ich bin... Melody Richmond. ... im Gefängnis an. Ja. Geschwärtsjungen. Das wird wahrscheinlich mein großes Urteil sein. Melody, Cinderella, Jensen, Rhythmisch. Ja. Ja. Ich verbiete dir, dass du jetzt den Hundgängster in den Kopf schießt. Und in den Fuß? Die Kleine ziehe es okay, die Große nicht. Ich probier's. Du weißt ja, wo du mich findest. Ja, ich glaube, ich muss dich da finden, oder? Auf gar keinen Fall. Bin unterwegs. Okay. 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 Ich geh jetzt in den Galaxy Club und treff mich mit den Vogelschiffen. kugelfrei-typen Scheiße, nein, mach das nicht Ich lege gerade auf dem Boden, um ehrlich zu sein Warum? Ich hatte einen Verkehrsunfall Oh, 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 oh Ich dachte kurz, ich bin im Himmel Zwei wunderschöne Damen haben mich, was auch immer, was sag's so Geht's dir gut? Ja, halbwegs, halbwegs Oh, okay Ja, ja, ja Dann, pass auf dich auf Geh nicht allein in den Galaxy Club, bist du verrückt? Ich krieg das hin, ich bin, ich hab die Stole Ach du Scheiße Ja Melody, mach keinen Blödsinn Ja Ich muss erst ins Krankenhaus Okay, bang bang Was willst du da hin? Was willst du da hin? Auf keinen Fall, bang bang Doch, bang bang Nein, mach das nicht Das ist ein Unfall Ja, genau, das war ja ein Unfall bei mir gerade Und es wird ein Unfall sein, wenn du da rausgehst Ganz sicher, mach das nicht, wirklich nicht Tu's nicht Doch Geh, Melody, ich ruf gleich nochmal zurück, ich bin gerade Okay, scheiße Kann man nicht Ich will die Waffe halt nicht Warte mal Ich hab keinen Bock, die Pistole mitzunehmen Mal ehrlich zu sein Nee Nee, nicht die Motorhaube Ich glaub das hat wirklich Ah, sehr gut Okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe auch weit weg geparkt, ich frage was ZDF, 2020 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 Malsen aus einer Nummer durchgehen ZDF, 2020 ZDF, 2022 ZDF, 2020 x000 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ähm, ich spreche hier mit Richman. Okay. Wissen Sie, wer da am Telefon ist? Naja, ich habe Ihre Tochter... Warum seid ihr die Arschloch zu mir? What? Naja, okay, Herr Richman. Ich habe Ihre Tochter hier vor mir stehen. Dann war es. Dann machen Sie mich fertig, Herr Richman. Was für ein... Naja, bieten Sie mir was an, bitte. Hier kein Haarkrüm. 5000 Dollar und die Tankstellen-Geschichte ist vergessen. Ja, aber Ihre Tochter hat schon gesagt, Sie haben kein Geld, Sie leihen sich immer alles. Das muss blöd sein. Ja, sie soll sie mal kurz anrufen. Oder eine SMS tut sie eigentlich auch. Ja, okay. Sie einfach reinschreien kurz, oder soll sie sie extra anrufen? Dann rufen Sie sie an, ich erwarte... ...wei Sekunden wieder ein Anruf. Oh, weil... ...weil sauer. Hey, Daddy. Melody? Ja? Bist du entführt? Ob ich entführt bin? Ja. Bin ich entführt? Sag mal, ja. Ja, ich bin entführt. Dann weg. Ähm... Kann ich wegrennen? Nein. Nein, ich kann nicht wegrennen. Hast du noch deine Pistole? Ähm... Nicht bei mir. Wo bist du? Ähm... In dem Galaxy Club. Nein. Äh... Ne, nicht im Galaxy Club. Äh, wo sind wir? Bahama Mamas Club. Bahama Mamas Club. Lass mal hinter das Gebäude gehen, bitte. Ja. Bist du sauer auf mich? Ich hab dir gesagt, du sollst ja nicht hinfahren und jetzt sollst du 1.000 Dollar bezahlen. Sag dein Daddy mal, er soll mich mal gleich wieder zurückrufen. Wenn die dir sonst was antun. Ich bin bestimmt in seiner Kürze. Mach nicht so viel Geld. Du kannst nicht hin... Ja, du kannst falschen. Wie, ich kann falschen? Ja, du kriegst das hin. Gott. Und den Rest bin ich als Taschengeld. Ah, hier ist doch gut, oder? Also sollst du nochmal zurückrufen, hat er gesagt. Ich bin gestiegen bleiben. Sophia, ich geh so viel her. Okay. Erledigt. Ja, manchmal braucht mein Daddy auch so eine Strafe. Der ist nämlich ganz schön... Oh, jetzt bin ich nochmal von einer unbekannten Nummer angerufen. Ja, hallo. Melody. Ja. Ich bin's. Ach, scheiße, ich hab meine Nummer noch draußen, nicht wahr? Ja, du rufst jetzt unbekannt an. Ja, scheißegal. Also. Der Doktor, ich muss gerade noch mit telefonieren, ja? Ja, gehen. Melody, folgendes. Ich würde mir eine Behandlung durch. Ja. Du bist hoffentlich noch nicht in dem Club. Äh, doch. Du bist schon in dem Club? Ja, aber die sind ganz nett, mach dir keine Sorgen. Scheiße. Melody. Bist du als Kind gegen eine beschissene Schleuse geschwommen? Weißt du, was da passieren kann? Aber du hast die Waffe nicht dabei, oder? Ich durfte nie in die Schwimmhalle gehen, weil meine Eltern haben mich nicht rausgelassen. Nee, eine Schleuse. Was ist eine Schleuse? Ist auch egal. Ach so. Melody, hör zu. Ja. Also. Wenn du da reingehst, ja, um dich zu treffen. Mhm. Hast du dich jetzt mit der Glocke drauf? Weißt du jetzt, wer das ist? Ähm, ich weiß nicht, wo das ist, aber die sind beide voll nett und hübsch. Das sind die, die da geschrieben haben? Die sind nett und hübsch. Ja, voll. Okay. Ja, du musst du keine Sorge machen. Okay, 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 okay. Gut, ich hab nämlich gesagt, sonst hätte ich gesagt, dass wir das Ganze irgendwie machen, wie richtig privatdetektiv. Wo stehst du? Ja, du kannst ja auch sonst auch vorbeikommen. Nein. Du kannst nicht vorbeikommen. Nein, kann ich nicht. Ah, das ist mein Onkels Stein. Onkels Stein. Ja. Das ist mein Onkels Stein. Nein, das ist mein Onkel. Also gehört da zusammen, Daddy. Okay. Sag, ihr werdet ihr einen Haar krümmt, ja? Dann komme ich hin und knall die ab. Ja. Ich soll sagen, wenn ihr mir einen Haar krümmt, dann kommt er vorbei, knallt euch den Kopf ab und schneidet irgendwas. Aber die sind immer so aggressiv. Ey, wir wollen ja im Endeffekt gar nichts von dem. Ja, die wollen nichts von mir. Gut. Gut, auch noch. Gut, bin ich erst noch beruhigt. Ey, ruf auf jeden Fall an, wenn du da durch bist, ja? Okay, mach ich, Onkel Stein. Ja, mach's gut, Melody. Bis dann. Ach, die sind immer alle so besorgt. Mann, 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 ey. Das ist auch, weil man dieser Onkel Stein. Ähm, Onkel Stein, das ist so ein Privatdetektiv. Ach so, ja, warte mal, wenn Daddy ruft dann. Hallo. Ja, und lass sie uns in Ruhe lassen. Angenehm. Melody, definier mal gut und böse. Äh, ich soll gut und böse definieren? Ja. Ähm, ähm, gut ist seid ihr und böse ist mein Daddy. Warte mal, warte mal, warte mal. Deine Tochter steht hier gerade vor uns. Du sagst mir jetzt, wenn ich dich bedrohe, dann hättest du mir jeden Tag Melody auf uns? Ist das dein Ernst? Bist du gerade wirklich? Scheiße, Mann, eigentlich wollte ich hier wirklich nichts tun, Mann. Weil eigentlich, naja, sie ist auf jeden Fall netter als du. Sie hat doch selber gedacht, wir sind gut und ihr Daddy ist böser. Was ist Melody? Wer ist das? Wegen Miss Yuna und Melody bin ich am Arsch. Und das denn? Ja, ich merke, dass du seelisch gebrochen bist. Ja, der von Therapeuten. Ich auch, wenn ich immer nur so auf Reich tun müsste und mir alles leih. Holy shit. Hab ich echt sehr, sehr gebrochen. Können die auch einfach eine I-Bahn schicken. Ich finde auch gern so ein großes Auto. Ja, ich hab nicht so viel Zeit. Nee, Daddy ist ganz schön komisch. Ich glaube, dem ist egal, ob dir was passiert oder nicht. Wirklich? Ja, ich glaube schon. Einfach gute Weib. Lass immer mal sieben. Oh. Ja, der ist sehr launisch und der verbietet mir immer viele Sachen. Naja, du sollst mal dir vielleicht überlegen, ob ich nicht einfach wegrennen sollst vor ihm. Wieder wegrennen vor jemandem? Ja. Ich kann mal nicht schnell melden bei ihm, man. Also so wegrennen und mich nicht mehr melden? Ja, also ich würde es auf jeden Fall machen, weil so ein... Ähnlich. Kann ich denn bei euch wohnen? Bei uns? Ich glaube, das ist nicht der richtige Ort für dich. Warum? In was für einer Lage hast du dich denn gebracht? Mann, ich weiß nicht, der verbietet mir immer alles. Kann ich dann... Können die mir auch ein Tattoo machen? Dann bin ich auch ein OG. Wie kommst du denn überhaupt die ganze Zeit auf OG? Ja, OG ist ein Wannabe-Gangster. Achso, wirklich? Ja, ja. Achso, Daddy hat gesagt, du bist ein OG. Wer hat das gesagt? Mein Daddy. Ja, der Daddy ist auch so ein OG. Scheiße, ich kann das... Mann, ich dachte jetzt, die sind richtig akkro. Ach, Mann. Was denn? Der Typ fuck mich auch, Mann. Ja, mich auch. Selber, ne? Der wollte sogar meine Pistole wegnehmen. Hat er die weggenommen? Nee, ich hab sie behalten. Weißt du was, machen wir jetzt so. Dein Daddy ist mir echt zu dumm. Mit die Knarre... ... 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 Dein Daddy kümmere ich mich. Weil scheinbar bist du mir sowieso nicht wichtig, sonst hätte er schon längst was unternommen. Vielleicht ist das ja seine Taktik. Was soll denn seine scheiß Taktik sein? Was will er denn machen? Ja, indem er nicht kommt. Weil er Angst hat. Weil du ihm egal bist. Shit. Meinst du wirklich, ich bin ihm egal? Ja, wenn ich mir so reagiert. Oh nein. Das ist jetzt schon traurig. Äh. Gib mir einfach die Waffe und geh. Also ich hab keine Waffe, ich hab die nicht dabei. Das ist ja immer anstrengender. Du hast doch grad eben gedacht, du hast ne Waffe dabei. Ja, ich hab sie aber nicht hier. Ja, wo hast du die denn? Zu Hause hab ich die extra eingetan. Zu Hause auch noch? Ja. Was hast du denn, was mich interessieren könnte, dafür, dass du jemanden von uns umgehauen hast, ... ... ... ... ... Ich hab... ... Ich hab einen Lollipop, ich hab eine Blue Lady, ich hab einen Fuchtiger. Ich hab einen Orangensaft, ich hab einen Pfannkuchen, aber der ist zu wertvoll. Ich hab einen Vanilleeis, ich hab einen Wiener Schnitzel. Ich hab... Ich hab MDMA und ich hab einen Warndreieck. Buh, 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 buh. Was hast du denn, das MD? Oh, MDMA. Von meinem Daddy. Kannst du's mal zeigen? Nein, scheiß auf dieses Zeug, man. Ja, aber trotzdem. Willst du's haben? Nein, scheiß auf das Zeug. Nein, ich will's nicht. Ich auch. Ähm. Ja, was hast denn du noch? Ich hab ein Fernglas. Fernglas? Was will ich mit einem Fernglas? Man, ich hab nicht so viel... ...wie ein Daddy. Ich hab einen Baseballschläger. Baseballschläger? Ist das der, mit dem du sie umgehauen hast? Ja. Noch was anderes? Messer oder so? Nee. Habt ihr ein Messer? Ja. Nee, ich nicht. Letztens Dingen noch ein Preisschilder in meiner Jacke. Hab ich nicht abbekommen, weil ich kein Messer dabei hatte. Das ist blöd, Mann. Ja. Jo. Ich kann mich ja melden, wenn ich was hab. Guck einfach, dass dein Daddy zu uns kommt. Okay, ich schick den her. Nächstes Mal sind wir dann... ...fällt nicht mehr so nett. Mal gucken. Okay. Ich wünsche dir was. Okay. Habt ihr vielleicht noch klein gehält? Nee. Ich hab da sich deiner längste Ballen, sonst hätt ich dir was hergeben. Wo ist der jetzt hingegangen? Nach oben in den Treffer hoch. Nee, der ist hochgegangen. Hat er noch irgendwas gesagt? Ich weiß es nicht. Nett gesagt, ist nichts, weil seid ihr nicht so nett und so. Und ich geh jetzt. Ja, ich würde mal aufhören, auf deinen Vater zu hören. Ja. Hast du selber gemerkt, was das für einer ist? Ja, du hast recht. Ich lass mir jetzt auch Tattoos machen und bin OG. Ja, du hast recht. Okay, warte mal. Gib mir mal einen kurzen Moment. Hallo, Senora. Hallo, ist das so ein Club? Ja, heute ist Latino Night. Oh, was heißt das? Na ja, südamerikanische oder südlateinische Musik. Oh, und darf man da nicht rein? Doch, natürlich dürfen Sie rein. 250 Dollar eintritt und Ihre Schuss- und Stichwaffen bitte einmal in die Kiste hier, rechts von mir oder links von meinem Kollegen. Oh Mann, dann kann ich ja gar nicht rein. Warum kannst du nicht rein? Weil ich kein Geld habe, ich habe 20 Dollar. Ähm, wir können auch Rechnungen aufstellen. Kannst du auch Rechnungen an Personen schreiben? Ja, natürlich kann ich das. Ich habe hier mein Gerät in der Tasche. Ja. Soll ich das machen? Ja, ich möchte mal gucken, wie es da drin aussieht. Okay, pass auf. Du musst doch einmal deinen Fingern durchziehen, also deine Garte. Weil ich kann ja nicht bezahlen. Wieso? Weil ich kein Geld habe. Auf dem Konto hast du auch kein Geld? Nee, gar nichts. Ja, dann tut es mir leid. Das ist schlecht. Oh Mann, oh. Du hast gar kein Geld? Nee, gar nicht. Das ist ja das Problem. Scheiße, Mann. Wie? Aber arbeitest du nicht? Ich habe es versucht, aber ich bin nämlich anpassungsfähig genug für die Leute. Und die wollen mir alle mein Strahl nehmen. Warum du? Warum du? Du siehst doch gut aus. Ist doch alles okay? Ja, aber irgendwie bin ich zu blöd für alles. Nein, nein, zu blöd bist du nicht. Wenn, dann sind die anderen Leute zu blöd. Das habe ich auch immer versucht zu denken, aber das ist die falsche Denkweise. Okay. Aber ihr macht es ganz toll hier. Danke dir. Danke, danke. Ich gucke immer auf YouCute, wie es in einem Club aussieht, weil ich war 20 Jahre immer zu Hause und ich darf hier raus. Und deswegen wollte ich nur wissen, wie es da drin so aussieht. Kann ich verstehen, ja. Ja. Na ja, dann auch wieder Erfolg. Jo, danke. Pass auf dich auf. Ja. Ja. Ich bin auf. Au revoir. Bald bin ich als OG wieder zurück. Ich bin auf. Nur mal. Hallo. Ja, hi. Ich habe gehört, du wurdest entführt. Wie bitte? Ich habe gehört, du wurdest entführt. Ähm. Ja. Das klang jetzt nicht so ganz, als würde ich wieder hin. Oder nein? Nein. Ähm. Also vielleicht. Also kommt drauf an. Warum? Weil ich dich einsammeln soll von deinem Vater aus. Aber was wäre denn, wenn ich entführt bin? Dann kannst du mich doch gar nicht einsammeln. Ja, aber wenn du mich befüllen bist, kommst du ja nicht ans Telefon hoch. Das stimmt. Ich bin nicht entführt. Du verdammt, die Scheiße. Was soll denn das jetzt eigentlich hier? Ähm. Was? Ich werde gerade angeschrien. Was ist denn das jetzt hier eigentlich, hm? Da hat gerade jemand ein Messer bei mir. Telefonisten hier mit deinem Daddy, oder was? Nee, das ist nicht mein Daddy. Das ist eine Frau. Die alte von gestern, oder was? Hey, ich habe die Faxen voll mit euch, ne? Wo bist du denn? Jetzt steig mal in die scheiß Karre. Also, okay. Ich muss ins Auto. Ich werde jetzt wirklich entführt mit Messer. Okay. Was ist denn hier jetzt Sache, ne? Jetzt klär mich mal auf hier. So rein da, ne? Nee, aufs Dach, Mann. Sag mal, rede ich albanisch, oder was? Ihr wisst nicht. Ihr wisst mich jetzt eigentlich Flaxen, oder was? Das ist eigentlich so aufs Dach. Es ist die Windschutzscheibe, ja? Ach so. Ich bin auf dem Dach. So, und jetzt reden wir Klartext, ja? Ja. Was sollen die... Was waren das für eine Aktion gestern, hm? Äh, habe ich gesagt, du sollst die Hände hochtun. Ach so. Nee, habe ich nicht. Okay. Entschuldigung. Also, also pass auf. Meinst du, dass... Oh ja, ich gehe mal kurz pissen, ne? Okay. Klingel sogar. Hallo? Hi, Melody. Hier ist Emma vom MD. Hallo, Emma. Na, Melody, ich habe gehört, du willst ein paar Beleidigungen lernen. Äh, ja, aber ich werde gerade entführt. Und wem bist du entführt? Und warum gehst du an dein Telefon? Ähm, der bedroht mich mit einem Messer. Ja, schön, dann legen wir mal auf, ne? Okay, ich rufe gleich zurück. Ja, sehr gut. Jo, deine Figur ist zwar saudum, aber immer... Ja, ist nicht schlimm, dann warten wir einfach. Panne? Äh, nee, Entführung. Was? Ja, ich werde gerade entführt. Vom Auto? Äh, nee, von dem Mann hier mit Messer, aber der ist gerade pinkel. Ah, Kidnapper mit schwacher Blase. Ja. Das ist die gefährlichsten. Ja. Ähm, das ist der Moment, in dem ich mich umdrehen sollte und einfach wieder gehen und so tun, als wäre nichts passiert. Richtig? Ähm, oder meinen Daddy informieren. Und dein Daddy ist wer? Finn jetzt von Richmond. Ach, du hörst jetzt nicht. Ähm. Ja. Ähm. Mhm. Ja. Also. Ja. Ja. Ich habe so viele Fragen, die kannst du, glaube ich, gar nicht alle beantworten. Und warum sitzt du auf dem Dach? Ich muss warten. Auf dem Dach? Ähm. Ja, ich sollte aufs Dach gehen. Ah. Ah, jetzt ist er wieder da vom Pinkeln. Ah. Ähm, ja, hallo. Hallo? Blase hat getrunken, ne? Einen wunderschönen guten Abend. Ähm, ja, ebenso, ne? Haben sie eine Panisse? Äh, so in etwa, ja. Weil sie auf dem Dach sitzt, oder? Äh, so könnte man es auch nennen, ja? Mhm. Beziehungsprobleme, sag ich mal, ne? Ähm, geht nur uns zwei was an. So. Aha. Ich glaube, die hat ein bisschen mehr Geschmack. Aber natürlich, natürlich. Klar, klar. Liegt es an dem Schnauzbad, oder was? Äh, ehrlich gesagt, ja. Ne, ich kann den auch abmachen. Also ohne wäre besser. Ja, aber den kann ich ja jetzt nicht abziehen. Ach so. Bin undercover unterwegs. Sieht man das denn nicht? Undercover als was? Also, was soll das darstellen? So ein Hoodgängster? Äh, Zivi-Cop habe ich eher gedacht. Nee, nee, nee. Die haben inzwischen alle mehr Stil. Viel mehr Stil. Ja, ich bin nur einer von der alten Schule, wissen Sie? Hm. Ihr, äh, so, ähm... Ich habe leider keine Waffe mehr, verdammte Kacki, ne? Aber das ist jetzt aber tragisch. Ja, Melody, sonst hätte ich hier jetzt... Nee, du wolltest mich doch nicht entführen, oder? Ach, entführen? Äh, was für entführen? Nein, ähm... So, sie wird doch die junge Frau nicht entführen, oder? Äh, sehe ich so aus. Ich bin doch kein Krimineller. Nee, dann kann ich ja mit der Frau jetzt mitgehen. Nee, wir haben sowieso noch einen Termin. Ja. Was für einen Termin denn? Na, ich bin ihre Ärztin. Ja. Achso, ja, die braucht sie aber ganz dringend. Ähm, das haben Sie jetzt gesagt. Ja, ähm, darf man das nicht sagen, oder wie? Ja, so. Nun, ähm, wie ist der Name? Ähm, ähm, Melody? Achso, ja klar. Natürlich, mein Arzt kennt meinen Namen auch nicht, ne? Wissen Sie, wie viele Patienten ich habe? Sie sollten auch mal zur Vorsorge, ich glaube, das wird bei Ihnen langsam Zeit. Ähm, so alt bin ich auch noch nicht, ne? Das macht der Schnauzbart. Ähm, ja, bei einem romantischen Kendeleit, denn dann würde ich den auch abnehmen. 912, 912. Schönen Abend noch. Komm, Melody. Okay, tschüss. Wollte der dich jetzt entführen, oder nicht? Wir sehen uns noch, ja? Ja, Walter. Ich freue mich drauf. Moment, was ist da jetzt gerade passiert? Also, ich habe Fragen. Ich dachte, das ist deine Karre und du hast eine Panne. Nee. Also, der hat mich bedroht mit einem Messer. Ähm. Okay. Und was freut er von dir? Mich entführen. Aber warum? Ich frage ihn mal. Nein, 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 nein. Der hat dich doch da jetzt nicht rausgeholt, damit du da jetzt wieder hinrennst. Ruf doch einfach deinen Daddy an. Entschuldigung. Es ist ja gerade so eine Hype in Führung. Ja, was ist los, Melody? Erzähl. Kannst auch einsteigen, ne? Bist du nicht die Tochter von Bridgman? Ja, ich erzähle das mal alles jetzt hier. Na, warte mal. Soll ich rechts ran fahren? Oh Gott. Ich ruf dann an. Okay, wir fahren. Ja, wir fahren. Hast du richtig erkannt. Erstmal Gegenverkehr. Ja, also das war gar nicht meine erste. So, ich glaube, wir können uns ungestört unterhalten, ne? Ja. So. Haben die offen, dann hole ich uns was zu trinken, ne? Oh ja, ich würde eine Cola nehmen. Das ist alles... Ja, komm mal mit, ne? Das ist alles so random, das ist so random, so random, das ist... Die randomhaftigkeit ist random. Ja, erzähl mal, Melody, die Wesen, was sollen die Kacke eigentlich, hm? Ja, was denn? Einfach so, ähm, Leuten wehtun. Äh, so, wann, wann? Verdammte Scheiße, Mann, gestern. Sag mal, willst du mich eigentlich hier zu Weißglut bringen, hm? Also, ich muss niesen, warte. Red doch nicht. Und nice juckt. Ähm, also mein... Ja, man sollst eigentlich nicht zurückhalten, aber egal, bei dir stimmt ja schon so oder sowas nicht. Oh ja. Also meinst du mit dem Baseballschläger? Ja, was sollt denn die ganze Aktion da gestern, hm? Ich, ach so, ich... Wieso kommt dein Daddy nicht persönlich? Hat der nicht die Eier dazu? Ich glaub, ich bin ihm egal. Ja, verdammte Kacke, das... das kommt mir auch so rüber, ne? Ich war doch aber grad auch schon bei anderen Gangstern, OGs, und die haben mir Ärger gegeben. Was für OGs? Nö. Ist mir scheißegal, mit wem du dich unterhaltest, Mann. Aber wer bist du denn? Ich bin Jack, hab ich dir gestern schon gesagt. Wann? Oder deiner Freundin, die, wo meine Knarre abgenommen hat. Das geht mir eigentlich am meisten auf den Sack, hm? Ach so. Mhm. Ja, es tut mir leid. Ja, dass es dir leid tut, ist mir eigentlich scheißegal. Wo ist dein Vater, hm? Wo ist dein Daddy? Ich glaub, der fährt irgendwo rum, der wollte mich, also der... Wir haben grad angerufen und wir haben gesagt, ich bin entführt worden und er ist ja nicht vorbeigekommen. Mhm, also liegt ihm eigentlich ziemlich wenig an dir, äh, und... Ja, sag's doch mal, sag's doch mal, und dreimal und viermal. Ähm, ich hab das Gefühl, dein Daddy liegt nicht so viel an dir. Ja, sag's doch nochmal. Äh, soll ich's nochmal sagen, damit's auch verstehst, oder was? Das tut weh. Ja, dann ruf den an und, ähm, sag dem, dass ich meine Knarre wiederhaben will. Nee, willst du, Arno? Ich will nicht mehr mit ihm reden. Ja, dann gib mir seine Nummer, dann mach ich dasselbe, ist mir scheißegal. Drei, sieben, eins? Äh, warte, warte, warte. So. Mhm. Drei, sieben, eins, sechs, sieben, sieben. Sechs, sieben, sieben. Mhm, mhm, mhm. Ein mich beschäftigter Mann in dem Fall. Ja. Gelegt. Ja. Mhm, mhm, und, ähm, was war denn sein Beweggrund dafür gestern, hm? Ich weiß es nicht. Er hat gesagt, ich soll einfach reden, reden, und dann ruft er an und sagt, ob jetzt in den Baseball schlägern, macht er die stolz und hau ihn vor dir rüber und dann hab ich es einfach gemacht. Und einfach so, einfach so, das glaube ich dir jetzt nicht. Das ist ja schon klar, dass ich... Das sieht so aus, als wäre ich gewalttätig? Ähm, viele Leute sehen nicht so aus, als wären sie gewalttätig, ne? Und die machen trotzdem böse Sachen. Ja, das ist jetzt mal, ähm, nicht vom Aussehen abhängig, ja? Äh, äh, was macht denn dein Daddy so, außer die Tankstelle da so zu haben, hm? Daddy kauft... Warum, warum beauftragt er dich, ne? Einfach so, ähm, in Forum Drive zu kommen und da Leute niederzuprügeln? Nein, also pass auf, ich erzähl dir die volle Geschichte. Also mein Daddy war oben auf der Kirche und hat die Leute beobachtet und ich wurde vom Taxifahrer da hingefahren mit dem Besitzer von dem geklauten Auto, was er hatte. Und ich hab gesagt, Daddy gibt dem Besitzer das geklaute Auto endlich wieder zurück, das kannst du nicht machen. Und in der Zwischenzeit, als ich ihm das gesagt hab, hat er mit dem Fernglas seine Freundin da beobachtet und hat gesagt, tu mir einen Gefallen, geh da hin und rede mit ihr. Und dann hat er mich angerufen da und hat gesagt, und jetzt hau ihr eine mit dem Baseballschläger auf den Kopf. So war das. Okay, und warum beobachtet dann Daddy Leute genauso wie du, hm? Das hab ich nämlich an dem Tag auch schon zu hören bekommen, dass eine gewisse Melodie einfach Leute beobachtet, hm? Das ist absolut korrekt. Ich beobachte Menschen, um zu lernen. Was zu lernen? Emotionen, Gefühle. So, bitte einmal einsteigen. Ja, Melodie, du steigst da jetzt ein. Ja, schwing und zwar hopp, 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 hopp in das Auto. Abfahrt jetzt. Ohne, wenn und wieder, Horrott. Bewegt dich hinten, einsteigen in das Auto, los. Einsteigen. Und rein da, dein Arsch. Sehr schön. Und die Scheiße, was glaubt denn eigentlich, wer ihr seid, hm? Halt die Schnauze, sonst kriegst du auch was auf die Fresse, sag ich dir. Möchtest du eine Scheiße, die dich nix angeht. Ja, viel Spaß mit dir. Du hast schöne Haare. Du hältst die Fresse. Äh, zur Tagstelle? Nein. Äh, Richtung 9. Warum werde ich immer von jemand anderem entführt heute? Wahrscheinlich, weil du dich echt dem nicht anstellst. Das sind drei Entführungen in einer Stunde. Ja, weil du dich echt dem nicht anstellst. Du solltest euch jedem, dem du Begegnest, immer alles erzählen. Aber ich bin nur ehrlich. Ja, das könnte dir den Kopf kosten. Hi, ich bin die Lady, die dich gerade angerufen hat. Oh, ach so. Cool. Wie habt ihr mich gefunden? Nicht, weil ich meine Freizeit dazu opfern musste. Um deinen kleinen, verschissenen Arsch zu retten. Ist, ähm, der ist nicht so klein. Ist mir doch egal. Aber warum entführt mich jeder? Das ist eine gute Frage. Bin ich so wichtig? Nee, ich glaub, du bist einfach nur dämlich und... Na ja, deswegen... Naiv. Ja. Und welches würdet ihr mir auf den Weg geben, um nicht mehr so naiv zu sein? Hab ich dir gerade schon gesagt. Nicht jedem alles erzählen. Also immer Maul halten? Nein, nicht immer. Aber hin und wieder mal. Aber wie unterscheide ich das denn? Na ja, dazu lernen. Aber, aber woher weiß ich das denn, wenn alle so nett sind zu mir? Also Mensch, der dich zu dir nett ist oder den du magst oder der deine Familie ist, den soll man nicht bei anderen Leuten schlecht darstellen oder verraten. Das kommt echt scheiße. Ach so. Aber, aber mein Lady... Ich muss jetzt mal telefonieren, halt mal die Klingel. Okay. Kann ich neben meinem Handy spielen? Ja, ist mir egal. Hoch her. Ich hab deine Pratzentochter. Ich hab deine Pratzentochter. Aber wo bist du? Ja, unterwegs wieder in den Neuen. Wo ist er echt denn wissen, wo dein Dreckshaus ist? Lass mich raten, das ist nicht im Norden. Sind wir jetzt sicher? Ja, kommen wir hin. Wir müssen wieder herunter. Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Aber wie heißt der eigentlich? Es ist irrelevant. Sagt ihr, ich will nichts mit dir zu tun haben? Wo ist rein? Eigentlich lebt. Aber... Aber ihr seid doch eigentlich nett, oder? Ja, wir haben dich gerade mit Knarren bedroht. Wie kommst du darauf, dass wir nett sind? Naja, weil... Also ich hab... Ich hab gelesen, dass die Leute nur Menschen mit Pistolen bedrohen, wenn sie keinen weiteren Ausweg haben. Naja, so eine Pistole ist ja nun mal... Ähm... Eine starke Waffe. Manchmal braucht man halt auch eben eine starke Waffe, um seine Meinung zu verdeutlichen. Ja, und deswegen hat er die Pistolen halt benutzt. Mal drei direkt, um halt die Meinung zu verdeutlichen, dass ich ins Auto steigen soll. Richtig. Das war ja nicht prinzipiell schlecht, oder? Manchmal geht es natürlich auch einfach schneller rechts. Ja. Aber der, der mich vor euch jetzt entführt, hat, wird er auch zweig? Nö. Aber warum hat der mich entführt? Weiß ich nicht, das interessiert mich auch nicht. Damit habe ich nichts zu tun. Raus mit dir! Los, Pratzen! Komm, jetzt eine Party! Soll ich aufmachen? Hast du einen Schlüssel? Nee, wir warten doch, bis Richie da ist. Der kommt doch her, oder der ist da drin, keine Ahnung wie. Ah, der kommt aber schon nicht. Ach, verdammt, die haben ja beide rote Haare. So, viel Spaß mit deinem Pratzenkind. Da hast du deine reizende Tochter. Oh, gut, sie ist nett. Sie ist nett. Sie nicht. Lisa, bitte. Ja, aber ich kann mich auch benehmen und sie nicht. Sie haben meine Tochter beleidigt. Herrschaften, los. Wir nehmen, beibringen. Ihr seht mal um zu mir, ich muss überzeigen. Scheiße, ihr lasst die Finger von hier. Los! Hä? Was ist so f***, was ist hier da? Was ist da? Was macht die da? Melody! Ja? Nun zu dir. Was ist das mit deinem Gesicht? Ja. Warum hast du so riecht? Stressbart ist mir gerade eben gewachsen. Das ist hässlich. Was wäre es hässlich? Richman? Ja. Da ist auch was dran, ne? Was ist das? Mit dem Bart? Mein Gott. Aber das ist aufgelebt, ne? Aber die Haare, das geht heute gar nicht, man. Ei, ei, ei. Aber redet ruhig weiter. Ich muss, ich habe da hinten auch alles. Ich habe einen. Na, wie geht's dir? Ja gut, ich verstehe irgendwie gar nichts mehr. Ich wurde aus der Entführung entführt und jetzt von der Entführung wieder entführt. Was? Ich wurde jetzt, also ich wurde entführt und dann wurde ich aus der Entführung entführt und nochmal, das dritte Mal aus der Entführten Entführung wieder entführt. Ich komme jetzt auch nicht mehr mit. Ja, ich auch nicht. Ja, also das waren jetzt fünf Ecken zu viel. Gut, was haben die gewollt? Wer jetzt von den drei Entführungen? Die OGs. Die OGs, die allerersten? Ja. Also die haben gesagt, die sind keine OGs. Also die wollten halt 5000 Dollar und dann bin ich hin und ich habe gesagt, ich habe kein Geld und dann wollten die meine Waffe. Ich habe gesagt, ich habe keine Waffe, die habe ich am Auto gelassen. Und das Auto ist übrigens noch da hinten irgendwo. Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid und so. Und dann habe ich gesagt, ich rufe einfach meinen Daddy an und sage, ich bin entführt worden. Und wir haben da so gechillt einfach zusammen und gequatscht und ein bisschen gelacht und Spaß gehabt. Und dann bin ich gegangen. Mit deinen Entführern? Ja. Der hat mir gesagt, er möchte nicht abstechen. Ja, der hat nicht. Hat der eh irgendwas getan. Ein Haar gekrummd. Nö. Irgendwas. Nö, wir haben nur gequatscht. Und die haben gesagt, du bist, ich bin dir egal. Deswegen habe ich doch direkt dir meine Leute geschickt. Ja, aber du bist ja nicht vorbeigekommen. Weil ich mitten im Wald war. Ja, dann bin ich gegangen und auf einmal kam da noch einer mit dem Auto. So richtig aggressiv mit Messer. Einsteigen, einsteigen. Und dann musste er aufs Klo auf einmal und ich habe mich aufs Dach gesetzt vom Auto, weil ich mich da hinsetzen sollte, während er aufs Klo war. Dann kam eine Ärztin, hat mich gerettet, hat gesagt, komm mit, komm mit. Und dann bin ich da mitgegangen. Und dann kam er wieder vorbei und dann bin ich einfach eingestiegen, weil er mit mir reden wollte. Und dann bin ich mit ihm mitgefahren, der mich entführen wollte. Und dann hat er mir eine Cola geholt. Und dann kamen dann die Leute von jetzt und haben mich entführt mit drei Pistolen auf mein Gesicht. Okay, ja. Die habe ich geschickt. Und der hat mich die ganze Zeit beleidigt. Haben die? Ja. Was haben die gesagt? Dass ich dumm bin und naiv bin und so. Die haben mir drei Pistolen ins Gesicht gehalten und falsch haben gedrückt. Brauchst du eine Schulter? Ja. 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 Tyler, ich habe bei dem Auto reden. Meine so vieles Mal. Hast doch mein Hemd auf. Mein Hemd. Na genau. Mein Hemd. Sie ist eigentlich so schwer. Sie sind weg. Wir werden den Elektronen erteilen, meine D. Die kommen nicht damit ungeschoren davon. Tut sich stuhlen. Weißt du, du bist gar nicht stuhl. Auf gar keinen Fall. Du denkst bloß anders als wir an die anderen, ja. Ja, ist das gut. Gut, was wollte der zweite Entführer noch von dir? Ich habe nicht ganz verstanden, der hat gesagt, ja, warum mein Sog ist denn so stress gemacht? Ich glaube dir nicht mit dem Baseballschläger. Gut, dann muss ich dich jetzt mal direkt enttäuschen. Anscheinend ist die zweite Entführung Teil der ersten Entführung. Aber der hat doch gar nichts mit den anderen zu tun. Ja doch, die erste Entführung war ja der Stroud. Der wollte ja 5.000 Dollar haben und der warte auch schon rumgehalt von wegen und sie ist mal eine Freundin und hat ein blaues Auge und so. Und deswegen, ja. Ich kann wahrscheinlich die Warte. Brennt dein Haus oder Brennt dein Haus oder ist dein Kamin nur ein bisschen on fire? Nein. Mein Kamin ist on fire, einfach nur. Das ist nicht gesund, ne? Also beim Kamin ist das Feuer eigentlich unten und nicht oben. Das ist aber neumodische Technik. Da sieht sie, wärmer quasi nach unten. Ja, steckst du nicht drin. Ah, ja, ja. Man kennt es. Richtig. Umluft nennt man sowas. Ah, wie so bei nem Backofen. Umluft nen Backofen. Ja. Cool. Ich hab mir nur grad Sorgen gemacht, weil ihr unterm Haus schadet und ich dachte, das ist ein Granter. Was würde passieren, wenn ihr die Feuerwehr ruft? Die würde wahrscheinlich kommen und das Haus lassen. Ja. Ich glaub, das mach ich schon mal. Natürlich, mach das mal. Ich mach mal währenddessen mal kurz da drinnen auf die Toilette. Ja, mach durch. Mach das. Was das Haus wohl kostet, das ist ja. Ja, aber wo haltet das Geld? Ja, frag ich mich da auch die ganze Zeit. Der ist komisch. Der ist doch pleite. Ja, oder? Ich hab noch mehr Raten in Kauf genommen. Der hat sich doch erst von Toni 40.000 geliehen. Wie ist denn die Nummer von der Feuerwehr? Sekunde. Die Nummer von der Feuerwehr ist die 922. 2. Äh, wir sind Postleitzahl 649. Muss richtig panisch klingen, wenn du anrufst, ne? Okay, ich versuch's. Wenn jeder das dann noch löschen, ne? Der ganze Wasserschaden und so, da musst du ja auch alles erstmal bezahlen, ne? Ich weiß gar nicht. Kostet auch was, wenn man die Feuerwehr ruft zu seinem eigenen Haus und dann, äh, Näää. Näää, naja dann. Aber da geht kein Hirn. Dass, dass, dass ich das mal erleben darf. Ne Feuerwehr, wo keiner ran geht. Aufregend. Ja, ansonsten auch einfach die Polizei rufen, ne? Das ist ja auch klar. Ähm. Die Polizei sagt, die Feuerwehr geht nicht ran, das brennt hier. Wissen Sie mal? 911, oder? Ja, 911. Scheiße, steh ich auch auf Warnersliste? Warte mal, ja. Die Leitung ist klingelt. Weder Feuerwehr noch Polizei ist zu erreichen. Wunderbar. Was? Wir sind verloren. Ich bin froh, ich damit beschäftigt, Strafzettel zu erteilen, oder so. Kann ja, sonst mal kurz versuchen, ob die Feuerwehr bei mir ran geht. Die Feuerwehr geht nicht ran. Ich hatte keine Lust gerade. Was sind das für random Dinge heute? Da lasch ich mich mal ganz kurz im Auto umziehen. Ich fühl mich wie Ephraim irgendwie. Auch nicht viel besser, aber ein Stück. Ich trage das Outfit ja sehr oft, nur halt mit Addition des Rucksacks. Oder? Im Rucksack ist immer schön viel Platz. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Das ist ein Notfall. Hier brennt ein Haus. Wo denn? Bei 649. Auch noch Personen drin, musst du sagen. Da ist ja auch noch Personen drin. Was? Könntest du mir ein Dispatch schicken? Ich schicke dich, Pitch. Super. Das ist richtig, das ist wunderbar. Das ist wunderbar gewesen. Ja. Müssen wir gleich draußen stehen und irgendwie panisch winken oder so noch. Da habe ich auch noch Popcorn im Auto. Also wenn wir gerade Stockbrot machen wollen, wir haben oben Feuer. Ja, ich fahre meine Kamera weg. Auch hier ist angerufen. Letzt geschickt. Was meint ihr, wie lange das jetzt dauert? Vielleicht, wenn die kommen, dann schön, ne? Ein bisschen springen und herrufen. Ah, schön. Geh auch schon mal kurz auf die andere Seite. Ah. Das ist nicht die Feuerwehr, stimmt. Hä? Das ist nicht die Feuerwehr. Äh. Aber vielleicht... Doch, das ist die Feuerwehr. Das ist auch ein kleines Auto. Das ist auch ein kleines Auto. Die sind aber gechillt. Dafür, dass wir gesagt haben, dass hier ein Feuer ist und eine Person drin ist, sind die echt beruhigt, auf jeden Fall. Geste mal, ne? Hilfe! Was seht ihr da? Das brennt da oben. Und da ist jetzt der Schornstein. Und der Schornstein brennt eigentlich immer unten und nicht oben. Ist der gerade mal in die Karin gefahren? Ja. Das Haus ist offen, ja. Schön. Schön. Einmal an den Mann mit dem weißen Helm. Und der erklärt das für euch, ja? Wir fahren. Okay. Hallo? Wir müssen ins Krankenhaus. Da! Sehen Sie das Feuer? Das ist vom Schornstein und der brennt eigentlich unten und nicht oben. Das ist vom Schornstein brennt, okay? Das ist vom Schornstein brennt, okay? Da ist eine Person im Gebäude. Okay. Eine vermisste Person im Gebäude? Ja. Mal bitte rein und, äh, wer Person ist da. Ein Leitstelle für Engine 1, komm. Aktuell wird keine Unterstützung benötigt, aber kurz abrufen bleiben bitte. So, ähm, ich sperre mal unten eben ab. Wennst du mitkommen? Ja, du kannst keine mitkommen, klar. Oder du bleibst hier auf Abruf, falls du dich schaffst. Ich schaffe den Popcorn. Ja, alles klar. Ach, du grüne Leine, ist das Ihre Tochter? Ja. Ja. Schön. Ich wollte es doch nur gemütlich warm haben. Melanie, deswegen habe ich zu viel Holz nachgekippt. Ja, ein bisschen zu viel. Der Schornstein ist ja richtig lang. Da brennt ja richtig die Lunte, du. Ja. Wir wollten es halt gemütlich hier drin haben. Kommen Sie jetzt erst mal raus hier. Sie müssen raus hier. Schnell. Und jetzt gucken Sie sich mal das Chaos da oben an. Gucken Sie. Da oben. Ach, Gottes Willen. Wissen Sie, da wo ich herkomme, da sind Storche manchmal auf den Schornstein. Ihre Nester, ne? Das können wir so nicht stehen lassen. Alles gut. Ja, mir geht's gut. Da drin ist gemütlich warm. Ich sag's Ihnen. Ich wollte mir grad für ein Oberteil ausziehen, weil mir so warm ist. Ihhh. Danke. Ich hab da auf jeden Fall was nachgekippt direkt am Kamin. Natürlich. Ganz halt Holz da drin gelegt. Natürlich. Natürlich. Richtig. Ich war heute den ganzen Tag Holzacken und da dachte ich mir, da kann ich direkt was da hinlegen. Der hat so ein richtiges Daddy-Outfit an mittlerweile, ne? Der sieht mittlerweile wirklich aus wie so ein Daddy. Der sieht mittlerweile wirklich aus wie so ein Daddy. Das knickst du schon mal drauf so ein bisschen feuchtes. Da bin's. Richtig. Richtig. Was haben sie denn da reingehauen? Bei Kiefernholz natürlich. Okay. Dazu ja wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Ja. Gewinnt natürlich. Haben die jetzt beide Popcorn? Nein mein Haus. Das kann gut möglich sein. Kann aber auch sein, dass es halt einfach ein Kamin brennt. ist, dass brennt halt, wenn es durchgebrannt ist, auch wie Teufel. Alter. Also ich weiß nicht, also bisschen schwummrig ist mir schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was soll ich sagen? Ja. Ein bisschen Rauch habe ich eingeatmet. Gott. Melody. Hast du schon wieder Fotos? Jedes Mal. Du kriegst doch einen Herzinfarkt wegen dir. Ich schwör's dir, Melody. Was soll das? Ja. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, Melody. Weston. Ich hab den nur ein Selfie gemacht. Dauerstoffsättigung. Der fällt ins Gebüsch. So, wir müssen einmal kurz die Einfahrt ein bisschen freimachen. Wir müssen die Engine einmal durch. Wenn ihr drin seid, dann macht bitte überall die Fenster auf, damit ihr das ein bisschen abziehen kann. Und wenn möglich Terrassentrum auch aufmachen. Und die Romantik lässt ein bisschen auf sich warten, wie es scheint. Ja. Meint sie, jetzt müsste was Tragisches passieren? So verstanden. Ja. Das wollte ich damit nicht ausdrücken. Wie in ein Kitting, so in Liebeskomödie. Wir versuchen jetzt auch das Dach zu kommen. Okay, chill doch. Ja. Ich hole mal noch den Sauerstoff aus in der TV. Ja. Daddy! Falsch. Kommt er durch? Lassen Sie mir erstmal ein bisschen Platz zum Arbeiten. Ähm. 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 Ich nehme mal die Maske noch übers Gesicht. Ähm. Vielleicht ein Herzinfarkt jetzt in der ganzen Stadt. Das ist ja auch nicht mehr da. Was für ein Herzinfarkt? Was? Ne. 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 Ich habe mich Tyler gerade. Ich habe heute aber im Internet gelesen und das hat gar nichts hier mit zu tun. Ja. Ne. Ah. Hallo, hören Sie mich? Ne, aber man weiß mit dem Alter da kommt zu Wort auch, ne? Ja. Das ist mein Blut. Das ist mein Blut. Ich kann kein Blut sehen. 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 Dann am besten nicht hingucken. Naja. Einfach tief ein- und ausatmen. Ich glaube, ihr habt noch weitere Patienten. Mal gucken. Ja. Melody. Was? Geht es Ihnen gut? Oh, eher so eine Patz-Situation. Hallo? Aber gut. Nein. Oh nein. Melody, geht es Ihnen? Ist es Melody vergiftet? Melody, tut mir aber leid. Melody. Ich hoffe, du bist nicht vergiftet. Ich bin das. Ich hoffe es nur. Oh. Oh. Ah. Schau. Bleiben Sie einfach ganz ruhig liegen. Ich weiß genau, wie Sie liegen. Ich weiß genau, wie Sie liegen. Vielleicht bleibt bei Ihnen nicht. Ich verspreche Ihnen das. Warum sehe ich immer Blut? Ja, halten Sie meine Hand. Ja. Gemeinsam runterziehen. Nicht ins Licht gehen und so. Ich habe das Gefühl, ich brauche immer die Einzige, die das Blut sieht. Ich glaube, die anderen, die sehen das gar nicht. Kann das sein? Achso. Ja, wie beim Auto. Mann, 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 oh. Meine Beine. Und sonst so? Ich finde, heute ist von allen Tagen der randomhaftigste Tag von allen. Da war ein Haufen Donuts, Jen. Ja, aber von irgendeinem Troll mit irgendwelchen Trash-Nachrichten. So, das ist mir relativ wumper. Oh, Error. Oh, drei Mal gefühlt. Oh, ist noch down. Was macht Ihnen mehr Spaß? Es sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Also, das kann man, finde ich, nicht so krass vergleichen. Das ist mega weird. Erst halber Roman-Tagebuch, dann wird es entspannt. Erst mal Auto suchen, neuer Onkel, dann drei Entführungen, jetzt das. Und der Stefano kam grad random aus dem Nichts. Ja, warum war Stefano auf einmal zu Hause? Warum kommt... Warum? Das ist ein Mardo. Dankeschön für drei Monate. Danke. 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 Vielen Dank. Ich bin die erste, ich bin die erste, ich bin die erste. rabbit dankeschön für den frischen sap so alles klar hier draußen jakob hier liegt eine dame mit es passiert eigentlich werde ich behandeln weil ich gerade blut gesehen das kann natürlich sein ich gehe mal gucken bleiben zu liegen magst du deine dame mal deine jacke geben dass sie nicht mit dem kopf so ganz auf dem stein liegt ich bin eine frost spoiler das macht aber ja aber die dame kriegt glaube ich mehr mit ihrem kopf kann ich ans telefon wenn es klingelt bestimmt die hände tun ja nicht weh oder jacob ich habe nichts drunter ich kann jetzt nicht nur meine jacke geben hätte rohlichen kissen jetzt sind okay sind sie nicht der mann mit dem popcorn ich bin der mann mit dem popcorn da weitermachen naja sicher da drin steht eine kollegin den orangen haaren die die hat hochartig hat es aber ein bisschen was abgeben die magst du ja die markt wenn es knuspert ich habe ein bisschen den kopf an dann denke ich da gibt es unter bisschen hier noch ein kleines kissen da vorne gibt es popcorn der mann mit dem weißen ja was warum brauchen sie jemanden der ihre hand hält und ich mag es nicht wenn die man ihre hand hält nicht sie haben noch nicht nur kennengelernt was haben sie in der hand kriegen sie haben so mich ja oder leistet aber mal ein bisschen beistand ja ich habe da so eine lösung jetzt geht's wieder gut ja ja helfen sie mir bitte bitte natürlich auf 3 und 1 2 3 hallo ist ja auch gut ja kann sie langsam den kreislauf nicht dass sie gleich wieder liegen es geht schon langsam es geht schon wieder langsam vielen vielen dank nicht mehr so schwindelig wie sieht es aus mit meinem haus steht das noch gerade nur grünen also daddy ja du siehst richtig aus wie so ein daddy mit dem outfit du hast dich richtig angepasst die kamin scheint noch an zu sein sehr gut bitte dann können wir ja nachher möglich fertig gucken ich denke auch ja cool schön bisschen was von der kerze juna was machst du denn hier Stefano hat mich hier hingefahren hat gesagt oh da ist Feuer und die verbrennen und wir gucken wie die verbrennen ja und dann hat er mich entführt und dann bin ich mit hier hingekommen entführt Stefano hat mich entführt entführt ich schwör ich wurde heute dreimal entführt was einmal mit Messer und dreimal mit Pistole es ist noch nicht mal 10 Uhr abends ich will dreimal entführt ich wurde entführt und dann wurde ich aus der Entführung entführt und dann wurde ich aus der zweiten Entführung auch entführt und ich hab Waffen ja oh ich muss das Telefon hallo scheiße ich mach mir Gedanken du hast gesagt du wolltest zurückrufen ach so ja ich lag grad auf dem Boden weil ich Blut gesehen habe ich kann kein Blut sehen ach ok ich dachte schon bist du da raus gekommen ja easy game er mich wurde entführt und dann wurde ich aus der Entführung entführt und dann wurde ich von der zweiten Entführung und die dritte Entführung entführt hm das heißt du bist jetzt irgendwo entführt hm die letzte Entführung war von meinem Daddy der hat seine Leute geschickt dass er mich aus der Entführung entführt mit den Leuten mit Pistolen ah ok ja ok gut dann ist ja alles in Ordnung ja mir geht's gut hat das komplett geklärt ja ja Onkel Stein scheiße ich muss niemanden mehr abknallen nö Onkel Stein ich muss niemanden mehr Köpfe abschneiden nö Onkel Stein erst wenn ich sage ok ok ja in Ordnung gut dann hört und sieht man sich ja ok sag dem Vater mal einen Gruß ja ja ihr könnt euch ja mal treffen er ist ein Idiot sag ihm das von mir ok sag ich ok ich hoffe ich bin bei der Tankstelle vorbei ok Onkel Stein bis später Onkel Stein bis dann tschüss tschüss oh der ist so lieb der hat mich gekümmert so wir müssen den Kamin jetzt kontrolliert ausbrennen lassen oh Gott Kamin kann man nicht mit Wasser löschen das wird nicht funktionieren da könnt ihr ihr ganzes Haus explodieren bei äh also wie feucht war denn ihr Holz mit dem Segen ja wie feucht war denn das Holz also heute morgen gehackt und dann rein richtig ganz schlecht ganz schlecht also können sie sich merken so unter 18% Restfeuchte ne ja aber ich dachte das ist dann so eine Art ähm kennen sie das wenn die Sauna gehen genau so dachte ich das wird das da drin also ok ja so aber wo Stefano denn jetzt mhm kacken oh glaube ich ich hoffe der hat einen guten Rutsch ich hoffe dass der schnell einen Rutsch hat und wir weiter können mhm wenn er wollte sehen wir hier verbrennen das ist voll ruhig ich finde wir sollten Stefano mal entführen aber nicht mehr heute ich will schlafen gehen heute war voll anstrengend ach hattest du so einen schlimmen Tag mhm ne aber ich fühl's nicht ich schlaf lieber das verstehe ich voll seit wann bist du denn wach wie alles was möglich ist eineinhalb Stunden oder so glaube ich das ist in Ordnung wenn manchmal der Tag wenn du den nicht so fühlst dann leg dich einfach hin schnapp dir ein Buch mach dir ein bisschen Lo-Fi Musik an ein bisschen Kerzen und so und kuschel dich in deine Lieblingsdecke ein ja genau das mach ich auch ja das und ich lerne noch ein bisschen weil man muss immer Sachen lernen ja das ist krösisch würde ich auch machen dann lässt du den Tag schön ausklingen schön cozy schmose genau und dann schlafe ich mal so zwei Wochen und dann komme ich bestimmt wieder klar ja kannst du auch hier schlafen du wolltest du bist dreimal entführt worden ja also du bist aus der Entführung entführt worden ist das besser geworden oder schlimmer mhm weder noch alles neutral sind irgendwie alle Spinner und alles verschiedene Leute ja und warum wollen dich so viele Leute entführen was hast du nur gemacht ne das war noch wegen dem Baseball Schläger gestern alles sind die dumm ja die können dich doch nicht dreimal entführen ja wegen sowas ich weiß aber haben sie gemacht und wie bist du freingekommen naja die letzte Entführung kam von meinem Daddy die Leute die waren von ihm Melanie was hältst du von der Sauna im Keller ja ja die Sauna im Keller ja ich war noch nie in der Sauna ich weiß nicht was sowas ist ich wohle mit Stefano in einem Einzimmer abatmen also ich habe auf YouCute gesehen dass das so ein Raum ist und da ist ganz viel Luftfeuchtigkeit und dann schwitzt man da drin warum geht man in den Raum rein wo man schwitzt weil da schwitzt man Bakterien aus sicher und dann stinkt man ja das kann passieren aber wenn ihr in der Sauna im Keller kriegt sowas und dann braucht ihr auch einen Pool einen Pool ja im Keller ja macht der auch mal irgendwas außer telefonieren der sieht jetzt aus wie ein Daddy hast du mal sein Outfit gesehen also nicht wie ein Daddy sondern wegen Dad einfach nur Dad Dad jetzt solltest du ihn ab jetzt Dad nennen wenn er so rum hat auf jeden Fall gestern sah er hot aus weil der sieht ja aus wie ein Dad und du darfst nicht sagen dass mein Daddy hot aussieht er sagt nee ich sag hier nicht dass der hot aussieht gestern das ist ja Vergangenheit also jetzt ist er hässlich ich gucke ihn jetzt nicht so viel an wie gestern der Bart schrecklich ja außerdem haben wir ihm heute schon ganz schlimme Sachen angetan ich habe voller schlechter Gewissen und traue mich gar nicht mit dem zu reden wir haben ihn einfach mitten im Wald stehen lassen Stefan und ich achso jetzt habe ich schon gehört ja das war voll gemein von uns aber ich kann ja nicht ich kann ja auch nicht da bleiben wenn Stefano gehen will naja ist ja jetzt niedlich zu mir weißt du Toxisch nee heute noch nicht heute macht er sich eher Sorgen um mich weil ich sehr still bin und nichts rosanes trage und achso Hallo Stefanie Stefano Hallo Stefano no no Hallo Stefan yes Was war denn Ihr Feuer oder was? Ihr Feuer da oben siehst du auf dem Schornstein Wie lange brennt das schon? Warum können die das nicht löschen? Das ist ja eine rute Frage Wie kein Feuerlöscher würde ich einfach einspringen können Was ist das gerade hier ausgestöpselt? Eine Behörde die brauchen länger Bist ja vor einem lang nicht mehr gesehen Tut's dir gut? Das waren nicht mal 24 Stunden Ja ich bin ein bisschen gefehlt Ja Wieso fehl ich dir denn? Na weil du immer so polarisierend bist Was soll das heißen? Das ist aber der richtige Immer Irgendwie Wieso Weißt du wenn man durch Türen geht so dieses kleine knarzen in der in der Türe es ist irgendwie immer da und wenn man durch die Tür geht und das knarzen nicht nicht ist nicht da ist nicht das gleiche Das war voll die gute Beschreibung Stefano Ich hab dir hier meine linke Hände das ist schon geschmolzen Ich sagst du wie es ist Nur die sind halt ein nerviges Geräusch Die linke war da rechts mit der linke von mir aus Irgendwie schon Also das die Beschreibung war halt ganz gut das passte schon Nein das war für mich viel zu viel Man kann es ja auch ölen Dann ist es weg Bist du nicht vergiftet leider? Wie vergiftet? Keine Ahnung Feuer oder so Rauch irgendwas Nö mir gehts gut Freut mich wirklich Stefano Ich hab jetzt ne Waffe Also reiß dich zusammen Ey warum macht ihr ne Waffe jetzt mal im Ernst? Nun Sie muss dich auch verteidigen können Ja genau Gegen Gangster wie dich Du kannst hier auch keine Waffe gegen Bist du bescheuert? Sag noch einmal was gemeines gegen mich und ich taser dich weg Melodie Du solltest zumindest einen Schritt zurück gehen Ansonsten Sieht cool aus Warte 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 Wenn sie nicht einen Schritt zurück geht was passiert Nein dann hauft ihr mir einen rein Ja Ok Leute jetzt pack die Waffe weg Das sind Voll cool Stefano sei nett zu mir Nein Du kleines Arschgesicht Halt die scheiße weg Sei nett zu ihr Ich schieß Jetzt direkt Von da aus Soll ich? Ich hab heute mit ihr trainiert Soll ich? Pack die Waffe weg ohne Spaß jetzt Sag bitte Will ich aber ungern Sag bitte Also Was wenn ich nein sage? Dann telser ich dich Du triffst mich eh nicht Ok 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 Nicht näher rankommen Warte wir Ok bitte pack weg Ok Er hat's wirklich bitte gesagt Ich hab meine richtige Warte Ich weiß Ja Aber damit schießt du bitte jetzt nicht rum Weil ich glaube Selbst Jetzt damit herumzufuchteln Ich weiß nicht in welcher Verbindung Die Feuerwehrleute mit der Polizei stehen Wir fahren jetzt Hm Wofür fahren sie? Aber Juna will schlafen Irgendwo will ja nicht sein Juna will schlafen Ach ja der bringt mich nach hause Achso Und dann schlafe ich 1, 2, 3 Wochen Ok Aber Aber Ich weiß dass die Fahne für dich auch Ok das ist super Perfekt Da muss ich nicht mal fragen Ja Wenn der mit Frauen redet Dann schieß einfach auf ihn Ach wirklich darf ich? Ok Ja darfst du Ok mach ich Erzählt das auch wenn ich mit Melody rede? Ja Na geil da musst du ja ernsthaft hier reden Ja mit ihr musst du reden Wieso muss ich reden? Achso Komm ich fahr dich nach hause Ok Bis die Tage Mai Ne Ok Ja Schlafen sie gut Miss Juna Ja Danke gleichfalls So Tschüss Ja bitte Besorben wir mal was zu essen Ich hab richtig Hunger Ich weiß nicht wo man essen kann Ich komm gleich wieder Du Gegenverdiener Ich hab mehr Geld als du Wenn du wirst Wenn du wirst Ich bin die Schnorrerin Ja ich weiß Haha nein bin ich gar nicht Was Nein überhaupt nicht Jeden Tag Zahle ich deine Rechnung Du hast keine Ausgaben Ich geb dir auch noch Taschengeld Du hast noch Einnahmen Lu Komm runter da Daddy ich möchte mit dir ins Unicorn Was? Ja alle reden immer vom Unicorn Ich weiß nicht was das ist Du möchtest mit mir ins Unicorn Ja da gibt es einen Hörner Wer hat denn das erzählt? Immer wenn die Leute über das Unicorn sprechen Das ist ein Laden, ein Etablissement Für erwachsene Personen Ich bin erwachsen Und ich muss dann meine Waffe holen Ich werd wirklich der schlechteste Vater aller Zeiten Ja und was haben sie so in ihr Leben erreicht? Ja ich hab der Tochter eine Schlosslaffe gegeben Hab ihr Molotov in der Hand gedrückt Hab sie mit Drogen abgefüllt Ja und jetzt fahren wir in den Puff Sie ist positiv, wir sind nicht offiziell verwandt Ja und da kommt schon mein Auto, perfekt Ja lassen sie doch mal so ein bis zwei Stunden durchlüften Ja wenn ich machen Dann können sie einmal ihre Wohnung renovieren Ach vielen Dank Der ganze Qualm hängt unter der Decke Das ist alles russig Boah, woher habt ihr noch ne Taschenlampe? Aber äh, fang! Abgefackelt ist jetzt nichts Nur ihr Kamin Okay, vielen Dank, guter Mann Kein Problem, ne? Dann wünsch ich Ihnen noch einen schönen Abend Gut, wünsch ich Ihnen auch Ja, bis denn, tschüss tschüss Aufsitzen Los Lu, du fährst Äh, ne, meine Engine So Ich fahre Ich muss mir noch 3.000 Dollar abholen Von wen? Hm, ah danke Ähm, von dem, von Pinsel, der andere da Der hat gesagt, wenn ich Pinsel absehe, krieg ich 3.000 Dollar Ja So ein Typ mit blonden Haaren oder wen Ja, genau Weil es hier wo der ist Äh, wir fahren wahrscheinlich nochmal kurz so ein Unicorn Hat uns auch nicht mehr viel Alles klar Sie könnten ja Aufträge oder so machen Ja, ja, könnt ihr gerne machen, wenn ihr wollt Keine Aufträge? Ja, machen wir dann Alles klar Alles klar Bis später Bis später Ich hab dir übrigens einen Schlüssel gegeben Ah, cool Kann ich bei dir mitfahren? Kann ich es bereuen? Weiß nicht Ich werde es bereuen Fahr mal ein bisschen vor, bitte Aber zurück irgendwie, sodass ich reingucken kann Oh Gott Wolltest du mich gerade umbringen? Nein Es ist ein sehr, 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 sehr teures Auto Damit bin ich schon mal gefahren Ja, und hast einen Unfall gebaut Ja, das passiert nicht nochmal Okay, weißt du wo das Unicorn ist? Nein In der Südstadt Auch hier? Und in der Süd Ja, da bist du hin Ja, da bist du hin Natürlich, ich mache ein GPS und mach dabei die Augen zu Und ich, dass ich irgendwie sehe, wie du fährst Das sind sehr, sehr, sehr gefährliche Straßen hier Das fährt sich ganz anders als meins Ja, weil deins Auto, die zu schnell ist Oh Gott Gott Ja, ja Ey, Alfonso, was kann ich für sie tun? Melody fährt mein Auto Aua, Aua Ja, nein Ja, nein, nein Wir sind auf dem Weg zum Unicorn Wir fahren gerade Weinbundboulevarden lang Oh Gott Oh Gott, das läuft jetzt Pass doch auf Ich pass doch auf Du hast fast ein paar Leute überfahren War nicht Natürlich Ich fahr gut, oder? Ich hatte ein bisschen Vertrauen, weil sie heute was Gutes gemacht hat Ja, du bereist es doch nicht Sie hat dich von der Waffe bedroht, fand ich gut Ja, das sind die kleinen Dinge, die mich begeistern, mittlerweile Ja, ihr macht was, was bitte Ich hab nichts, ich hoffe, man kriegt etwas Nein, wir sind, oh Gott, okay, die ist dauer Wir sind Oh, du, hör auf, oh Gott Ich muss mich echt anstrengen, um zu fahren Ist der Weg, ist der Weg Oh Gott Aua Leute Entspann dich doch mal Ich glaube ich entspannen Ja Okay Ich sag mal so Eventuell sind wir grad ein bisschen knapp bei Kasse, ja? Wirklich Was ist jetzt los? Der war aus Du hast den abgewürgt Du hast den Eis gerade abgewürgt Wie kann man denn dein Automatik-Auto abwürgen? Der ist immer ausgegangen Melody Ja Jetzt vorsichtig Stopp, wir sind fast da Wir sind fast da Umdrehen, umdrehen Hast du nicht dich, sondern das Auto Ja Der ist geradeaus Geradeaus, ja So So Und jetzt ein bisschen links, 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 links Nach vorne Ja, da ist das Unicorn Siehst du es? Richtig Das ist ein Einhorn Was ist denn? Pass auf Ganz vorsichtig Jetzt vorsichtig parken Vorsichtig 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 Melody Ja Wie soll ich hier rauskommen? Die Tür aufmachen Da steht ein Roller Achso Auto Kann mir alles wegnehmen und nicht mein Auto War gut? Ist das stolz auf mich? Was? Das zieh ich dir vom Taschengeld ab Was? Ja Komm mit Hier leuchtet es ja voll Ich weiß gar nicht, hat der Klopp überhaupt offen? Ich weiß ja Hallo Ich güße sie Aha Ja Mhm Nun Ja Meine Mutter würde gerne mal ihren Club besuchen Ja, das mag der Beste für Ja, sie ist 20 Jahre alt Sie kriegt kein Alkohol Ich krieg kein Alkohol Okay, ja es gehört Kein Alkohol Also gibst du nur Sex und Search Okay, mhm Sind das richtige Leute dahin drin? Nichts Süßes Nichts Süßes Moment Süßes Es gibt nicht Sex und Recherche und Limonade Verdammt Und Limonade auch nicht? Sie dreht durch, sobald sie Zucker kriegt Oh Gott Aber ich will im Wasser Okay Ja genau, Wasser geht Melody? Ja, gut machst was Melody Genau Hätten wir vielleicht eine Führung bekommen Es muss noch Ui sein Ja Melody, komm mal runter zu Geh doch mal kurz Wasser Geh doch mal hin Ja Ui Ne? Bist du eine neue Tänzer der Bordenshört? Das ist ja nicht anders So, Melody war das ja? Ja Ja Hört sich jetzt vor, ne? Das ist Vico, unsere neue Tänzerin Okay Kann sich ja gehen wir da hinsetzen, ne? Wenn du Private Dance haben willst, musst du einen Preis mit ihr ausmachen Oh Okay Einfach hinsetzen? Einfach hier drüben hinsetzen, genau Aber die Tänze auch gar nicht Doch, da war Ansichtssache, warte, Moment Und? Biko? Einen anderen Tanzstil, ja? Und, wer ist er? Die ist voll hübsch Ja Hallo, du bist voll hübsch Hi, selber Oh Gott Kann ich mich hinsetzen? Ja Mir soll's nicht scheitern Hier, falls sie ein bisschen zu heiß wird, ne kleine Abkühlung, ne? Viel Spaß Was? Was meinst du so? Ähm, ich steh hier oben und panze Meinst du das so gern? Ja, schon Hm Und, geht's dir gut? Ja, und dir? Ja, mir geht's auch gut Die Leute haben immer vom Unicorn geredet und da wollte ich wissen, was da so ist Ja, herzlich willkommen im Unicorn Und, bist du schon immer hier? Nee Melodie? Ja Ich soll dir was geben Ja Wird schön Was ist das? Das sollst du trinken Was passiert dann mit mir? Äh, dann wird alles super schön Oh Gott Oh Und dann wird alles pink Und mit ein bisschen Einhörnern Oh Ja, genau Mit ganz viel Einhörnern Weiß ich Ja Dann siehst du aus wie dein Papa so Hallo 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 Oh Was geht denn? Ja, genau Ich würde jetzt nicht sagen, was geht denn, aber Was denn? Nein Also ich werde dann jetzt mal das trinken, ne? Ja Trinken Also guck mal, bevor du trinkst Ja Elodie Tu mir bitte den Gefallen und trink nicht Warum? Weil es ist sehr stark, glaube ich Okay Dein Vater ist schon besoffen und ich weiß nicht Was passiert, wenn du besoffen bist Dann Was ist das? Und ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, was passiert, wenn du besoffen bist Ich hab's nicht aber neugierig gemacht Aber irgendwann muss ich's ausprobieren Ja, das ist super, das würde ich auch mal probieren, ganz ehrlich Ja, neugierig bin ich jetzt auch rot Okay, ich trink das jetzt einfach Ja Nein Dann hast du deine erste Erfahrung damit Ja Wie heißt du, Lady? Ich bin Victoria Okay, Victoria, ich trink das auf dich Ja dann, cheers Angel Death Let's go Ich hab's direkt das Beste gegeben Hey, schmeckt das schon Geh doch aufs Haus Für die Erfahrung Geht in einem durch, meine Güte Ja Die Wirkung setzt ein bisschen später ein Mach dir keine Sorgen gleich Ich würd mich hinsetzen, wenn nicht du wär Hinsetzen? Setz dich einfach hin und bleib still Also bleib ruhig Okay Einfach ruhig bleiben Und siehst du vorne, was machst du so? Nichts, ich bin einfach jetzt dabei Ja, Fano möchte bestimmt auch gerne ein Haar Ne, ich trink nicht, danke schon Ja, ja, gut Und Alkoholfreies? Ne, alles gut, ich hab schon geteint dabei Ja, Fano bist du hier, weil du die Sorgen um mich machst? Was? Was denkst du? Ja Eigentlich nicht, aber ja Ja Ja, ich bin da, weil ich dir so Also ich bin ja Oh Ich passt auf euch auf Ich bin der Taxifahrer Ihr könnt ja nicht mehr so auf ein Auto fahren, ne? Ach, du warst der Taxifahrer Aber wo ist mein Daddy? Oh Das ist schon überlegt Oh 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 Jesus Jetzt fängt er richtig an zu wiegen Oh Wir sind gefickt Oh Oh Der Laden brennt jetzt schon Oh Oh Gibt's dir gut, Kleiner? Alter, voll lustig! Das ist so richtig lustig! Das ist richtig cool! Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Das ist riesig! Was habt ihr getan? Ich hab ihn englisch weggegeben. Ich glaub, das war ein Fehler. Ich bin ein Zug! Wir sind voll hübsch! Wir sind voll hübsch! Wir sind voll hübsch! Stefano! Also Dr. Quinn? Stefano! Stefano, ich wünsch dir noch viel Spaß! Stefano, komm mal her! Stefano, komm mal her! Stefano, jetzt steh doch mal auf! Mann, steh auf jetzt! So, Stefano! Oh, das ist jetzt nicht wirklich was ihr... Ich bin Medic! Du hast ihn kaputt gemacht, ne? Oh nein, hab ich ihn kaputt gemacht! Ich bin Stefano! Kann man ihn aufheben? Ich lege mal ordentlich hin hier! Ja, das Spiel ist halt klar und so! Pöpfchen rum! Stefano! Kann man ihn aufheben? Ich will Stefano abstehen! Stefano! Wo ist Stefano? Wo ist mein Daddy? Stefano, warum ist er mit einem dritten K.O. gewesen? Ach Stefano! Wo ist mein Daddy? Hallo! Ach, was passiert hier? Wo bin ich hier? Wo bin ich denn hier? Ach du Schei! Ach du Schei! Oh mein Gott! Was ist das denn? Oh mein Gott! Was ist das denn? Wer auch immer da rein geht, ist der absolut durch! Holy Shit! Was ist das alles hier? Wie geht das? Private Lounge, ne? Oh, okay! Private Lounge! Und der... Hallöchen! Daddy, ich hab Stefano umgebokst! Achso, du bist hier mit denen! Der ist Stefano! Der liegt auf dem Boden! Weißt du was, Daddy? Daddy, das ist die Private Lounge! Ich wollte grad sagen, also wenn der jetzt hier mit deinem Vater reingeht, ist das halt ein bisschen merkwürdig, ne? Na, guck mal! Daddy... Daddy guckt das nicht an! Ja, also, ne? Er ist nicht das, wonach ich's aussieht! Ja! Ja, das hat uns... Ja... Und sind ja gar nicht verwandt! Ja, okay, ne? Also... Daddy, komm raus! Komm schon mal ja raus, Daddy! Und wie halten Sie denn, was soll Daddy fahren? Wächst Stefano immer noch auf dem Boden? Ja, tut er. Ach, tut er! Geht's hier gut? Ja, 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 ja! Oh! Oh! Hier scheint's Geschicht zuzugehen! Dr. Quinn! Hallo! Dr. Quinn, ich kisse auf ihr Gehalt! Oh! Sie sind so nett! Ja! Können Sie sich bitte erst so mitmachen? Ja! Wo ist er denn? Hier vorne! Hier! Hier! Dankeschön! Dankeschön! Wir haben... Wir haben... Wir haben ihn in den Stapel in den Reiten angelegt und ein bisschen Eis! Boah! Ich wollte dir nur mal kurz ein Wässerchen geben, damit du dich hier nicht dehydrierst! Oh, danke! Bitte schön! Dankeschön! Dankeschön! Dr. Quinn! Die Geringverdienerin! Oh! Hat Emma dir neue Dinge beigebracht, ja? Ne, die sind von Ihnen noch von gestern! Ja, aber die wird dir doch hoffentlich noch reingeschauen haben! Hallo! Mr. Tritt ins Gesicht! Vielleicht braucht ihr noch mal ein trittes Gesicht. Stefano! Grüße! Halt dich von mir fern! Stefano! Halt dich von mir fern! Ehrlich jetzt! Halt dich von mir fern! Halt dich von mir fern! Stefano! 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 Komm nicht raus! Halt dich von mir fern! Stefano! Was haben wir getan? Cool! Ich muss mich behandeln lassen. Kannst du mich kurz in Ruhe lassen? Stefan, du redest mit einer Frau, oder? Ich muss, oder? Stefan, du redest mit einer Frau! Juna hat gesagt! Ich muss, oder? Nein, nein! Juna hat gesagt! Nein! Alles gut! Aber Juna hat gesagt, wenn du mit einer Frau redest, sag ich nicht Taylor! Ich bin gezwungen, mit einer Frau zu reden, weil du mir auf die Fresse gebrochen hast! Wir haben hier eine Anti-Waffen! Bist du mir da hin? Ich hab sie weggebracht! Alles gut! Okay, Mr. Tritt ins Gesicht! Ach! Dann bin ich schon! Ja? Willst du irgendwas essen? Nö! Ich fühlst du da ein bisschen schneller aus! Ich möchte auch mal tanzen! Ich möchte auch mal tanzen! Ja! Aber nicht auf den Tisch! Geh mal lieber runter! Oh! Genau! Hier kannst du tanzen! Oh! Kippst du nicht so schnell runter, oder? Oh! Ich tanze jetzt! Das war mein Sinn! Ja, mach doch! Ja, mach doch! Ja! Ich hab vier Videos auf YouCute geguckt! Auf YouCute? Ja! Ganz viel auf YouCute! Ich bin so ein Idol! Ja! Oh! Du machst das richtig gut! Ja! Ich hab jeden Step auswendig gelernt! Oh, danke für das Geld! Das sieht man so vor. Ja! So viel Idol-Tänzer hab ich mir angeguckt! Ja! Ja! Mein Gott! Ja! 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 So viel Top! Ja, also... Die sprachen halt auch... Das ist einение! Das ist der Vater. Der ist aber auch vorhin... ich muss eine trage das nicht ich kann nicht mehr ich habe keine lust mehr ich heiße melody gibt's dir gut ich bin kunde du bist kunde ja ich also ich wollte es mir mal angucken kommen ja ich arbeite hier du arbeitest hier ja ich muss jetzt nicht fragst wirklich ja weil du so liebfragst danke schön ist so viel geld ach es geht mit abgestattung melodie lange nicht mehr so sehr manchmal braucht man halt einfach zwei daddies ich möchte gar nicht in der design ich habe das ist mir so viel verantworten das war ja nur spaß das war nur spaß tut mir leid das war nur spaß tut mir leid das ist kein problem kann ich ja arbeiten ähm in einem jahr wieder okay du musst dir volljährig sein ich habe im dezember geburtstag ja okay dann kannst du mir da mal deine handynummer geben dann gebe ich sie dem mario okay 208 noch einmal bitte 208 208 208 123 123 alles klar danke der mario wird sich dann bei dir melden okay schönen abend noch gleichfalls ich weiß ich weiß du bist voll cool ja selber was machst du wenn du nicht hier arbeitest dann arbeite ich in meinem laden und was für ein laden change was noodle exchange n-n-n-nudel ja noodle exchange kann man bei den nudeln kaufen ramen udon bento boxen mochis bubbelt ramen das ist so schön mit ein bisschen shojo tonkotsu miso was magst du eher miso miso ich verstehe magst du japan ja schon kennst du japanisch das tatsächlich nicht wenn du mal jemanden bereit zum reden kannst du mich anrufen ich werde sicherlich drauf zurück ok victoria patzer auf dich auf du auch auf dich ja ich komme wieder daddy was ist los was ist los ich bin grad dann abwägen was ich gerade mache was machst du ja ich äh ja soll ich fahren naja kein Problem ich kriege hin ich fahr ok ich fahr warte ja äh wie viel hast du getrunken aber wie viel habe ich getrunken ich habe einen getrunken ich kann euch doch so nicht fahren lassen klar nein 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 wir werden super fahren wir haben da unseren speziellen fahrer der sie nach hause fahren könnte dir wollt nur geld haben nie also das müssen sie dann mit ihm ausmachen wie viel er nimmt aber sie können auch nicht so fahren ich kann so fahren nein ich nicht nack schnuck er fährt ich ah weg und wie willst du das denn machen na verloren du fährst Okay, ich fahr. Das, aber... Oh Gott. Äh, wohin? Äh. Ich weiß nicht, weg. Okay. Das war lustig. Du kannst richtig gut aufmachen, Helene. Ja, danke. Das ist das erste Mal, dass du mir das sagst. Warte, kurz. Ich muss kurz brechen. Hey, du musst deine Haare nach hinten ziehen. Nicht, dass deine Haare zwar der Kotze sind. Okay. Daddy, ich will zwar betrunken, aber pass mal auf, wie ich Auto fahren kann. Ich bin gespannt. Jetzt geht's los. Ja, ich kann auch so fahren. Ja, ich weiß nicht, du wachst es mir so viel. Okay. Wofa, Männchen? Ich habe keine Ahnung. Okay. Wollen Sie nicht so viel Blaulicht? Die suchen alle noch nach mir. Ich bin noch auf der Fahndungsliste. Wirklich? Ja. Teddy, das war sehr... Ich will mal sagen, ich bin auf der Fahndungsliste. Officer, ich bin auf der Fahndungsliste. Ähm, ähm... Auf der Fahndungsliste. Ja. Das Auto geht einmal aus. Ja. Officer, ich bin auf der Fahndungsliste. Ähm, telefonierst du grad? Ja. Tch... Was machst du? Was machst du? Meri, würde ich sagen, ich soll zur PD kommen. Ähm... Nee. Nicht? Ich bin die schlimmste Alptraum. Weißt du, bei mir ist die Wirkung so ein bisschen schon wieder nach. Aber bei dir bin ich mir nicht so sicher. Officer? Wie ist die Name? Ah, nee. Wir müssen jetzt gleich erstmal die... Bank im Norden überfallen. Ich muss mal hier Kraft raushalten, bis ich frische Luft kriege. Tch... Ja. Wieso fährst du so gut? Ich fahr immer gut. Weil das Auto fährt voll schnell. Ja. Okay, wir müssen deine... Fähigkeiten testen. Mhm. Und da vorne kommt eine Tankstelle. Und da hältst du an. Hier. Äh, hier beim 24-7. Ja. Ich geh rein. 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 Ja. Ich geh rein. Ich geh rein. Ja. Ich geh rein. 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 am aus nein ein ist soweit du bist hier und jetzt hier und jetzt du hast eine chance gegen mich das ist niemals jetzt hatte ich ja schon mal was geben ja das hat die nette dame gegeben wir fahren auch mein freund ja willst du ich bin mit seinem auto runter den strand ich war noch nie am meer ich war nie hier als nur gelöck aber in den ordnen Guck mal. Cinematic. Warte, was auf. Cinematic ohne Kamera. Ein epischer Moment. Hallo da. Oh ja, ist der kaputt gemacht worden. Ja, Stefano. Ja, alles in Ordnung. Äh, ja. Ich schick's jetzt mit, ja. Oh, pst. Man ist so lange episch. Ich hab nasse Füße. Oh. 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 Okay. Bia, Melody. Ich wollte dir was sagen. Was möchtest du mir sagen? Ich bin gar nicht deine richtige Tochter. Ist das so? Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Kannst du bitte hier wegfahren? Bitte. Ich muss dir noch was sagen. Was denn noch? Ich hab was gemacht. Was hast du gemacht? Ausverstehen. Was hast du getan? Komm. Guck mal auf meine Seite. Äh. Welche Seite? Also wenn du es nicht siehst, ist okay. Meine Seite. Auf meine linke Seite. Äh. Das ist... Achso. Ich hab mir leid. Da ist die Ellbogen ausgerutscht. Ich brauch einen Moment. Ein Auto. Wirklich? Jetzt stell dich nicht so an. Es ist nur ein Auto. Nur ein Auto? Was ist denn, Melody? Der ganze Geziebe. Es geht alles im Arsch. Was? Warum geht das immer aus? Weil der Motor schon überhitzt. Bleib stehen. Ich will aber nicht. Melody, du hast das Auto kaputt. Nein. Das ist deine Zeit. Ist dir der Spaß deiner Tochter wichtiger? Oder dein dummes Auto? Melody, Cinderella, Fetzen, Wishman. Stehbleiben. Boah. Es geht immer aus. Hör auf. Aufsteigen. Kommst du jetzt sofort raus? Nö, ich will nicht. Oh, Gedame. Ich will nicht. Aufsteigen. Ich will nicht. Aufsteigen. Nö. Eins. Ziem. Das hat mein Richtiges. Wichtiger Vater aber gemacht. Ja, mach doch weiter. Ja, mach doch. Zwei. Mhm. Was passiert bei drei? Bin ich ja gespannt. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Am Strand immer noch. Huiiii. 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 Mit meinem Auto? Alles cool. Nein. Überhaupt nicht. Mach das Auto aussteigen. Wir fahren jetzt mit Stefano. Ne! Doch. Nö. Doch. Ich mag den nicht, und er mag mich nicht. ich mache jetzt das was mir im herzen richtig weh tut es tut mir so im herzen weh strand immer noch wo bist du denn am strand ja ich bin ich bin mal aktualisieren hier weiter richtung doran vom strand dort aus gesehen keine 100 meter mache ich wenn du es nicht anders kannst bedroht sie mich mit der waffe nein ich mache das was mir sehr sehr weh tut das auto geschossen ich habe auch mein eigenes auto geschossen ich wollte nicht dass du dich hier verletzt die reifen kann man ersetzen und jetzt erwarte ich eine entschuldigung gute dame wenn du die das ist doch nicht wahr was soll die pinsel ich frage nicht was das auto hier zu suchen hat ich weiß wie du fährst wir sind schon mal bei jk also gelandet ich bin gut auto gefahren ja sehe ich ich bin absichtlich hier runter gefahren frag daddy hast du mal geparkt er hat mir verboten weiterzufahren jetzt hat er in seine reifen geschossen bist du wenigstens wieder rüchtern ja das hat echt reingehauen ja das war ein riesen fehler ich hab dir gesagt wir sollen dir nichts geben magst du mich betrunken auf gar keinen fall sehr gut ich mag dich ja auch nicht aber da sind wir uns einig oder was ja ich hab keine lust mehr auf die spielchen du bist toxisches fuck wieso bin ich jetzt toxisch ist gut ich muss nicht diskutieren hä jura du bist seit tag 1 nennst du mich toxisch und wegen dir hat meine freundin zu mir gestern gesagt ich bin toxisch was ist dein auftrag nerv doch nicht ist diese frau ne können wir sie nicht einfach hier anfangen nein sie sind taxifahrer wir haben die verpflichtung wir haben die verpflichtung mir auf den sack zu gehen was soll ich traut faszin 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 gehen nach hinten ok genuss bist du jetzt bereit? ja warum? wunderbar weil du da bist ich kann auch gehen ja war doch ich gehe jetzt ja ich gehe jetzt ja verpitz dich dann gehe ich einfach ich bin ja unerwünscht dann macht doch einfach hier um mir doch egal ich gehe jetzt ich bin unerwünscht bleiben sie stehen sofort wir gehen zurück wissen sie melde die vielleicht ein bisschen eigen zu sein ein bisschen eigen speziell sind sie und ich möchte nun dass die uns beide fahren ja würdest du dem taxi einsteigen wenn pano die klappe hält wenn er die klappe hält problem gelöst das ist mein auto nein das auto gehört ihrer firma ich habe kopfschmerzen ist der fahrer heute auch des öfteren scheint aber laufen ich hoffe nicht dass die kopfschmerzen hat ich glaube das ist ja extra ich habe richtig kopfschmerzen ich würde das letzte mal euch jetzt nach hause fahren ja ich weiß ich habe es gerade vergessen den kopfschmerz mehr nichts mehr von euch zu hören möchte ich nicht mehr du kannst von mir aus nicht melden aber die frau davon die wird sich nicht mehr was ist denn das problem zwischen ihm und melodie ich habe kein problem mit dir aber anscheinend will sie mich ja nicht weil sie ein model ist weiß was ich mein das ist ja nicht so dass ich euch helfen wollte weil er besorgen hat ich bin aber ein guter mensch aber wenn sie sie als model deklarieren ja dann geben sie auch schon zu dass sie gut aussieht oder nicht ach das ist doch nur so die frage ist ja was willst du von hier ich bin gar nicht ich bin hier leiblicher vater siehst du du zwei hier landen ne sei ehrlich sei ehrlich wir sind hier unter uns soll ich ehrlich sein auf gar keinen fall wieso das finde ich natürlich will ich nicht bei dir landen warum ist nicht dumm ich sag mal so nicht mein alter ja bist du eigentlich und ich habe in den letzten vier tage doch nicht grauere haare ja warum wohl das wie lange kennt ihr euch meine liebe wie lange kennen wir uns von ähm also jetzt also aktiv vier tage h 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 im passiv sind und so make me think of him prime Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Sollte die einreise machen guck ob die neulinge mit ihr klarkommen ohne sinnlichen schaden ich glaube nicht dass die richtigen einwohner charaktere sie sich jetzt die alle an oder wie wie die kleinen kinder ich bin stefano ich bin stefano ich bin stefano ich will immer ganz viel weiber haben aber ich krieg keine alter das geht jetzt so weit nach wie schluss bekomm deine tochter im griff sonst mache ich das ich habe eine lederjacke damit ich aus jetzt hätte ich bin aber in wirklichkeit nur ein kleiner peter hat sie dann das sie das feuer bei dir zu hause ich möchte auch dass du dich entschuldige ich jetzt er kann nichts dafür dass er so nicht mach ich nicht mach ich nicht mach ich nicht ich mach die scheiße nicht mehr mit sagen sie wo haben sie überhaupt gepackt weiß ich nicht ich finde wir sollten ein spiel spielen was für ein spiel wir sagen uns alles was wir an uns mögen stefano was magst du an daddy schnauze wenn du die schnauze hält genau das mag ich sie fahren du weißt du noch als wir uns im ersten mal getroffen haben da wolltest du mir klamotten kaufen ja weil ich nur nett sein wollte ich bin ich wünsche ich bin wunderschön ich habe ich gar nicht nein und ich wünsche ich hätte eine taxifache einfach gemacht drauf ich erfahre nur je mehr du mich dislikest desto mehr like zu mich hä was das denn ich kann das nicht mehr was kannst du nicht sag doch einfach dass du mich magst ich mag dich nicht ja dann sei da nicht so zu mir als ob du mich magst das ist deine toxische ader die toxische ader jungen also tun als würde sie mich nicht mögen du hast recht ich liebe dich jetzt liebe dich willst du mit mir willst du mit mir heiraten schau so so Ja, ja, ja. Komm, Schatz, steig rein. Hör auf damit. Ich hab deine Schwachstelle gefunden. Jetzt hast du verkackt. Komm, Baby, steig rein. Wir fahren jetzt. Ich steig da nicht rein. Gut, dann warte hier. Kommst du? Jesse Kappers, dich, hör auf. Ich cringe mich weg. Ja, ne? Du wolltest es so. Ich kann auch meine andere Art wieder machen, ne? Ist ja kein Problem. Halt ja einfach den Mund. Ey, was sind die Probleme, oder? Ich sag's, wie es ist, ey. GG. GG, ich fick sowas, ey. Was ist denn los? Oh, nein. Danke. Ich hab doch meinen Motor ausgemacht. Was ist... Wie, wollen Sie uns jetzt verarschen auch noch? Nein. Ich wüsste, der ist nicht gefahren. Ich tanke dir über Fahrt, ich selber. Ja, er hat auch diesen Bug, dass das Auto nicht fährt. Das hatte ich gerade gehabt. Ich tanke trotzdem. Oh, Gott. Oh, Alter, was passiert, Röder? Scheiße. Wirklich, warum müsst ihr denn sein? Könnt ihr einmal aus dem Auto aussteigen, bitte? Aussteigen. Ja, ist... Ja, ist... Ja, wieso? Ich... Wir haben kein Problem. Hast du ein Problem? Das Auto? Ich behalte die Waffe. Ich behalte die Waffe. Das Taxi brauche. Ja, dich überraschbar mir, dass du das sagst. Ich stelle keine dummen Fragen. Du hast doch was das? Ey... Aber warte mal, wie könnte das so eine Taxi-Zentrale? Raus da! Aber ich brauche das Auto. Ja, ich bin angewiesen auf das Geld. Was für ein Geld? Was machen wir jetzt? Soll ich sie aufhalten? Nein, 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 nein. Ganz wichtig, wenn die Waffen in der Hand haben, niemand ist angewiesen auf die Scheiße. Ich bin mit dem Auto verpissst, ich sagste, ich schieße dich. Ich erschieße dich einfach. Ich wünsche mich da nicht ein. Okay. Die ist voll durchgedreht, die Alte. Ja, ist sie auch. Was habt ihr vor? Das Auto kaputt machen, aber nicht an der Tankstelle. Danke für das Auto. Sehen uns. Ähm... Wieso jetzt? Ähm... Wieso? Kannst du mir sagen, warum deine Arbeiter oder sowas machen? Das sind nicht mal meine Arbeiter, das sind irgendwelche Leute aus der Southside. Ähm... Sie haben doch gesagt, ihr kriegen doch ein neues Taxi, oder nicht? Nein, ich hab gesagt, da ist eine Taxi-Zentrale. Genau da vorne. Paletto-Taxi. Oh nein, wir sind mitten im Meer und grob. Oh mein... Oh mein... Äh... 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 Das ist die für drei Personen. Kannst du uns nicht noch abholen? Ja... Äh... Dass ich mich verwählt hab. Der ist noch im Knast. Ähm... Kannst du dein Herz hören? Dann wie's schlägt, wie's weht, wie's weint. Ich hab mich nur verwählt. Dann wie's lebt, wie's lacht, wie's weint. Was? Ich merk mein Herz nicht. Was? Wie heißen sie die meintasse Klotter? Wirklich? Also das war... Äh... War mal anders, aber... Das müssen wir üben. In der Suche. Wir haben viel Zeit. So, und was ich dir sagen muss ist... Ja. Ähm... Ich hab ganz... Ganz viel Stress. Okay. Guter Stress? Schlechter Stress? Schlechter Stress. Und ich hatte tatsächlich ne Idee. Was sind für ne Idee? Ich hab ne... Die kommen mir gerade tatsächlich ziemlich spontan. Denn dein... Der Mr. Richmond hat doch gesagt, wir dürfen miteinander gar keinen Kontakt haben. Ja. Obwohl ich dich gekauft hab. Was so... Du... Äh... Äh... Ja? Ja, denn... Daddy hat dich verkauft. Aber das ist ein anderer... Daddy hat mich verkauft. In der Situation. Ja. Ja. Voll fies. Ja. Und jetzt? Ähm... Wir brauchen geheim... Super geheim... Geheimort. Okay, super geheim, ja. Und an dem Ort liegt ein Zettel. Ein Buch. Wir legen ein Buch hin. Okay. Und dann schreiben wir uns immer heimlich. Einsteigen. Aber wir mögen uns doch gar nicht. Doch, wir mögen uns. Du hast mich angerufen und erzählst mir, dass ich vermählte. Ich hab... Äh... Nein. Du wolltest das. Ich will das auch. Also... Wohin wollt ihr denn? Das Buch. Äh... Was ist das Auto? Ich... Ich brauch ein Auto. Das Buch. Ja, das Buch. Ja, das ist Marsch. Ja. Ja, dann fahren Sie einfach mal... Ja. Und dann? Und dann? Willst du das Buch? Ja, check. Kann sein. Ähm... Hast du ein... Hast du ein... Hast du ein großes Buch? Ein Buch? Und da kann man reinschreiben. So was wie ein... Wie ein Tagebuch, was wir zusammenführen. Ja, scheiße. Zum Beispiel... Warum, was los? Ja. Und legst das da hin und dann schreib ich was rein. Und bleibt das auch liegen? Wie soll ich denn die hochgekommen? Brute Marsch oder was? Ach ja, ist ein Ort dafür? Mein Ort, mein Tagsort. Was? Ja. Okay, ich besorg das Buch. Und... Okay, wann treffen wir uns? Oder wir nehmen... Also so... Buch... So was wie ein Notizzettel. Nur halb... Ja, ich weiß. Ganz viel. So, und dann... Du sagst mir wo? Ja. Ja. Theoretisch... Naja, wo der uns halt nicht sieht. Okay. Gibt's ja Ärger. Okay, ich schreib dir das dann, wo das ist. Okay. Und dann komm ich immer antworten. Dann können wir... Das ist unser geheimer, geheim, supergeheim... Geheimer... Geheim, supergeheimexpress. Genau. Okay. Hier. Hasen wir uns eigentlich? Äh... Ich glaub schon, oder? Warum? Ha... Und so und so? Weil... Ja, nichts mehr. Weil... Weil... Scheiße, alles scheiße. Ich kann auf den... Also... Ich kann super morgens. Nee, nicht... Wenn Sie sagen, wie ich... Ich ändere mich. Ich will nicht, dass du flirtest. das will ich nicht dann gehe ich also ich habe ich kenne ich ja nicht ich schreibe das hast du gesagt das selbe wort was habe ich genau gesagt du hast gesagt du du willst mich nein ich will gar nichts ich will das auflegen ja Schreib mir das Geschlecht an, nicht? Ja, mach ich. Ja, gut. Dann haben Sie noch mal Glück. Bis dann. Tschüss. Warum? Leg du auf. Nee, leg du auf. Ach Gott, leg du auf. Nee, leg du auf. Oh nein. Scheiße. Bitte zu krankstelle. Du legst auf. Ja, ich versuche es zu schicken. Sie müssen das noch mal sagen vor meiner Tochter. So, okay, wir haben alles noch was. Hallo, ich bin wieder da. Ah, gewiss. Was denn? Was ist da? Was ist los? Melody? Ja, ich habe aufgelegt. Hm. Ich hatte gerade ein interessantes Gespräch. Wirklich? Warum erzählst du in der Stadt herum, dass ich kein Geld habe? Boom. Jetzt gibt es Ärger. Weil du kein Geld hast. Und warum musst du das rum erzählen? Na, Ehrlichkeit wäre da am längsten. Und dann wollen die OGs alle weniger Geld von dir. Hey. Wenn du dich nicht immer als reich ausgibst, dann wollen die auch kein Geld von dir. Ich habe mich nie als reich mitgezählt. Doch. Du hast mich von Anfang an mit Geld gelockt. Ach, so geht das. Also wenn du sie als Tochter haben willst, ja. Aber die Frage ist, willst du es? Schwierig. Ja. Also überlegst du nochmal genau. Guter Mann. Haben sie Kinder? Äh, tatsächlich nicht. Nein, sie sind froh. Kosten nur Geld. Wenn ich noch kein Geld habe. Aber bist du denn immer noch da, Melodie? Hm. Was ich mag. Oh. Das ist eine gute Antwort. Ich danke auch, ja. Ich gehe gleich zum PD. Danke dir. Ich mag dich auch. Kein Dingeling. Warte mal kurz, ich bin mir nicht drauf. Nein, 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 nein. Was stecken? Du hast... Gibt es jetzt hier was? Ich habe Geld, kein Ding. Alles gut. Äh, ich habe kein Auto, glaube ich, hier. Glaub ich auch noch woanders. Hast du einen Notizzettel oder so? Äh, ja. Wirklich? Oha, danke schön. Brauchst du welche, oder wie? Ja. Äh, das war's. Alles gut. Bis dann. Ah, hier, bitteschön. Oh, danke. Ja, gut. War ein scheiß Tag. Äh. Ich denke, ich gehe jetzt mal PD, dann schlafen. Okay. Gut, dann, äh, haut rein, ne? Hau rein. Schlaf gut, Stefano. Tschüssi. Ja, tschüss. Ja, du hast echt recht. Er ist echt toxisch. Ja, richtig toxisch. Ich höre euch. Oh, so einen will ich mich nie einlassen. Richtig eklig. Ich glaube, der ist wirklich nur selbstverliebt. Der ist richtig selbst. Guck mal, die Haare so voll gegelt und so. Und will immer andere so, oh je, ich bin der Beste. Aber ist voll der Toxic-Typ. Ja, so ein Wannabe-Toc-Toc-Fuck-Boy. Ja, genau. Toc, Toc. Alles so fein. Ich will dich nochmal daran erinnern, ne? Dass dein Auto... Ne? Dein Auto... Ja. Keine Ahnung, wie viel du dafür bezahlt hast. Aber dein Auto war teuer. Wegen dieser Frau. Jetzt ganz am Ballet... Ganz beim Ballet-Toc-Toc-Ball am Strand liegt. Ne? Und das nur wegen einer Frau, die du seit vier Jahren, wie vier Tagen kennst. Vier Tage. Aktiv. Aktiv. Jetzt bist du richtig alt geworden. Und dann willst du mir sagen, dass ich ein Wannabe-Fuck-Boy bin. Was ist die dann? Du überlegst dir genau, du Hund. Du Hund. Melody, nicht jetzt. Achso, Entschuldigung. Außerdem, falsche Seite. Achso. Weißt du, jetzt wäre dein Standing gewesen, du würdest mich verteidigen können. Also, weiter. Ähm. Stefano. Nein. Bin ich dein Hund, oder was? Verpiss dich jetzt sofort in dein Scheißbett. Und lass meinen Vater in Ruhe. Schieß doch. Halt! Oh, verdammt. Das sind Sheriffs, pass auf. Au, au, au. Was soll das? Nichts mehr. Hilfe, Hilfe. Komm her, drunter. Helfen Sie. Das ist einfach wild, um sie uns zu schlagen. Erstmal stehen bleiben und die Hände hochnehmen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Verdammt noch mal. So, was ist hier los? Dieser wild gewordene Mann. Guck mal, dass er in die, ne? Einfach mal jetzt auch da angegriffen. Das hat lange dauert, bis ich gehung. Und dann machen sie sich, sie hauen den auch noch mal eben um, oder was? Ruchst du es endlich? Ja, mache ich. Bob, sehr schön. Und wie kam das zustande? Was ist da passiert? Nun. Sie können ja hin, die wieder unternehmen. Ja, hallo, PD 63, aber wir brauchen einmal, äh, der Tanksteller stattpackt. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich da mal einen Zug eines Rettungswagen hat und wir haben zwei Verletze nach Schrägerei. Und deswegen ist er nun beleidigt und konnte seine Motion nicht mehr länger regeln. Kann ich helfen? Achso, schön. Grüße. Ja. Naja, ich habe sich welche aufs Gesicht gehauen. Aber wenn man, wenn man bewusstlos ist, darf man das, was jetzt gerade besprochen wird, nicht verwenden, ne? Bist du ein Dissertabel. Ja. Hab ich gelesen. Ich bin jetzt Taylor von Richmond, meine Binnigkeit. Ich bin ein Profi. Das ist ja traumhaft. Ich würde Sie bitten, sich umzudrehen, die Hände über den Kopf zu nehmen. Sie sind, äh, festgenommen aufgrund eines, äh, ausstehenden Fahndungsgesuchs. Mhm. Aber gewiss, kein Problem. Hey, Toni. Schön. Ja. Ich habe so einen Schnösel gerade weg. Ich wollte gerade anbieten, dass Sie für 5000 die Kopf zusammenschlagen, aber irgendwie. Bist du aber weggerannt. Ja, wenn er nicht will, dann hat er schon. Die Dame? Wie geht's Ihnen? Redet noch nicht. Okay, schade. Ich? Was? Dann scheint es wohl sehr gut zu sein. Redet auch immer nicht, wenn die Dröhnen und kickt. Also ich jedenfalls. Redet er jetzt mit mir? Ja. Nee. Und, hast du eine Tasche gekauft? Ja, ja, habe ich gekauft. Okay. Dann lassen wir die Dame mal hier stehen. Genau, schönen Abend noch. Einen wunderschönen. Achso, da denke ich simuliere. Achso, dann irgendwie stehe rum. Okay. Okay. Hm, hm, hm. Okay. 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 Aua, meine Beine So, Hallöchen Ach, Melody Mensch Wir laufen, es läuft über den Weg Was hast du denn eingestellt? Hm, ich wurde umgeboxt von dem da Von dem da? Ja Hä, was ein Arschloch Ja Ja, geil, geil Dank fürs Aufheben Natürlich, immer gerne Wie geht's dir? Brauchst du noch ein Kühlpäckchen? Ja Ja, bitte schön, Melody Danke Gerne Brauchst du eine Umarmung? Ja Komm her, Melody Alles wird wieder gut Was meinst du? Ich weiß nicht, dass du mit Empathie Achso Ja, geht's so nicht? Nee Achso, scheiße Guck mal, kann ich auch noch was von dir lernen? Ja Ja Und jetzt ist eine ruhige Schicht Dankeschön Ja Das ist sehr nett, ich muss auf meine Kollegin warten Okay Wahrscheinlich hast du fester geschlagen als er Ja Sehr gut Hast du auch eine wirklich starke, naja, hast du stark trainierte Hand? Nöchel, Gelenke, Muskeln Ähm Fäuste Ja, sag ich doch Ja Ja Sehr gut, sehr gut Glaube ich zumindest Also, vielleicht ist auch ein bisschen Besorgnis darin Schlägst du öfter Menschen? Hm, manchmal ab und zu, aus Versehen Ja Und wenn sie es verdienen, bestimmt auch, oder? Hm, nee, nur aus Versehen Okay Ich glaub dir das Glaub dir das Ja Ich schau mal, wie weit meine Kollegin ist Wir haben ein bisschen Stress, ja? Okay, der ist toxisch und will die bestimmt um Finger wickeln Hm, dann hol ich sie da mal raus Ja, bitte Gut Pass auf dich auf, ja? Ja, du auch Bis dann Ja Ja Richtig Ganz genau Ja Aber ansonsten geht es dem jungen Herrn gut? Alles klar, dann müssen wir auch weiter Wir haben Stress Lassen Sie mich nicht allein Äh, doch Bitte Nein Piss Sie werden es überleben Melody ist doch so eine süße Liebe Oh nein Ja Der ist so gemeint zu mir Ja, das ist nicht in Ordnung, ja? Ja Also das geht nicht, ne? Melody hat geweint, sie ist sehr traurig Das kann ich einfach auch nicht Ich mag den voll und der ist aber so vorhin zu mir Ja, so geht es nicht, ne? Der hat mich einfach geschlagen Du hast mich getasert Das will ich nicht machen Ich glaube auch nicht, dass sie das machen würde Wie? Wollen Sie mich verarschen? Ja, ein bisschen vielleicht, warum? Das merke ich gerade Gut, wir müssen weiter, ne? Ihr kriegt euer Streit hier schon alleine Ey, die tut gerade so Ich mach doch nur Spaß Ich weiß doch, dass sie gerade nur so tut Ich bin doch nicht dumm Ja Ich weiß ja nicht, ey Aber sie sind doch ein Mann, sie schaffen das Ja, sie sind doch groß und stark und so Und haben wohl geformt, muss schnubelt hier und bla 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 Sehr gut, Melody Du bist du scheiße, du Bis dann, ciao, ciao Dann lass uns mal weiter Hi, ich bin so gut Hi Die Redneranzeige hier Na, Anzeige Die Redneranzeige, die hat mich geschlagen Ich hab gerade nichts gemacht Die hat mich geschlagen, die heult jetzt extra Ich hab nichts gemacht Die ist so gemeint zu mir Die heult extra, glaub ich mir Die hat mich geboxt Die hat mich geschlagen Er hat mich so niedergeschlagen, dass ich auf dem Boden lag Und die mussten mich wieder aufheben Der Officer, ich war auch auf dem Boden Erstens das Und zweitens, der Officer Ich sag ihr mal was Diese Frau hier rechts von mir Die hat einen Taser Die hat einen Taser? Die hat einen Taser und die hat mich getasert Ja Diese Frau Die ist gefährlich Die Frau tut so, als wäre sie süß Als wäre sie so Oh, so gemein Du weißt genau, was du da mit meiner Psyche warst Du nutzt das immer aus Hi Melody Hallo 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 Melody So, ich würde jetzt mal ganz kurz Ihre Aussage aufnehmen Wenn das in Ordnung geht Ja Denkst du das so weit hin oder Ja Möchten Sie keine Aussage geben? Ich kann das gerne machen Bräuchte ich mal bitte Ihren Ausweis? Ja Einen Ausweis, ja Und Sie sind ja gerade die Täterin Ich bin nicht die Täterin Sie hat mich niedergeschlagen Melody Habe ich das richtig ausgesprochen? Melody Äh, 25.12. welches Jahr war das nochmal? Ähm, ich werde dieses Jahr 21 Achso 2002 Ja Okay Schön, schön, schön Ja Ähm Was war denn los? Also wir waren erst am Strand und so Und auch mit meinem Daddy und so Und dann Und dann habe ich Stefano gesagt, dass ich ihn voll mag Und dann wurde er moment 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 auch 26 monate ich also sie waren am strand ich bin die doch schnellste schreiber ich kann halt nur ein und dann schreiben strand und mein der die war auch dabei und es gab die die gesagt ja okay ich nehme das das wäre anders mit ich mache mal die aussage hier angefangen hat ich habe ich deine nummer ich kümmere mich mal dass die aussagen dann ich melde mich bei dir wenn die 48 dann melde ich mich bei euch also sie waren am strand ja und dann ist was passiert dann sind sie ja gefahren und dann wurde unser taxi dann sind wir zum ja die taxi oder die klauten ins meere fahren mit einem anderen taxi moment 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 also sie sind vom strand mit dem taxi her gefahren und das wurde dann gestohlen er weiß der fahrer ist taxifahrer und das wurde geklaut also haben wir dann anderen taxifahrer gerufen mit einem taxi ja gut dass dann ist das erstmal also sie sind einfach nur zu dem stadtpark zu dem stadtpark gefahren ja und dann wollte ich die fahne schlafen und ich habe gesagt schlaf gut ich hab dich lieb und dann ist er voll ausgerastet und dann wollte er auf meinen daddy gehen und war voll gemein und ja ich habe einen taser von meinem daddy weil er hat gesagt den soll ich nur in notfällen benutzen und dann hat stefan nur die faust ausgepackt und dann sagt er taser mich doch taser mich doch nicht so nein ich will dir nicht wehtun und er wollte dann einfach losschlagen und dann habe ich ihn getasert gegen mein will ich musste das machen und dann ist er zu mir gekommen und hat mich niedergeschlagen und mein daddy hat ihn niedergeschlagen und so war das dann das war notwehr also sie haben ich muss das noch mal ein bisschen aufdröseln sie war mit ihrem daddy am rand hier und stefan und stefan ja richtig ja kommen sie aus dem osten ich war mal eine zeitlang dort ja was hört mir aber aus ach sagen sie bloß ich sag's ihnen schön oder schön schön ich gucke mir ein bisschen bei anderen leuten die in der nähe sind ich merke das war super oder wir waren am strand dann sind wir zur stadt tanke gefahren danach wollte stefano schlafen gehen was ist dann passiert noch mal wenn man verabschiedet ich habe gesagt dass ich ihn lieb habe moment ja damit kam er nicht klar dann kam ich klar und hat dann auf sie eingeschlagen oder er wollte dann auf mich einschlagen und dann hat mein daddy mich verteidigt und dann habe ich habe ich den taser geholt im contact der die einen muss klar aussagen machen ich bin der im großen wie Was, warum? Ich glaube, ich habe in letzter Zeit ein bisschen viel Scheiß gebaut. Oh mein Gott. Kann ich mit? Dürfte ich die Haftzeit, die anfällt, mit meiner Tochter teil? Melody is a royalty. Yeah. Mhm. Ja. Ich hätte ganz viel Glück. Was? Nun, Melody, ich glaube, du darfst nicht mitkommen, denn du würdest jetzt auf einmal vielleicht einen Officer verprügeln. Wirklich? Wenn ich einen Officer verprügelt, darf ich mit, ja? Wenn sie mich jetzt schlagen? Ja, eine 1099 und dann, ja, dann wird es verhaftet werden. Ich bin ready. Ja, doch, ich darf nicht. Okay. Okay, bis gleich, Daddy. Ist nichts Persönliches, so ein Aussie. Können Sie mich auch, dass wir das machen wollen? Ja. Ja, Melody, auf, ey, jetzt! Ja, auf! Ja, auf! Ja, auf! Ja! Ja, auf! Ja! Ja, auf! die mitarbeiter von dem b ganz dumm stefano der hund du kannst dich nicht provozieren du hast verloren ja mit absicht ich gehe jetzt ins gefängnis viel spaß ich kenne das schon also sie kommen jetzt erst mal mit die polizei reagiert ja nur die reagieren auch nur wenn ich aber nicht so ich meine name der anstrengung dann nehmen wir uns gleich was soll ich will gefängnis und dann müssen wir den officer schlagen ja und ich habe jetzt gute laune ich kann jetzt nicht gut schlafen gehen ich wünsche ihnen nicht gesagt ich habe sehr gehört dass er gesagt wird so sehr gut und ich habe dich so liebste hallo ich liebe dich auch wenn ich so wenn ich die feine englische art polizisten zu schlagen ja 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 aber scheiße ja das wird teuer ist halt mein daddy jetzt wenn ihr daddy ich finde es von richmond moment die dame kenne ich doch nicht mehr noch die sind sie das ja ich bin da siehst du aus meiner auf die fresse ist gesagt ich darf ja aber mich doch den dreck legen tschuldigung das war nicht so sollte nicht so doll sind wir haben den weg verspürt jetzt ist es aber leider kein kabamiers für den dägen und die erste anzeige bringen ja können wir schnell zum pd fahren ja die dame wollte das das ding ist die dame wollte das so ich habe sie gefragt ob sie das wirklich machen möchte ich habe sie mir eine fresse gehauen das heißt wir nehmen sie jetzt trotzdem mit das bilder ja ich dachte ich bin ja wahl ich wollte ja oder mich melodie eigentlich haben aber schlecht ganz schön schlack drauf bis der vergeschenke sie setzen sich jetzt bitte nach vorne ja was soll jetzt den 91 aber das hat sie dann haben sie plus eins müssen ich kann mich ins gefängnis 16 10 91 1 dazwischen gefunden wenn sie die beantworten möchte gerne sie haben das recht zu sagen alles was sie sagen kann und wird pro gericht gegen sie verwendet werden haben sie das ist ja cool sie haben das recht auf einen anwalt möchten sie diese rechte in amtsbuch nehmen gut wunderbar das schön nicht mehr leute ich hätte ein paar zusätzungsfragen ich schreibe gerade ein artikel für die zeitung dazu gehört ein wenig die hintergründe der polizei zu beleuchten ja und ich hätte natürlich im rahmen eines einsatzes auch mal fragen zu den betroffenen ja würden sie mir die ehre erweichen diese vielleicht zu beantworten ja den polizeieinsatz in den die karte verpflichtet sind wie würden sie den bewerten von 1 bis 5 mhm 5 das sind ja irgendwann freie antworten nicht wahr haben sie vielleicht sonst noch irgendwelche anmerkungen bezüglich der polizei ich will polizistin werden da überlegt man noch mal immer türen auf dadurch war ich auch schon eigentlich ja 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 dann kommen sie mal mit auch meine händchen und einmal hier links und einmal hier rechts die genug die genug tun sie jetzt in der zähne anzusperren die gebe ich ihnen jetzt nicht selber schön so aber ich habe jetzt einmal sehen sie sich einmal an die glas scheibe ich nehme jetzt einmal die handschellen ab ja danach nehmen sie einmal bitte die hände hoch ich muss nur einmal durchsuchen ja und ich hätte vorhin über das ding mit dem dieser überweg geguckt wenn sie mich nur einmal geschlagen hätte aber die frau hat einen taser mit nur so eingesetzt weil ich weil ich vogelfrei bin das ist nur eine bierflasche hier ja 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 vogelfrei weil die weil die wollen mich töten ja die schauszeit irgendwie warum was sind das hier für pillen weiß nicht mein daddy gibt mir mal irgendwelche süßigkeiten ja die sehen ein bisschen komisch aus die würde ich meinen uns in unser labor geben lassen können die hände wieder runter nehmen und ja ich bin ja noch mit meiner aussage oder nicht ja dann ich sage meine stars und weiss es bescheiden ja klar so gerne beim kollegen dann bei der herr stefano auf sie einschlagen wollte ich bin da langsam zu schreiben den sie überhaupt gibt aber da ist halt du kommst halt mehr raus weil die leute dann halt noch mal drüber nachdenken was sie dir sagen und wo sie dann weil wenn man das alles so schnell schnell macht ja manchmal nur so die halben wahrheiten mit langsamste schreiber genau aus dem grund und es ist kein scheiß ich kann nur eine sache auf einmal das ist zuhören oder schreiben also kein multitasking nein absolut nicht wirklich echt nicht der beste im schreiben wissen warum ich den job angenommen habe aber wahrscheinlich wegen bürgernähe und man hat ganz noch was zu tun so also wo waren wir stehen geblieben er hat sie dann verteidigt hat hat der stefano geschlagen stefano wollte mich dann schlagen weil er mit gefühl nicht klarkommt und ihr daddy hat sie dann verteidigt haben sie ja gesagt richtig ja und dann wollte stefano meinen daddy schlagen und dann habe ich den taser raus geholt und stefano hat mich provoziert hat gesagt mach doch mach doch und ich so nie ich will dir nicht wehtun und er so okay dann schlage ich den vater und dann habe ich stefano getestet und dann hat stefano mich niedergeschlagen und ich lag am boden und mein daddy hat stefano niedergeschlagen und dann kommt ihr also hat er doch geschlagen ja dann am ende ich hatte diesen charakter ich hasse stefano wirklich sein penetrantes rundstück so brügelst du auch den kopf weil ich in den knast will weil mein daddy jetzt in den knast geht und sagt ich kann mitkommen wenn ich einen verprügel und jetzt komme ich nicht in den knast sehr schön sehr schön also ich würde ihnen das jetzt mal vorlesen was ich geschrieben habe einfach noch für die richtigkeit ich kann nicht mehr wir waren am strand stefano und auch mein daddy waren auch und auch mein daddy waren dabei ich schreibe das nachher noch mal ein bisschen um damit das technisch sind noch gibt ich kann stefano changen ich kann zur stadtparktanke gefahren danach wollte stefano schlafen gehen ich habe diesen ich habe den dann verabschiedet habe ihn dann verabschiedet und ihm gesagt ich habe ich habe ich lieb damit kam er nicht klar und wollte auf mich einschlagen mein daddy hat mich dann verteidigt danach wollte man wollte stefano mein daddy schlagen dann habe ich den taser rausgeholt um mich zu verteidigen danach hat mich stefano provoziert dadurch habe ich ihn habe ich stefano aus notwehr getasert danach hat er mich niedergeschlagen so richtig ich werde nie wiederhört okay also dass das dann sieht sich bei mir auch bei liebe oder bei jung ich will das L-Wort nicht hören genau das L-Wort ist verboten dann nennen wir es halt Zuneigung auf emotionaler Ebene positiv toleriert dann war es nicht besser ja nein wirklich nicht seid unangenehm schön 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 gut übrigens einfach für Sachverständnis und für die Anlage Herr Phineas Taylor von Richman ist noch nicht der Vater die Adoption ist gerade noch in der Klärung was achso er will das heißt nee nee Mr. Richman will sie weiter adoptieren keine Sorge hat er das offiziell gemacht anscheinend schon aber sie sind auf jeden Fall noch nicht ich dachte mit Daddy wäre das jetzt so ein ganz wildes Ding geworden ich habe sie gehört es ist auf jeden Fall noch nicht in dem Zustand dass wir sagen können verwandt oder verschwägert ach so ein so ein Daddy jetzt habe ich es verstanden ich dachte das wäre so ein ganz wildes Ding also alles in der Stadt schon gehört nee das ist was ernstes wie na das kann meines was ernstes sein also also er möchte sie adoptieren ja anscheinend ja schon ich erfahre gerade zum ersten Mal davon oh also das ist ja emotional gerade für mich ist das also ich äh hat ein bisschen mit der Situation überfordert weil ich gerade nicht weiß inwiefern sie Daddy gemeint haben naja also der hat mich aufgenommen ach so ja gut jetzt gibt es wieder Sinn ja dachte das wäre halt die andere Schiene was denn für eine Schiene ja nee nee lassen wir da das ganz gründliche Ding ich auch nicht erklären dem okay nee nee nicht drüber reden einfach hinnehmen ähm ähm wie heißt sie ich bin meldy Cinderella Jensen das steht aber nicht auf dem das steht aber nicht auf der Haus weil es da steht nur ja der Cinderella passt nicht drauf ja das sind diese amerikanischen ausleiten müssen verkürzt nicht ja ja gut mit Sensen welchen Grund hat es denn dass sie unbedingt in den Knast wollen also kackt hier jemand haben sie gerade gefragt ob jemand kackt also ich wusste jetzt nicht was das doch ich hab's gehört aber einfach ignoriert hinter ihnen läuft ein Abfluss oder ich so kann durchaus angehen ich glaub die Choletten sind bei uns mhm ich bin das sogar erinnern also kackt 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 Und deswegen waren sie am Telefon, hatten das Telefon am Ohr und habe mich nebenbei gefragt, wenn ich sie jetzt schlage, komme ich dann in die Zellen. Ja, weil mein Daddy ist gerade auf dem Weg ins Gefängnis und ich habe gefragt, kannst du mich mitnehmen? Und er hat gesagt, nur wenn du jetzt einen Officer verprügelt. Danke sehr, das wollte ich hören. So, jetzt kommen wir zu jedem persönlichen Problem und sie wollen ganz viel kennenlernen und ganz viel sehen. Warum gehen sie dann nicht zum Community-Center und lassen sich als Bewährungshelferin oder sowas heimtragen? Ja, da war ich... Also gehen wir auf die andere Seite. Ja, da war ich schon. Ja, also, guten Tag. Also hier vorhin sitzt Melody Jensen. Melody Jensen war eben gerade an einer Auseinandersetzung mit einem Herrn. Ja, ich habe heute hören. Er hat diesen Herrn mit einem Teser getasert. Danach ist dieser Herr auch bewusstlos zum Boden gegangen nach weiteren handgreiflichen Auseinandersetzungen. Das war aber so ein beidseitiges Ding, hat sich ein bisschen hochgeschaukelt. Egal. So, Frau Melody ging auch daraufhin zu Boden. Frau Jensen ging auch daraufhin zu Boden. Jetzt kommt es noch ein bisschen zur ganzen Spitze. Erstens möchte er eine geschädigte Strafantrag stellen. Zweitens hat Frau Jensen danach, den Herrn Offenshert, dann zu Boden geschlagen. Das war ein gut aus dem Mann. Ja, die Dame. Oh, ich höre nichts. Ja, der Herr Staatsanwalt, könnten Sie vielleicht, oder Herr Anwalt, könnten Sie vielleicht ein bisschen überreden. Danke. Achso, ja, äh, Miss Jensen dann vielleicht auch? Ich weiß nicht, ob Sie gerade was zum Protokoll gegeben hat. Bei mir im Endeffekt, also ich habe es ja, äh, ich muss das alles noch in einem klaren, in klaren Sätzen schreiben. Das tut mir leid, das ist nur so für mich jetzt erstmal, dass ich das so grob habe. Also, ähm, im Endeffekt, wir waren am Strand, Stefano und mein Daddy waren auch dabei. Da muss ich dann herausfinden, wer das war, wird wahrscheinlich die Person gewesen sein, die hier im, äh, die die war, zu dem Zeitpunkt. Wir sprechen gerade ein bisschen durcheinander, wir waren schon bei der Geschichte. Genau, also, bleiben wir bitte bei der Geschichte hier. Jensen ist dann wieder aufgestanden, nehme ich an. Jensen wurde von Medizinern wieder aufgeholfen, von Rettungskräften. Äh, und danach haben wir die beiden Parteien natürlich separiert, äh, und, äh, neuerhaft versucht, äh, die Situation zu klären. Dann hat Miss Jensen einen Anruf bekommen. Oh. Dieser Anruf, äh, da hat sie herauskonstellisiert, das hat sie eben gerade auch bestätigt, dass sie die Anweisung bekommen hat, wenn sie der Person, äh, namentlich Mr. Phineas Taylor von Ritzman, äh, ins Gefängnis folgen möchte, dann möchte sie doch bitte einen Officer schlagen. Das hat sie dann auch getan. Äh, äh, der Kollege dann ging zu Bogen. Äh, wir haben die Dame festgegangen. Ja, ich. Ja. Hm. Was hat sie dann getan? Wen hat sie geschlagen? Wir haben die Kollege mit der Elvis-Dolle. Und, äh, das ist Pidi? 48. Okay. Dann DUNN. Okay, sie sind Tau gegangen, die ist mir gegangen, wie ist sie leider da gewesen? Äh, also, sie hat mich gefragt, und ich hab darauf gefragt, ob sie das wirklich machen will, und dann hat sie mir eine Fresse gehauen. Äh. Okay. Okay. Einmal? Dreimal. Dreimal. Und dann ist der Kollege hingefahren. Okay. Wurzlos? Ja. Ja, Gott, zeitig. Okay. Gut. Ich kann doch keine Anzeige stellen, ne? Okay. Inge passieren. Dann geht's einmal um die Strafanzeige von dem Herrn. Wer wurde da überhaupt, wie hieß denn der, der da... Mr. Stefano Alonso, geboren am 3. Mai 96. Und der möchte Anzeige stellen. Der war auch bewusstlos. Ganz genau. Äh, wurde getasert, den Teser haben wir sichergestellt. Ich hab hier auch noch so ein paar Bilden, die müssen wir einmal hochgeben zur Untersuchung. Äh, das steht nicht drauf. Dementsprechend müssen wir nochmal schauen. Aber das, äh, hat gesagt, glaube ich, das kann man mehr pergültig später machen. Okay. Halten wir fest, Mr. Stefano Alonso stellt wegen der schweren Körperverletzung Strafanzeige. Äh, der Kollege hier nicht. Das heißt, wir sind jetzt, glaube ich, soweit, dass wir Miss Jensen mal fragen, wie sie sich dazu äußert. Äh, wobei... Gegen die Vorwürfe von Mr. Alonso, den sie da ja ursprünglich geschlagen hatten. Getasert hatten. Ja, ich hab doch... Würden Sie vielleicht etwas darüber sprechen? Ich kann sie nämlich hier drüben... Der Tisch ist ja lang. Jetzt? Ich hab das ja schon zehnmal erzählt. Ja, mir ja nicht. Ich weiß einfach nichts. Also. Wir waren am Strand, alles cool. Ich mit Stefano und meinem Daddy. Und dann sind wir zu einem Stadtpark an der Tankstelle gegangen. Stefano wollte schlafen gehen. Ich hab gesagt, guten Tag, Stefano, schlaf gut. Ich hab dich lieb. Stefano kam zurück. Er kam damit nicht klar. Äh, nicht so viel Gefühl und so. Und dann... Und dann wollte er... Wollte er mich, äh... Dann wollte er mich schlagen. Und dann wollte er meinen Daddy schlagen und so. Und dann hab ich gesagt, hör auf damit. Sonst taser ich dich. Und er so, ja mach doch, mach doch. Und er provoziert und sowas. Und dann wollte er meinen Daddy schlagen. Weil ich hab gesagt, nee, ich will dich nicht tasern, weil das tut dir nur weh. Und dann, ähm, wollte er meinen Daddy schlagen. Dann hab ich ihn getasert. Und dann ist er aufgestanden, hat mich verprügelt, dass ich auf dem Boden lag. Und dann hab ich ihn verprügelt. Nee, dann lag ich auf dem Boden. Dann kam mein Daddy. Mein Daddy hat ihn verprügelt. Und dann lagen wir beide auf dem Boden. Okay. Also. Wie viel Daddy geschlagen hat? Also, die haben ihn getasert. Er hat sie K.O. geschlagen. Und Daddy hat ihn K.O. geschlagen, ja? Ja, also im Grunde hat er alles... allen weh getan. Gut, also haben sie ja die Auseinandersetzung eröffnet. Mit dem Taserschuss haben sie ja im Endeffekt die erste Kofferletzung begangen. Ja, weil er zuschlagen wollte. Okay. Hätte ich warten sollen, dass er zuschlägt. Wäre das in diesem Sinne erstmal Nothilfe? Das heißt, da könnte ich jetzt prinzipiell direkt nichts tun. Der Kollege Officer möchte keine Anzeige erstellen. Haben Sie noch was anderes zu Protokoll zu geben? Nö. Okay. Wer ist Daddy? Ist das Mr. Richman? Ja. Okay. Ja, dann... Zum Protokoll. Mr. Richman hat bestätigt, dass der Adoptionsprozess im Laufen ist. Dementsprechend sind wir noch nicht in dem hier verwandelt, verschwägert, äh, Status. Ja. Schön. Ja, gut. Also die, äh, versucht Körperverletzung gegenüber Mr. Richman ist dann in der Akte nochmal ein separater Vorwurf. Ähm, Miss Jensen kann ich jetzt unmittelbar erstmal nichts nachweisen, ohne weitere Zeugen gehört zu haben. Und daher sehe ich jetzt aktuell keine Handhabe, ähm, Körperfehler auszustellen. Behalten wir den Zähler oder wird er wieder zurückgegeben? Der ist aktuell noch Teil der Ermittlungen, bis wir geklärt haben, was da zwischen Mr. Alonso und Mr. Richman genau vorgefallen ist. Sehr schön. Die Telefonnummer von Herrn Alonso schreibe ich in die Akte mit rein. Äh, dann, ja, machen wir die Akte fertig und dann, äh, wird irgendwie sie ans D.U.J. Aber ich hab doch, ich hab doch, ich hab doch nen, ich hab doch nen Kopf verprügelt. Ja, aber der will keine Handhabe gegen Sie stellen und Körperverletzung wird nur auf Antrag verfolgt. Also Sie benutzen ja so Gegensatz, aber den haben Sie nicht benutzt. Warum? Ich bin so illegal unterwegs. Dann, äh, können Sie gehen, Miss Jensen. Darf ich zu meinem Daddy? Nein. Äh, weiß nicht, gibt's im Prison-Besuchsrecht? Oder Besuchsmöglichkeit? Also Besuchsmöglichkeit, ja. Ja, also Mr. Richman hatte vorhin geäußert, dass er sich gern verabschieden würde. Und da ich gesagt hab, naja, vielleicht sehen Sie sich gleich im Gefängnis wieder, hab ich ihm das verwehrt. Von daher fände ich's in Ordnung, wenn Miss Jensen da die Gelegenheit bekommt, sich zu verabschieden. Ja. Ja, ich glaube, ich mach das so. Ja, wir nehmen Sie mit, wir nehmen Sie mit. Weißt du, wenn ich jetzt euch schlage? Ja, das wär' ne ziemlich bescheidige Weg. Das wär' ne verdammte Idee. Also, das wär' ne ziemlich dumme Idee. Würden Sie da mindestens knutzt kommen? Wenn jemand dagegen Anzeige erstellt, dann ja. Aber das hat ja gerade schon mal nicht funktioniert, ne? Ja, das Ding ist halt, wir würden alle keine Anzeige erstellen. Deswegen. Weiß ich zumindest nicht. Von daher... Ich arme nicht, also loben kann ich. Und ich sag mal so, sobald ich geschlagen werde... Ich würd' wahrscheinlich tot umfallen und hab' keine Chance mehr. Das wäre dann eine Tötung. Ob Sie das wollen, weiß ich nicht. Ob Sie damit irgendwo... Da kommen Sie einfach dann... Echt schwierig. Das eitert sehr schlecht aus dem Lebenslauf raus, sowas. Hören wir auf mit den Witzen. Sie kriegen die Gelegenheit, da einen Besuch zu machen. Und... Sie können da ja auch die Nacht im Besuchertrakt übernachten, oder was. Ne? Das ist doch... Ach, ja. Das weiß ich. Ist er denn nicht zum Gefängnis schon? Äh, ist schon gut fahren. Und da fahren wir jetzt hin? Da fahren wir jetzt hinfahren. Ah! Ja, aber ich sag Ihnen ein was. Ich setze mich mit hinten rein, Herr Volker, so setzt er sich mal mit vorne rein. Ja. Ja, machen wir dann im Auto. Ja. So, jetzt. Ja, nehmen Sie... Ja, Sie müssen mal die Hände... Sie müssen... Nicht die Hände zusammenhalten, sondern einfach einsteigen. Warum hat der Anwalt denn die Scheibe eingeschlagen? Was hat der... Äh... Was? Haben Sie nicht gerade die Scheibe eingeschlagen? Ne. Ne. Ach so, mein... Die war schon kaputt. Ach so, hier dann. Ach. Ich hallanziniere schon. Ich hallanziniere schon. Ich kann Ihnen auch gerne was sagen. Ähm... Ich bin kein... Also... Ich bin auch Anwalt, ja. Die... Anassistenzanwalt, aber aktuell... Für die Presse mache ich ja was. Okay. Daher bin ich jetzt, ja, auch mehr neutral. Ich war... In einer neutralen Position. Ich kann nicht mehr weg. Ich kann nicht mehr weg. Wagen 16... Ach, Mann, ey. Punkt mal durch, dass wir hochfahren. Oh, mein Gott, ey. Wagen 16, 10, 19, Brösen. Da kommt ja alles doch ins Gefängnis mehr oder weniger, Frau Melodie. Ja, aber für gut ein Regenassive, ne? Ja, das stimmt. Sehe ich auch andere Häftlinge? Stimmt, klar. Kann ich Ihnen nicht versprechen. Frau Jensen, wollen Sie wissen, warum ich keine Anzeige erstellt habe? Ja. Weil Sie mich in den Dreck gelegt haben. Ansonsten hätte ich da vielleicht noch was übernachgedacht, dass Sie hier oben ins Brüssen kommen. Als Häftling. Aber dadurch, dass Sie mich in den Dreck gelegt haben, war ich da ein bisschen sauer drüber. Ach, Mann, no. Ja, gleiches Prinzip, warum wir Sie eben gar nicht in der Kindergesteben geseckt haben, nicht? Ja, hätten Sie gesagt, als ich gesagt habe, hören Sie auf, hätten Sie es da gelassen, hätte ich dann eine Anzeige erstellt und dann wären Sie ins Brüssen gekommen. Okay, merke ich mich fürs nächste Mal. Ja, richtig. Wenn Sie mich wieder treffen, dann... Na? Ja. Das nächste Mal dann nur einmal. Richtig. Aber, aber, Miss Jensen, ich sage es so, wie es ist. Das Gefängnis ist kein schöner Ort, nicht? Da will man nicht sagen. Ja, das weiß ich ja nicht. Das will ich ja wissen. Das will ich ja kennenlernen. Ja, aber dann machen Sie das doch über das Community Center. Was ist denn eine offizielle Anfrage beim PD, nicht? Da gibt es ja Möglichkeiten. Da Seelsorge, da Gefängnissen, da kann doch jeder hätten. Ja, das ist nur der Sinn der Sache von einem Community Center. Ja. Hatte ich jetzt aber auch so gedacht. Ja, ich glaube, da ist der Gedankengang ähnlich wie bei mir, dass ich als freier Reporter das selber mache, nicht wahr? Und nicht direkt über die Vision News, auch wenn es darüber beim Falle geht. Aber, 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 aber dann, aber dann würde es ja auch den Weg geben, dass Sie sagen, okay, ich wende mich als PD oder als DJ und frage, sondern Seelsorge an. Und ich weiß da auch nicht, was ich will. Ich will einfach alles sehen und kennenlernen, aber irgendwie verwehrt mir das immer jeder. Ja, ich wollte auch Psychologin werden und ich wollte auch Staatsgefängnis-Psychologin werden. Wollten wir nicht ins Presen? Zumal es eine Frage, nebenbei. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Das ist eine Knabe. Was ist denn das für Satellitendinger? Satelliten zu sehen. Was machen die? Äh, empfangen sie, äh, ja, werden von Satellitenden anfangen, ja. Oh, der Film. Damit ihr, damit ihr schon Fernsehen bekommt. Hauptsächlich Wiesel News. Und kenne es Sie wie, da läuft eine sehr gute Doku momentan. Ich war heute im Unicorn. Ui. Schön, wie war's? Ich war betrunken. Und ich bin betrunken Auto gefahren. Das habe ich jetzt einfach überhört. Hallo. Wagen 16, 10, 20. Äh, dann bringst du sie einmal in den Dingsherr, gehst du da um? Ich suche mal, 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 ich suche mal. Ich war noch nie so nah. Ähm. Das wird gut. Wow. Oh, dieses ist du, mein. Wow. Ja, wagen Sie noch nicht, du hast du da von Rüttelt. Ich weiß nicht, du hast du da von Rüttelt. Ja, noch ein Moment. Wow. Wow. Oh, das war ja auch noch nicht. dann müssen wir hier kurz warten und mal gucken ob er noch da oder ob er sich schon gelegt hat wenn ich damit drauf bin wäre ich so ja ich habe so ein ticket erstellt läuft die auch noch weg schön ist so cool hier darf ich rein gehen wo rein ich würde gerne rein ich glaube da kommt man wirklich nur hin wenn man verhaftet hat was macht ihr hier ist person da ist schon mal im gefängnis drin ja klar wie ist es da unheimlich unheimlich ok warum rasen anfassen ist tabu rasen anfassen ist gefährdet das ist richtig gefährlich ja das mag der prison director gar nicht aber warum mache ich es nicht ja weil es sein rasen ist alles kriminelle nervös auch sonst also unterbrissen direkt dort zwingt die kriminellen dazu den rasen mit einer schere zu schneiden richtig deswegen darf den ok noch anders anfassen weil sonst zu schnell wächst okay und was muss ich machen um ins gefängnis zu kommen ein straftort begehen eine schwere ich habe ich habe ich habe jetzt schon jeden tag einmal eine tankstelle überfallen ich bin betrunken auto gefahren ich habe passanten verprügelt ich habe sogar heute polizisten verprügelt bis er auf dem boden lag ich habe waffen bei mir geführt ich habe molotov-bogtee dabei waffen werden die dinge besorgen führen ist ja gar kein ding ach guck mal da ist er na dann viel spaß mit dem gespräch ich wollte mitkommen ich wollte mitkommen wo hast du schon wieder versagt tochter ich habe ihn verprügelt ich habe ihn verprügelt eine aufgabe habe ich dir gegeben eine aufgabe er lag auf dem boden ich habe ihn drei schellen gegeben hat so richtig gemacht aber ich habe gesagt sie soll aufhören hat mich dann trotzdem in den dreck gelegt und somit habe ich keine anzeige gescheit ich schaff's nicht das ist einfach nicht aber doch auch schon größte dass er gerade waren sie ohnmächtig ja richtig ja ist kein anzeigen gedreht mehr entscheidung vom staatsanwalt gab vom staatsanwalten okay also ist es auch okay ja und der liebe geht sie dann muss hier bleiben ich kann morgen wieder raus also kann ich nicht auch hier schlafen würde wahrscheinlich hier auf ich ja darf ich mich so herum schlafen also wenn sie unbedingt ja schlafen einzeln mit dem gefängnis ich möchte mit dem gefängnis heute eins sein möglichkeit irgendwo zu schlafen haben sie eine wohnung haus oder schlafen im vater ja ich schlafe immer noch also wir schlafen besuchen sie meinen ort zusammen aus und heute geht das halt nicht weil der ist ja im gefängnis die einzige möglichkeit für mich ist dass ich auch ins gefängnis gehe wie alt sind sie denn mehr 20 amerikaner vielleicht noch nicht ganz naja gut die können hier im besucherraum auf der seite wo sie sind und im anfangsbereich da wo wir durchgegangen sind nicht da wo die sind spänke und die körperautomaten stehen da können sie durchaus wohl warten wir nennen es mal nicht übernachten wir nennen es mal warten das wird kein problem haben ja problem ist nur allerdings müsste von richmond müssen wir wieder in die geschlossenen zähne zu bringen ja dann ist das halt so ihr seid alle so anstrengend wir sind anstrengend ja ich kann euch ja verprügeln und mir passiert nichts ja weil sie nie zugehört haben das ist jetzt nicht meine schuld inwiefern zugehört was meinen sie ob es da ich habe gesagt sie soll aufhören dann hätte ich eine anzeige geschalten aber so ne ich hab mich halt in den dreck gelegt war ich jetzt ein bisschen sauer drüber weil sie warten sie ihre argumentation ist jetzt gerade sie wurden verprügelt komplett so dass die lichter ausging und weil melodie unbedingt in prüssen wollte war die nicht mein anzeige war dass sie jetzt gesagt haben ganz ehrlich was ist denn falsch mit ihnen das ist nicht das das ist nicht das was ist das zuhören weil ich vorher zweimal gesagt lassen sie das trotzdem gemacht er gibt immer noch kein denn was wir mal das ganze unser pädagogische justizmaßnahmen zusammen um mögliche personen von einer kriminellen schiene abzubringen bevor sie drauf geraten nun ich sehe dass er anders wenn eine person ein wunsch hat sollte man diesen auch erfüllen ja und die wunsch dass sie hier auf der anderen seite von der glasscheibe bleibt nicht den erfüllen wir auch gar nicht ja aber letzten endes gab es einen anderen wunsch ich habe erfahren dass du die aduktion durchkriegen willst ich habe nachgefragt ja die haben geleakt ich dachte du willst mir das in dem emotionalen zeitpunkt sagen aber die haben einfach geleakt wer war das wer war das sieht das officer ja ich muss das machen ich muss das machen das wissen sie von ihnen machst du es enttäuscht naja es ging darum nicht ob das mit mildern umständen mit der gründen sagen kann nicht nur weil in dem fall nutzt du jeder bei aller besten wohl das wird jetzt lang dauern wenn du dreist wirst die nach der pistole von dem officer und schieß ich weiß gar nicht wie das geht einfach mit der hand drangehen ach so ja das so ist sie haben zum verschluss hebel die kann man nur aus unserer position ziehen das denken ist ein bisschen ungewöhnlich alles dauert wieder 30 jahren dann komme ich eh nicht ins präsent ich verspreche dir die du kommst morgen ins präsent wirklich und ja wenn sie zwar jetzt denken ja ja danke sehr ankündigung einer straft ist auch naja ja ja sie sind ja sowieso komplett denken sich ihre eigenen gesetz aus sagen sie mal was wie ich habe mir keine gesetze ausgedacht aber letzten endes das macht man nicht richtig ja gut ja ich lege mich jetzt hier hin schlaf gut ja du auch ich schlafe 50 mitarbeiter ok ja gut das heißt sie wollen nicht zurückfahren ja dann bleibe ich jetzt hier also sie können hier schlafen sie können aber auch da draußen sich auf so ein sofa legen wenn sie das möchten ja beim nächsten mal einfach zu hören dann wird das vielleicht was ja ja oder meh guten nächtigen sie kurz frau melotte und ja vielleicht irgendwann mal bis zum nächsten mal auf der anderen seiten der cell nicht wahr ja bis dahin auf wiedersehen ach aber ich bin im gefängnis ich bin durch wirklich ich will ich glaube ich schon seit 22 uhr 30 oder so wollen ja ich schlafen was ist das heute für ein random abend gewesen und rennen tag was was war das heute ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020